Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Ich bin froh, dass du bei mir bist, Lasse Vogt. Hier am Ende aller Dinge. Ja, und ob ich das wirklich bin oder aber es sich hier um eine Illusion Saurons handelt, ich gar nicht Dom bin und auch nicht Lasse am Start ist, bin ich zumindest die Illusion von Dom und begrüße die Illusion von Lasse. Moinsen. Moin, ich freue mich wieder hier zu sein am Ende dieser zweiten Staffel. Ich kann es nicht ganz glauben, dass es jetzt tatsächlich schon vorbei ist. Es ging noch ziemlich schnell rum. Ja, in der Kürze liegt die Würze. Für mich ging es leider überhaupt nicht schnell rum, aber okay. Euch da draußen natürlich auch ein herzliches Willkommen, Megowannen, zum vorerst letzten Recap zur achten Episode von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, die da heißt Schatten und Flammen. Und ja, bevor sich jetzt jemand wundert, warum ich nicht zum Beispiel dieses Zitat aus Der Herr der Ringe genommen habe, so habe ich glaube ich das fünfte Recap anmoderiert. Und wir waren jetzt hier im Vorhinein, im Vorgespräch ganz schön am überlegen, was ich denn für ein Zitat nehme. Und das hier ist vielleicht auch ein bisschen sehr final. Das ist ja bekanntermaßen aus dem dritten Herr der Ringe Film. Wirklich am Ende von allem so ziemlich. Aber ja, es ist vielleicht auch ein kleiner Verweis darauf, dass es bei mir so in der Schwebe hängt, ob ich die Serie in zwei Jahren überhaupt noch weiterschauen werde. Aber das wird sich vielleicht im Verlauf dieses Recaps ergeben. Ich bin gespannt, wie lange das hier wird. Und ich bin gespannt, ob hier die Emotionen, zumindest was mich angeht, wieder ähnlich hochkochen werden wie in der vergangenen Woche. Da haben mich nämlich tatsächlich Leute angeschrieben, die meinten, ja, lass es vielleicht doch mal ein bisschen ruhiger angehen. Ich habe auch Meinungen dieses Mal. Und vielleicht denken die sich ja diesmal auch mit deinen. Ja, so ab und zu gibt es mal Schnittmengen. Aber ich finde es ja, Lasse, unabhängig davon, dass wir manchmal uns nur von der jeweils anderen Seite zuwinken, ich finde es ja trotzdem immer wieder ergiebig und interessant. Ja. Und über diese Serie zu sprechen, ist sehr viel interessanter, als sie zu schauen, aus meiner Sicht. Und das ist ja nicht so, als würden wir einander verdammen, weil wir dann die unterschiedlichen Meinungen haben, sondern wir hören sie uns an, geben unser Statement ab und sagen, ja, du hast deine Meinung und ich habe meine. Aber wir sind trotzdem noch schnieke miteinander. Ich wünsche nur, so viele andere Menschen auf der Welt würden genau so handeln. So, dass halt, oh, du hast eine Meinung, ich habe eine andere Meinung. Ja. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir uns ermorden müssen. Ja, also mich hatten tatsächlich, also mich haben einige Leute angeschrieben, die unsere Recaps hören und dann so gemeint so, äh, ja, nehmt ihr überhaupt noch nächste Woche zusammen auf? Habt ihr euch endgültig zerkracht oder? Oh Gott. Dabei bin ich die ganze Zeit, gerade bei Folge 7, war ich halt wirklich der ruhige Fels in der Brandung, hatte ich das Gefühl. Ja, entgegen, äh, der Nummer von vor zwei Jahren, äh, wo du ja wirklich so den Vulkan in dir unterdrückt hast, der dein Podcast-Mordor hätte werden können, ne? Ja, ja, absolut. Ne, ich war ja allgemein, habe ich ja sehr, also mit negativen, äh, Meinungen habe ich mich ja allgemein eher sehr zurückgehalten und ab und zu wurde es halt mal so ein bisschen Fanboy, yay. Aber ich glaube auch da war es nie wirklich super doll übertrieben tatsächlich. Äh, das kann ich jetzt so gar nicht beurteilen, äh, ja, Damrod hast du schon ziemlich durchgefeiert. Ja, das stimmt. Äh, den fand ich ja auch nicht komplett schlecht, das muss man ja auch sagen. Ja, hat mir tatsächlich gut gefallen. Ich kann auch nur noch mal sagen, ich, um das noch mal klarzustellen, das, was ich hier sage, das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Ich tue das nicht, weil es irgendwie mehr Aufmerksamkeit, äh, mehr, mehr Klicks, Downloads, sonst was generiert, sondern ich sag hier einfach frei Schnauze, was meine Sicht der Dinge ist. Ja. Damit liege ich natürlich auch mal daneben, keine Frage, äh, meine Meinung ist ja auch nicht allgemeingültig oder sonst was. Aber nur, nur um das mal klarzustellen und, äh, mir wurde auch schon halt gesagt, dass ich ja die Serie hassen würde. Äh, aber das kann ich noch mal sagen, ich hasse die Serie nicht, ich finde sie nicht gut. Mhm. Und das ist noch mal was anderes als Hass, würde ich sagen, weil Hass ist, ja, weiß ich nicht, also dann, dann würde ich das Ganze auch, glaube ich, immer keines Blickes mehr würdigen. Ja gut, auf der anderen Seite, äh, sind wir jetzt vielleicht an dem Punkt angelangt. Aber das werden wir im Verlaufe, äh, dieses Podcasts erörtern. Äh, ich hab auch noch ein paar Ergänzungen zur Folge 7 zu machen, die, äh, werden sich aber, glaube ich, jetzt hier eher im Flow ergeben. Okay. Und deswegen, äh, verlieren wir keine Zeit, denn es ist eine wirklich lange Folge. Ja, das stimmt. Ich hätte damit gerechnet, weil wir ohne einen Vorspann anfangen, dachte ich, dass sie ihn diesmal auch weglassen. Aber nein. Nee. 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 Ja, bekanntlich, äh, steigt man ja gerne mit einem Cold Opener ein, äh, wenn etwas gezeigt werden muss, was auf keinen Fall bis hinter dem Abspann, äh, warten kann. Es schließt sich jetzt mehr ehrlich gesagt hier nicht so, aber okay. Die ganze Trivia können wir diesmal relativ schnell abhaken. Es ist im Prinzip dieselbe Konstellation von, äh, Drehbuch und Regie, also nahezu die gleiche wie bei Folge 7, nur mit dem Unterschied, dass am Skript, äh, diesmal Justin Doble nicht dabei war. Ja, und dass das hier, äh, nur die beiden Showrunner zu verantworten haben, also namentlich J.D. Payne und Patrick McKay, die waren jetzt auch wieder im, äh, Making-of zu sehen, äh, was ich mir danach noch angesehen hab nach der Folge. Also in diesem Inside Rings of Power, was ich immer noch ziemlich, ja, es ist sehr, sehr oberflächlich. Aber da hab ich zumindest erfahren, dass sie anscheinend vorhatten, Ada schon sehr viel eher zu töten. Und dass sie dann die Story, äh, irgendwie ausgeweitet haben und das merkt man auch durchaus, weil ganz ehrlich, Ada hat in der Staffel nicht sonderlich viel zu tun. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das vielleicht einer der Gründe war, warum der ursprüngliche Darsteller abgesprungen ist, weil, äh, so wie ich das verstanden hatte von den ursprünglichen Plänen, hätte der vielleicht sogar super schnell schon, vielleicht sogar von, äh, irgendwie am Anfang der zweiten Staffel hätte sterben sollen, oder vielleicht sogar schon am Ende der ersten. Und dann wurden Sachen einfach, äh, verschoben und umgeändert und dann, äh, sind halt Sachen, sind halt Sachen anders irgendwie gekommen. Wenn du es mal wirklich runterbrichst, dann, äh, ist Ada eigentlich nur am Anfang und am Ende wirklich relevant zwischendurch, taucht er mal auf, sitzt irgendwie rum, aber macht letzten Endes wenig. Also redet viel, sagt, macht wenig. Und, ähm, ja, ich muss sagen, also je länger ich auch über die ganze Figur und so weiter nachdachte, also für mich, äh, formt sich ein immer klar, und so weiteres Bild, warum Joseph Maul, äh, rechtzeitig oder, äh, frühzeitig, äh, die Röcke gerafft hat. Nämlich, das Ding ist, äh, was ich erfahren hab, dadurch, dass jetzt, weil Bear McCreary jetzt auch wieder angefangen hat, seinen Blog zu schreiben, Mhm. Worin er quasi seine, äh, Reise bebildert, äh, mit diesem Projekt, das hat er auch schon bei der ersten Staffel gemacht. Er hat gesagt, dass er mit irgendwie einer Pause gerechnet hatte zwischen den Staffeln, aber direkt, nachdem er seine 15-monatige Arbeit abgeschlossen hat an Staffel 1, wurde, äh, bekam er die Drehbücher von Staffel 2. Mhm. Und, äh, das heißt, er hatte wirklich keinen Tag Pause. Und da war ich dann doch, okay, also, das heißt, die Skripte, oder jedenfalls ein Großteil der Skripte, waren dann tatsächlich fertig zu dem Zeitpunkt. Natürlich kann man im Nachhinein noch irgendwie ein bisschen was umändern, Mhm. Aber, ja, McCreary hat dann schon sofort alles lesen können und sich dann schon Gedanken machen können zu dem Musikmaterial. Also, das gibt uns immerhin so eine gewisse Timeframe-Ahnung. Mhm. Ja, gut, ich meine, ist ja keine großartige Überraschung. Ich meine, äh, ich glaub, die erste Klappe für Staffel 2 fiel genau dann oder wirklich sehr zeitnah zu dem Zeitpunkt, wo die erste, äh, komplett ausgestrahlt war, ne? Ja, also, vor mehr oder weniger exakt zwei Jahren. Was man auch erwähnen muss, und ich glaube, das haben wir noch gar nicht im Verlauf, äh, dieser zweiten Staffel-Recaps, ist, dass ein kleiner Teil der Dreharbeiten dieser zweiten Staffel auf den, äh, Writer's Strike fiel, so irgendwie die letzten paar Wochen. Ja, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich denke mal, dass das auch durchaus so gewisse Auswirkungen gehabt haben könnte, ähm, hier und dort, wo man vielleicht denkt, dass hier und da, ah, vielleicht funktioniert das nicht so ganz oder wir hätten das gern anders aufgelöst, aber wir können rechtlich gesehen niemanden dafür verpflichten, da noch irgendwie ein bisschen, äh, dran zu basteln. Also, wer weiß. Ja, so, wenn, dann müsste es sich bei der Folge hier wiederfinden, weil das kann ich noch ergänzen aus diesem, äh, Making-of-Featured. Und anscheinend wurde diese Staffel relativ chronologisch gedreht von der Reihenfolge, ja. Das heißt also, die Folge hier ganz zuletzt, was allerdings ein bisschen merkwürdig ist, weil, äh, Charlotte Brandstrom hat ja zwischendurch komplett ausgesetzt, ne. Aber, ja, gut, dann hat die währenddessen wahrscheinlich, weil, wenn man sich anguckt, die hat ja währenddessen auch noch andere, äh, also, die, die hat ja zwischendurch anscheinend sogar noch die Zeit gefunden, eine Folge Shogun zum Beispiel zu drehen, ne, und auch noch andere Sachen. Ich weiß ja nicht, wie genau die das immer schedulen bei diesen unfassbaren Projekten, aber, ja, letztendlich ist dann immer so die Mentalität natürlich, ja, möglichst an vielen Sachen arbeiten, weil, ja, das ist der Job einerseits und andererseits bedeutet das eben auch, ja, das Eisenschmieden, solange es heiß ist und jetzt gerade in dieser, ähm, Golden Hour of Television, da, äh, haben die Regisseure ordentlich zu tun und ich glaube, das, äh, gefällt ihnen eigentlich auch ganz gut. Naja, äh, Lirum Larum, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit mehr nach diesem Vorgeplänke, wir steigen ein in die Folge Schatten und Flammen mit einem Cold Opening, was uns, ja, nach Moria führt. Und ich mochte direkt diese erste Einstellung sehr gern. Ja, die Zwerge im dunklen Tunnel, ne. Genau, wir sehen, wir sehen eben im Schwärze und wir sehen ganz hinten verschwommen, sehen wir so eine leichte, so eine Lichtquelle, die dann immer näher kommt und das stellt sich dann heraus, ja, ist das genau, äh, Durin, der dann dort kommt, gemeinsam mit, äh, Navi und aber der Fokus bleibt die ganze Zeit direkt vor der Kamera, das heißt, es dauert eine ganze Weile, bis die Gestalten überhaupt in den Fokus kommen und lustigerweise hat mich das an ein anderes Cold Open erinnert und zwar an dasjenige von Skyfall. Stimmt, ja, obwohl nicht, nicht, nicht ganz so, äh, plötzlich drin. Ja, ja, aber es ist halt wirklich, es ist eigentlich dieselbe Art von Einstellung, er kommt, äh, out of focus um die Ecke und geht dann ganz nah an die Kamera ran und kommt in den Fokus. Ja, das stimmt natürlich. Das fand ich dann doch eine, äh, eine lustige Parallele, aber dachte nicht irgendwie, oh, ist das inspiriert oder was weiß ich, nö, ich fand das, ich fand, ich fand das einfach cool, das war eine schöne erste Einstellung. Ja, das, äh, also da haben sie auf jeden Fall hier anders mit Dunkelheit gearbeitet, als dann, äh, in der ganzen Runen-Sequenz, wo wir noch zukommen werden, was, äh, Finsternis angeht. Ah je. Naja, äh, wie auch immer, äh, die Zwerge eilen durch diesen dunklen Tunnel, treffen dann auf, äh, dieser, äh, die da, äh, ziemlich aufgelöst ist, da liegen auch, glaub ich, die Leichen rum von den anderen. Ja, oder wenigstens sind, äh, Schwerverletzte dabei, also ich glaub, alle tot sind. Ja, es, es wird, es wird angedeutet, aber ja, das wär halt, also, äh, kann ich halt meine Kritik aus der letzten Folge wiederholen, ich hätt das gerne mal gesehen und wenn's nur als Schatten an der Wand gewesen wär, also. Ja, das ist, das ist wirklich ein Moment, den man in irgendeiner Form tatsächlich zeigen muss, anstatt dass Charakter kommt und sagt, übrigens, dass es passiert. Ja, aber kriegen wir halt nicht, also auch nicht irgendwie Flashback oder so, oder, also man hätt's ja zum Beispiel sagen können, dass Navi das irgendwie nochmal erzählt und dann wird das irgendwie eingeblendet oder so, aber gar nichts. Stattdessen, äh, wissen, äh, erfahren wir hier von Disa eigentlich was, was wir schon wissen, nämlich, dass der Ring den König kontrolliert. Und jetzt, äh, jetzt, äh, ganz und gar, ja gut, das wissen wir noch nicht direkt, aber es hat sich ja angebahnt und, äh, Durin will dann natürlich, äh, nicht lange fackeln und, äh, verabschiedet sich dann sogar kurz so von Disa mit nem Kuss und schärft ihr ein, dass, äh, sie ihm nicht folgen soll. Begibt sich dann anschließend zu seinem Vater, der, äh, ja, nen Karren gegen die Wand schlägt. Ich glaube, es ist nicht wirklich ein Karren, ich glaube, es ist tatsächlich irgendeine Art von Miengerät, das sieht aus wie so eine Art von Mini-Rambock. Achso, sonst hätte ich gedacht, vielleicht ne Lore oder sowas. Ja, ich glaube, es ist so ein Mischding, aber es sieht definitiv aus wie etwas, was zu dem Zweck gemacht wurde, um eben durch Wände zu brechen. Äh, da muss ich übrigens, äh, ist zwar jetzt nicht bei den Zwergen, aber, äh, Stichwort Rambock, da muss ich tatsächlich noch ne Korrektur machen. Wir hatten ja über diesen Verwüster gesprochen. Mhm. Und, äh, äh, klar, der ist natürlich angelehnt an Grond, aber es ist ja trotzdem keine Ramme, also Damrod hat es dann zwar als Rambock benutzt, aber in erster Linie ist das eine Maschine, wo man eben halt diese, diese Haken in die Wand schlägt und dann, äh, dann ist da wahrscheinlich irgendein Gewinde, was dann Stück für Stück die Steine lockert und rausziehen soll. Ja, genau, so hatte ich das auch, äh, verstanden. Das war, das, das, das war eigentlich relativ eindeutig, dass es einfach nur zweckentfremdet hat als Ramme. Ja, ja, das, ja, also da war schon eindeutig, aber ich hatte es vielleicht ein bisschen falsch umschrieben, glaube ich. Ja, vielleicht bin ich da auch nicht super, ähm, detailliert drauf eingegangen. Aber ist jetzt auch nur, äh, Beiwerk jedenfalls. Ja, König Durin wirkt auch ein bisschen, ja, ich sag mal fast schon apathisch, oder? Ja, absolut nicht, absolut nicht bei sich, halt total fokussiert auf das alles und, äh, Durin kommt zu ihm und, äh, sofort natürlich, nimm den Ring ab. Ja. Und, oder ich, oder ich, äh, hackte die Ringhand ab gleich und, äh, mach die Axt auch bereit. Ja, und, äh, dann, äh, gibt es so einen Moment zwischen beiden, wo, äh, der Vater daran zweifelt, dass, also, der denkt halt, ja, du bist zwar stark, aber du wißt ja wohl, du bist kaum stark genug, äh, deine Axt gegen deinen eigenen Vater zu erheben. Und dann erzählt er irgendeine Anekdote aus der Kindheit mit Armdrücken, glaube ich, oder? Genau, ja, wo er dann halt sagt, wenn wir Armdrücken gemacht haben, da hast du deine Hand immer hoch genug gehoben, sodass ich dachte, ich würde gewinnen, aber dann hast du sie doch wieder niedergedrückt. Und ich wusste, es gab niemand stärkeren als mein Vater. Ja, es ist halt wieder so, ach, das ist halt alles so, dass die sowas immer in Dialogen einfach nur, weiß nicht, also die Schauspieler mögen es vielleicht noch irgendwie retten, insbesondere Peter Mullen und dann hier Owen Arthur. Aber vom Skript her ist das einfach so dröge irgendwie. Das ist einfach auch die Art von Dialog, die halt schon diesen Vorboten hat, wobei ja irgendjemand stirbt. Ja, 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 da ist schon, äh, ich meine, gut, es schlägt hier sogar so ein bisschen den Bogen zu der, äh, Szene da zwischen Vater und Sohn in der ersten Staffel, wo ja, äh, König Durin irgendwie erzählt, dass er seinen Sohn da immer ans Feuer gelegt hat oder so, ne? Genau, ja, ja, das ist was ähnliches, aber der alte Durin lässt sich dann nicht weiter beirren und rammt noch einmal und durchbricht die Wand. Ja. Und, äh, es formt sich ein kleiner Tunnel, er geht hier durch und ruft, Sohn, das musst du sehen. Und er nimmt seinen Sohn aber auch, ähm, im Hinblick auf diese Arnhöckngeschichte nochmal, er nimmt seinen Sohn als, äh, schwach wahr, weil, äh, der fleht ihn ja schon wirklich an, diesen Ring abzunehmen und der König dann nur so, ja, ein Zwerg sollte niemals flehen, ne? Ja, genau. Und dann, äh, bricht er, äh, durch die Wand gegen dir, also das ist, äh, ja, gut, gut, ist, ist geschenkt, dass er wahrscheinlich ewig gegen diese Wand gebockt hat und dann ausgerechnet in dem Moment geht's durch, aber ist, 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 ist geschenkt. Durin soll den wahren Reichtum erblicken, das Vermächtnis des Hauses Durin, wie er heißt und, äh, ja, äh, das war schon eine ganz schicke Einstellung, wie wir dann sehen, dass sich wirklich diese Silberaar dann vom Mithril, ja, komplett durch den Berg ziehen. Bis wirklich tief hinunter, äh, zu der Stelle, wo wahrscheinlich, äh, die Trommeln in der Tiefe sein dürften. Sozusagen Trommeln, ja. Ja, genau, und das haben wir auch schon angesehen in der ersten Staffel, ähm, allerdings noch nicht, ähm, ganz so weitläufig, aber wir haben auf jeden Fall gesehen, es geht tief runter. Ja, und, äh, Durin, also beide sind ziemlich halt in Awe und, äh, begeistert und, äh, so feuerwerkmäßig. Ja, und der alte Durin ist auch sehr, ähm, also sitzt da ruhig zufrieden. Und will dann vor allem seinen Sohn auch den Ring schmackhaft machen. Genau, um den Berg so zu sehen, musst du einen Ring tragen. Du musst den Ring tragen und, äh, äh, als dann sein Sohn ihn aber daran erinnert, du hast mir mal beigebracht, dass das nicht unser Berg sei, ne? Dass er, dass er nicht uns gehört. Äh, die haben ja auch durch die Steinsängerin auch ein gewisses, ja, ich sag mal, auf einer spirituellen Ebene vielleicht sogar eine Verbindung oder ein Draht zu dem Berg. Aber dem misst, äh, sein Vater eigentlich nicht viel Bedeutung bei, beziehungsweise meint dann, ja, hier mit dem Ring können wir dafür sorgen, dass es ganz und gar unsers wird. Aber er wird unterbrochen, äh, denn wir haben auch vorher schon, als er, äh, seinen, äh, improvisierten Rambock da verwendet hat, gesehen, dass sich etwas in der Tiefe regt. Und das ist natürlich der Balrog, der jetzt hier endlich mal die Bühne betreten darf, nachdem er ja in der ersten Staffel, äh, ich, ich sag's ganz ehrlich, in der ersten Staffel hast du eigentlich exakt so viel von dem gesehen, wie in den ganzen Trailern. Äh, und hier ist es jetzt schon mehr, aber sagen wir mal ehrlich, also, also, wenn das in der ersten Staffel ein Teaser war, dann ist das jetzt hier der Trailer, aber immer noch nicht wirklich der Hauptgang, ne? Das hast du wundervoll umschrieben, sehr, sehr gut, ja. Und ich, äh, ich, mir hat es schon von Anfang an ein bisschen sauer aufgestoßen, weil das, das erste, was wir dann hier vom Bayrock richtig sehen, ist, äh, wir sehen quasi seine Flammenpeitsche hochkommen und sie, und den Durin am Bein erwischen, also den alten Durin und so ein Stück, äh, in seine Richtung ziehen, wo ich mir dachte, äh, das ist, das ist zu viel Reminiszenz, das, das hättet ihr euch, das hättet ihr euch sparen können. Wobei ich halt schon, ähm, äh, ich, ich fand's für sich genommen schon ganz nett, wie Charlotte Brandström das so aufbaut, also, dass halt erst dieser Feuerschein so plötzlich da ist und auf, äh, das Gesicht von, von Peter Mullen fällt, aber ja, mit der Peitsche ist dann, ist dann zu viel. Auf der anderen Seite mochte ich tatsächlich, also klar, man könnte jetzt sagen, äh, da könntest du jetzt theoretisch sogar wieder um die Ecke kommen, dass sie das Ballrock-Design wirklich eins zu eins einfach nur von Peter Jackson übernommen haben und, Spoiler, das ist ja nicht die einzige Sache, die man hier wirklich lupenrein schon kopiert hat, ne? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber, äh, ich mochte es tatsächlich, dass der Ballrock wirklich so, also, das ist so immer noch so der Inbegriff von Schatten und Flamme gewesen für mich, weil, äh, man sieht zwar ungefähr, was der für eine Gestalt hat und man weiß es dann vielleicht auch aus, äh, Herr der Ringe, die Gefährten, aber dennoch fand ich es cool, dass der in so einer, ja, so einer, so einer Schattenwolke irgendwie blieb und man nur so ansatzweise erahnen konnte, wie der jetzt wirklich komplett aussieht. Und hier könnte man das große Tor aufstoßen, einer der größten Kontroversen im gesamten Tolkien-Universum. Haben Ballrocks Flügel oder nicht? Äh. Ich weiß nicht, ob du davon weißt. Ja, also, bei Peter Jackson haben sie Flügel und in dem 78er-Trickfilm auch, obwohl der da so absurd scheiße aussieht. Ja, ja, aber das ist, das ist tatsächlich eine der weitläufigsten Diskussionen unter, ähm, Tolkien-Toristen. Ach so, okay. Haben Ballrocks physische Flügel oder nicht? Mhm. Da bin ich mal durch ein, durch ein Video bin ich mal drauf gestoßen, was so ein bisschen drauf eingeht und ich dachte, oh, ich wusste nicht mal, dass das ein Thema ist. Mhm. Ähm, weil nämlich im Buch nicht eindeutig beschrieben wird, dass es wirklich physische Flügel sind, sondern im Prinzip Schatten, die aussehen wie Flügel. Mhm. Aber an anderer Stelle wird ein bisschen mehr darauf eingegangen, dass es Flügel sein könnten. Mhm. Und, und deshalb ist diese ganze Kontroverse, oh, das heißt, haben sie Flügel, könnten sie fliegen, könnte der Ballrock dann vielleicht sogar irgendwie auf der Stelle schweben, wenn die Brücke einbricht, bla, bla, bla. Ja, und vor allem die vielen verschiedenen Art, äh, Pieces, die man so bekommt, äh, die haben ihn teilweise mit Flügeln dargestellt und teilweise ohne. Und, äh, deshalb wurde ich, ja, eine der bekanntesten Versionen ist definitiv die von Peter Jackson, wo sie so ein Mischding haben, wo es halt irgendwie so Rauchflügel sind, aber man sieht letztendlich, nein, er hat aber wirklich so große, Fledermausartige Flügel. Mhm. Mhm. Ja, gut, okay, okay, ja. Aber letztendlich, ja, es ist trotzdem dasselbe Ding. Ich muss dazu sagen, der Ballrock ist vielleicht mein absolutes Lieblingsfilmmonster überhaupt. Mhm. So wie es in die Gefährten und in die zwei Türme auftritt. Und, ähm, hier ist er einfach nur kurz der Buhmann, der Krach macht, wie auch immer. Das ist eben auch das, es ist dasselbe Problem wie mit Tom Bombardier, wo ich mir denke, hebt ihn euch da rauf, wenn ihr noch nicht wirklich was für ihn zu tun habt. Tja, aber den kann man dann halt wieder schön in die Trailer packen, das ist es halt. Wobei man den jetzt da gar nicht gesehen hat, meine ich, ne? Ich weiß es gar nicht, ich hab halt nicht wirklich Trailer gesehen für die zweite Staffel, deshalb weiß ich nicht, inwiefern sie groß darauf eingegangen sind. Ich weiß, es gab diesen einen Shot aus Staffel 1, der auch mit in den Promosachen war. Ähm, ja. Ja, aber das ist so ein bisschen, naja, das ist eben, weil ich nämlich so kurz damit gerechnet hatte, machen sie ja wirklich den ganzen Untergang von Casa Doom schon. Nein, 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 das ist noch nicht. Und das Ding ist, nein, tun sie nicht, aber das stößt dann wiederum später irgendwie Probleme auf. Aber ja. Aber sie, sie ziehen es halt noch in die Länge. Das, äh, hab ich halt erwartet. Das, ja, das, im Grunde genommen kriegst du in jeder Staffel wahrscheinlich so ein, so ein Stückchen vom Balrog irgendwie immer, ne? Und dann wieder nach dem Prinzip Make them wanting more, ne? Äh, wo ich aber noch kurz drauf eingehen kann mit den Flügeln. Ich überlege schon die ganze Zeit, weil es gibt nämlich eine Darstellung, äh, die, äh, auf das erste Zeitalter, zurückgeht. Das ist ja, ich hatte ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass, ähm, es ja eigentlich in der Lore so ist, dass, äh, Melkor beziehungsweise Morgoth, dass der mit, äh, sich mit der Riesenspinne Ungoliant verbündet und dann die Silmaril stiehlt. Äh, äh, nachdem sie beide zusammen die Bäume zerstört haben. Und dann ist es aber so, also Ungoliant, diese, äh, äh, riesige Schattenspinne, die hat halt das Licht von Valinor oder der beiden Bäume in sich aufgesaugt und ist dadurch so monströs riesig geworden, dass selbst Morgoth Angst vor der bekommt. Mhm. Dann hat die aber immer noch nicht genug, will die Silmaril von ihm haben, die, äh, also die legen sich halt miteinander an, unweit, äh, der, äh, Trümmer seiner ehemaligen Festung Otumno. Und dann stößt Morgoth einen so lauten, äh, wirklich gigantischen Schrei aus, also, äh, Superman im, im, äh, Snyder Cut lässt grüßen, dass, äh, mehrere Balrogs aufgescheucht werden, die da drunter sind. Und dann mit vier oder fünf Balrogs müssen die dann Morgoth vor, äh, Ungoliant schützen. Und ich meine, da werden die Balrogs auch mit Flügeln gezeichnet worden. Ah, okay. Es klingt irgendwie verdammt geil, ne, oder? Die Szene hättest du gerne gesehen, gibst zu. Nee, ich, ich weiß nicht, es ist, es gibt so bestimmte Dinge, die irgendwie so umschrieben werden, so groß und fantastisch, wo ich mir denke, das können auch gern einfach nur Worte bleiben, weil egal, wie man das umsetzt, das wird in irgendeiner Form dann trotzdem enttäuschen. Na gut, dein Wort in Gottes Gehörgang bei dieser Serie, ja. Dein, dein, dein Wort in, in, in der Vala Gehörgang. Apropos Gehörgang, nämlich, mir ist etwas bei der Musik aufgefallen hier. B.M. McCreary kehrt die direkt zu der allerersten Folge der ersten Staffel zurück. Okay. Und zwar, ähm, zu einem kurzen Stück, welches wir gehört haben bei dem großen, ähm, Schlachtenflashback, in welchem dann, äh, Galaterials Bruder kämpft. Ja. Und, äh, da hört man ein Stück, das eben fast ganz genau so klingt und nämlich, da ist nämlich der Fall, wenn man ganz genau hinschaut im Hintergrund, sieht man mindestens einen Bayrock. Mhm. Ja, gut. Und, also, dass da mindestens ein Bayrock oder sogar mehrere dort in dieser großen Schlacht oder im Allgemeinen in dem Krieg dann halt dort mitgekämpft haben. Und ich fand, das war so ein netter, so ein netter Brückenschlag irgendwie, wo ich dachte, oh ja, das ist, ähm, da und, ja, ich meine, hier ist irgendwie so ein kataklysmisches Event und so weiter und so fort. Aber ich denke mir, ja, McCreary, der ist schlau, da wird sich da schon irgendwie was bei gedacht haben, dass er dann genau dieses Stück dann nochmal nimmt. Ja, mir ist es, mir ist es nicht so, äh, aufgefallen. Wir kommen mal zur eigentlichen Folge zurück, denn, äh, der Vater ist hier am Abgrund und, ja, dann aus irgendeinem Grund ist er plötzlich bekehrt und nimmt den Ring ab. Äh, hast du das verstanden, was jetzt plötzlich zu diesem, diesem Umschwung geführt hat? Hm, ich glaube tatsächlich so der allgemeine Schock von wegen, oh fuck, da ist jetzt tatsächlich dieses Monster und mein Sohn ist in Gefahr. Also wirklich so in unmittelbarer Gefahr auch. Ich weiß nicht, vielleicht hat vielleicht sogar die Berührung des Bayrocks und mit der Peitsch und so weiter irgendwas damit zu tun. Dass quasi dieser, dieser Schmerz und dieser Macht und dieser Hass irgendwie, dass er den da so ein bisschen, ihm kurz irgendwie Klarheit verschafft hat in der Hinsicht, könnte ich mir vorstellen. Also kommt für mich nicht so wirklich rüber. Aber, also klar kann man vielleicht mit gutem Willen reininterpretieren, aber für mich ist es so, äh, weiß nicht, also auch, auch, auch der Konflikt zwischen denen vorher, der hat irgendwie nicht so wirklich dazu geführt. Also dafür ist der die ganze Zeit viel zu verbissen und das ist jetzt hier einfach nur, ja, das Drehbuch will halt, dass er den Ring abnimmt. Er bittet dann ja auch um Vergebung seinen Sohn und, äh, während der Balrog brüllt, stürzt sich ihm der König mit Slow-Mo mit seiner Axt entgegen. Ja, hat anscheinend Erfolg und der Balrog wird verschüttet und da muss man sich jetzt auch so die Frage stellen. Äh, man muss nämlich wissen, äh, das, das ist ja auch eigentlich der Witz an, äh, dem, äh, der Begegnung von Gandalf mit dem Balrog. Äh, über kurz oder lang sind die eigentlich sogar Brüder, weil, äh, die Balrogs sind ja, äh, wie Gandalf und die anderen Istari, äh, Istari auch, Maja. Mhm, genau. Das heißt, die kann man auch nicht so leicht bekämpfen und die sind auf ihrer Art natürlich auch unsterblich, obwohl natürlich deren, äh, äh, irdische Hülle getötet werden kann. Aber, äh, jetzt mal ehrlich, dass der König dem da so entgegenspringt und dem irgendwie ansatzweise Einhalt gebieten kann, gut, das ist, vielleicht liegt's auch daran, das ist Durins Axt, was weiß ich, aber, also zum einen finde ich schade, dass Peter Mullen jetzt definitiv raus ist. Ich mag den generell sehr gerne als Schauspieler und fand den hier wirklich top in der Rolle. Mhm. Und zum anderen, äh, es ist schon so ein, es mag jetzt zwar ein fieser Vergleich sein, aber ich hatte schon so leichte Michael Bay-Vibes, wenn ich ehrlich sein soll. Vielleicht lag's auch in der Slow-Mo. Äh, ich weiß, ich meine, man, man, man zieht da immer gerne, ähm, Parallelen zu Regisseuren, die so bestimmte Stilmittel haben, wenn's dann irgendwie so um so ein Awesome, äh, Einstellung geht, halt irgendwie. Okay, vor allem, du vergisst hier ein wichtiges Stück Dialog, weil nämlich Durin sagt, ähm, also der alte Durin sagt, ich hab die Hand nicht gehoben, das warst du, du bist stärker geworden und vergib mir. Und dann. Ach so, ja. Und dann springt er, springt er hin. Und ja, ähm, schafft es tatsächlich, das fand ich war ein richtig, richtig cooler Effekt, wie er, wenn sich Axt und, äh, Schwer treffen, dann gibt's diese tolle, gleißende Explosion. Und, ähm, das fand ich einfach war ein ziemlich cooler Effekt. Aber ja, Durin wird zurückgezogen von mehreren Zwergen, darunter auch seiner Frau, glaube ich. Also sie haben sich ihm widersetzt, ganz eindeutig. Ja, auch, auch, auch sehr klug, da extra, äh, weißt du, äh, den, den wird ja nicht umsonst eingeschärft, sich da lieber fernzuhalten. Ja. Und, äh, da ging es ja nur um den König und die müssen ja wohl auch den Feuerschein des Balrogs gesehen haben, also dass die nicht, naja, äh, ja, ich versteh ehrlich gesagt nicht, warum man daraus einen Cold Opener gemacht hat. Vielleicht, weil es, weil es den Titel rechtfertigt für Schatten und Flammen oder ansonsten seh ich da nicht viel. Es hat halt wirklich den Effekt wie bei Smaug in Die Schlacht der fünf Jahre, weil der ist raus, bevor der Titel erscheint. Und das ist hier eben genau der Fall. Mhm. Ähm. Ja, erinnert ein bisschen, stimmt. Ja, und mein Problem ist halt eben, dass es letztendlich halt viel für dann zu wenig ist, wo man denkt, ja gut, der König stirbt, gut, meinetwegen, aber halt, und das, das, das wird dann auch einiges für die Entwicklung und so weiter tun, aber halt, dass es dann eben nur der König ist. Und dann halt nicht, nicht sonst irgendwie was passiert, weil ich mir denke, ja, es ist einfach noch zu früh für den ganzen Untergang von Khazad-Dum, aber denke ich mir, dann hebt euch das auf und macht irgendwie was anderes und ich verstehe schon, dass der, der König irgendwie untergehen muss durch etwas, das er selbst herbeigerufen hat, eben durch, äh, den Einfluss des Rings und so weiter. Das ist ja alles thematisch soweit okay, aber es ist dennoch einfach zu früh, finde ich. Es ist halt, ja, es ist, es ist einfach zu viel großer Effekt für etwas, was man auch irgendwie anders hätte lösen können oder tatsächlich noch hätte verschieben können. Ja, ich hab grad ein Déjà-vu, denn was sehr ähnliches hast du, äh, schon beim Finale der, äh, der ersten Staffel gesagt. Von wegen, dass wir jetzt hier zu früh Durins Fluch heranziehen, aber, ja. Ja, das stimmt, aber da wurde es wirklich, ja, und da fand ich halt, da war die Andeutung einfach zu groß, aber ja, das war einfach, das war in dem Fall einfach auch tatsächlich zu früh, die haben das da zu sehr übereilt, aber gut, ähm, damit ist dann dieser Cold Open auch vorbei. Genau, äh, und wir kommen, äh, zu einem anderen Schauplatz, den wir, ja, ich glaub, seit der sechsten Folge nicht mehr gesehen haben, nämlich Run, und da muss ich jetzt mal wirklich endgültig, äh, äh, was, ähm, in dem Maße ausspielen. Äh, ich hatte ja schon öfters angemerkt, äh, insbesondere in den Podcasts mit Sven, ich glaub, mit dir gar nicht so, dass mich die Dunkelheit in dieser Staffel irgendwie sehr stört. Und hier erreicht das jetzt wirklich einen Peak, weil, zwar ist mir das in den anderen Wüstenszenen, die bei Nachtspielen auch schon aufgefallen, aber, glaub ich, noch nie so deutlich. Vielleicht auch, weil das hier sehr eindeutig im Studio gedreht ist, und, äh, es tut mir leid, aber dieser, dieser Blaufilter oder was auch immer das ist, also das ist, äh, also ich, ich äußere jetzt einfach mal die These, dass das, äh, Day for Night gedreht ist, was zum Beispiel auch bei House of the Dragon mal gemacht wurde, und da auch eher schwierig war, aber hier sieht das, es tut mir leid, das sieht echt nicht gut aus. Es ist einfach zu, die, 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 die Kontraste sind zu verschwommen. Ja. Und, ähm, wenn man bedenkt, an welchem Ort sie sind, nämlich an dem jetzt verlassenen Dorf der, ähm, Stor, wo man sich denkt, da könnten doch auch irgendwo Fackeln sein oder sowas. Ja. Es muss noch nicht sein, dass das alles hier komplett, ähm, dunkel ist. Und garantiert ist das Studio, und die hatten die volle Kontrolle und so weiter, und ich weiß nicht ganz genau, und das hat wirklich, das geht genau in dieses Territorium, was so viele andere Fernsehserien und, 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 und Filme heutzutage einfach machen. Mhm. Wo es dann einfach alles, alles irgendwie so gräulich blau und gleichförmig ist, und du hast keinen Kontrast in irgendeiner Form. Ja. Und es ist so merkwürdig, weil ansonsten finde ich eigentlich in den, ähm, weil, weil, ich meine, wenn man denkt, und das hatte ich bei Episode 7 eben auch lobend erwähnt, weil ein Teil der Schlacht ist in der Nacht, aber da durch das Fackellicht und so, hast du einen ordentlichen Kontrast, und es sieht interessant aus, und du kannst sehen, was passiert. Mhm. Und hier ist einfach, ja, es ist, es ist einfach dieses typische, generische, also so, so sehen einfach heutzutage viele Blockbuster aus, weil die irgendwie verlernt haben, wie man das richtig beleuchtet, und ich verstehe nicht ganz genau, warum das hier der Fall sein muss. Und wo man auch bedenkt, der Typ, der andere Typ ist doch auch ein Zauberer, der könnte doch irgendwie, irgendeine bessere Lichtquelle dann als das, und ich verstehe schon, dass die irgendwie so eine oppressive Atmosphäre damit schaffen wollen, aber letztendlich, was dann bleibt, ist, die stehen auf diesen, auf diesen Non-Descript-Set irgendwie rum, dem dadurch dann jede Persönlichkeit fehlt, und ja, also es ist, äh, 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 in dieser Szene ist es mir auch negativ aufgefallen. Also ich fand's, ich fand's wirklich visuell schon echt ein bisschen hässlich, muss ich sagen, und. Ja, in diesem Fall, ja, ansonsten halt, finde ich, macht die Show vieles richtig bei der Beleuchtung, aber hier war's einfach zu, ja, hier wie auch immer, und das, das war, das, das war schade drum. Wir haben ja, äh, erneut, äh, Scam Dalf in Action, der ja, äh, ja, der ist anscheinend hier hingelaufen, äh, von, äh, diesem verdorrten Hain, wo er ja mit Bombardier stand und dann vor diese wunderbare sadistische Wahl gestellt wurde. Ja, und jetzt ist er aber hier und ohne Stab, wo ich mir dachte, okay, also ist das jetzt seine, wo ich mir denke, ja, aber warum, da müsste eine Szene gezeigt werden, wo er dann nochmal diesen Entschluss fasst wirklich, anstatt dass wir ihn dann einfach sehen, wie er dann hier ankommt. Und das ist etwas, und da kann ich schon mal vorgreifen, das ist etwas, was mir bei dieser ganzen Folge aufgefallen ist. Ich hatte das Gefühl, irgendwie jede zweite Szene fehlt. Ja, ja, das hab ich aber bei der ganzen Staffel, dass du das Gefühl hast, da ist, da ist viel rausgeschnitten und irgendwie teilweise auch mit heißer Nadel, äh, zusammen genäht. Ja, man kann, man kann den, man kann den Fall durchaus, äh, für andere Folgen auch eröffnen, aber am dollsten ist es mir wirklich hier aufgefallen. Ja, definitiv. Naja, er ist auf jeden Fall hier hingelatscht, wo ich, äh, mir dann auch die Frage stelle, wie hat er das eigentlich gefunden, weil angeblich, äh, also so einfach war das, glaube ich, äh, für die, für die Hobbits, ohne den Merrimack nicht zu finden hier. Ja, ich glaube, ich glaube vielleicht, die, die Vision hat ihm vielleicht irgendwie dann auch noch so ein bisschen gezeigt, wo er hin muss. Oder halt auf jeden Fall, er spürt, dass er genau dort hin jetzt muss. Ja, weil ein bisschen Magie ist ja in ihm. Ja, aber das ist, wir fangen nicht wieder mit Magie an, da haben wir hier noch genug. Auf jeden Fall, äh, bemerkt er dann, dass dort eines dieser Pferde, äh, abgestellt wurde, also die sie ja verfolgt haben von diesen Gaudrim und sieht dann auch das Augensymbol auf dem Sattel. Äh, ja, und er befindet sich ja hier im verlassenen Dorf der Starren, was allerdings, äh, nicht total verlassen ist, denn hinter ihm tritt jemand auf, äh, den ich ja mittlerweile Saru Maybee getauft habe. Und, äh, das war wirklich der Moment, wo ich mir dachte, es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Entweder er ist Saruman oder aber Kieran Heinz denkt, dass es Saruman ist und channelt richtig hart Christopher Lee in dieser Szene. Ich fand's halt nicht, äh, was halt, was ein Spiel angeht, ich fand's halt nicht zu sehr Christopher Lee. Ich fand's halt definitiv, es war Saruman-artig. Aber nicht so, wo ich dachte, oh, er macht jetzt eine Kopie von Lees Performance. Nee, aber er interpretiert, äh, den, den, den Dialog einfach wirklich sehr ähnlich. Also ich fühlte, ich weiß nicht, ich glaub, wir, äh, sind da, äh, auf einer Wellenlänge. Wie der den hier, äh, willkommen heißt, das erinnert wirklich extrem stark an, äh, den Moment, wo man Christopher Lee zum ersten Mal in die Gefährten sieht, wo er Gandalf da am Ohrtank begrüßt mit my old friend und so, ne? Ja, ja, und das, das ist eben das Stichwort, weil er ihn bezeichnet als mein alter Freund, ja auch. Denn, äh, sie kennen sich und er erwähnt dann auch kurz den Vala Manwe, dem, äh, zumindest Gandalf ja, glaub ich, als Maja angehörte. Das ist ja, glaub ich, der Maja der Lüfte, soweit ich weiß. Das ist unter anderem der, der auch die, äh, Adler befehligt. Mhm. Und, ja, der versprach, äh, Saru Maybe anscheinend sein Kommen und der geriet in seinem Glauben daran, dass der irgendwann hier aufkreuzen würde, irgendwann dann doch ins Wanken. Aber was nicht ins Wanken geriet, war sein Vertrauen in ihn und da merkt man schon, die kennen sich und es heißt dann auch, ja, sie waren fünf in Valinor. Also, ne, die fünf, äh, Istari weiß man ja, äh, also Saruman, Radagast, Gandalf und die zwei Blauen und ja, irgendwo in der hintersten Ecke, äh, hoffen ja Fans, dass, oder bis zu dieser Folge haben ja Fans gehofft, dass beide einfach dann, also sowohl Scamdalf als auch Saru Maybe, äh, die Blauen Zauberer sind, die beiden, die ja bekanntlich in den Osten gingen und dann, äh, 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 also da gibt's ja auch verschiedene Versionen von bei Tolkien, ne? Da gibt's einmal, die haben da irgendwelche Kulte gegründet und, äh, oder sind ganz verschwunden, aber auf jeden Fall sind sie in ihrem Auftrag gescheitert, weswegen dann auch noch andere hinterhergeschickt wurden. Aber, äh, machen wir's kurz, es sind Saruman und Gandalf in der Szene eindeutig. Ja, bei dem, ja, bei dem einen wird's irgendwann deutlich, bei dem anderen, wie gesagt, das ist so ein bisschen eh, wo ich mir dachte, ja, es ist halt eben everything but namely confirmed, sozusagen mit dem einen, ähm, aber genau dasselbe hat man eben ja auch schon mit dem, mit dem Stranger gemacht, wo ich mir dann halt dachte, ja, aber dann ist genau das, ja, ist, äh, ist ein bisschen, wie immer, es sollte sich jedenfalls herausstellen, dass das hier Saruman ist. Da, finde ich, haben sie einen sehr guten Schauspieler gefunden, der das, äh, der da ganz wundervoll zu passt und da auch gut zurechtgemacht ist für. Ja, der aber leider einfach nicht viel zu tun hat. Das ist eben das Problem mit, äh, hier allgemein. Ja, der wirkt schon echt verschenkt. Der kommt in drei Folgen vor, in zwei sitzt er eigentlich nur rum und in der dritten, ja, macht er jetzt hier mal ein bisschen was und verzieht sich dann wieder aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht nachvollziehen konnte. Aber er verspricht, äh, Scamdalf, äh, das blaue Hö, Hö, Hö vom Himmel herunter. Also, äh, sprich, er gelangt hier zu seinem Namen, er gelangt hier endlich zu seiner Vergangenheit und natürlich zu seinem Stab. Aber das Ganze hat einen Haken, denn, äh, Sarumaby, beziehungsweise diese Gaudrim bedrohen die Haarfüße. Und, äh, das ist etwas, was dem, was dem Zauberer, ähm, stinkt anscheinend. Das, äh, das war so nicht abgemacht. Ja, obwohl, da ist die Frage, also, ich hab ihm das nicht abgekauft, dass das nicht abgemacht war. Das schien mir, ich, ich hatte eher das Gefühl, dass er die Gaudrim dahinter geht und wahrscheinlich sogar Gandalf gegen die aufhetzen wollte. So ein bisschen, vielleicht sogar, um die loszuwerden. Das ist gut möglich, ja. Das, das, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das da so ein bisschen mit rein. Er wirkt hier jedenfalls halbwegs ehrlich empört. Und sagt auch, dunkler Zauberer ist eine Bezeichnung, äh, die ich nicht gerne mag. Ja. Äh, wo man, wenn man auch sagt, ja, sag ihm doch deinen Namen, du Arsch. Aber die Gaudrim, äh, fordern ja auch etwas. Die wollen ihre Belohnung haben. Also, die, die, äh, wenden sich dann in dem Moment an auch, äh, ja, gegen, gegen Saru Maybe. Und, äh, ja, dem fällt nichts Besseres ein, als die mit seinem Stab wegzustoßen. Was natürlich auch wieder sehr stark an Saruman erinnert. Aber mit einem hat, äh, Saru Maybe dann überhaupt nicht gerechnet. Nämlich, dass die Haarfüße Mitleid haben mit dem armen, armen Gaudrim, dessen, äh, Klinge sie gerade noch am Hals hatten. Das kann er überhaupt nicht verstehen. Und meint dann auch, ja, also, pff, du glaubst doch nicht im Ernst, dass Mitleid Sauron besiegen wird. Und, äh, jetzt kommt es endgültig zum Tragen, er will letzten Endes Scamdalf auf seine Seite ziehen. Also, er will, er will Saurons Nachfolger eigentlich sogar werden und hätte Scamdalf am liebsten mit in seinem Team. Und das ist eben auch ein Motiv, was wir so lupenrein aus die Gefährten kennen. Ja, genau. Und vor dann aber Scamdalf sagt, ich, äh, würde lieber ewig durch die Wüste laufen, als dir zu dienen oder wie auch immer dir zu helfen. Wo ich mir auch denke, das geht ein bisschen zu schnell alles. Ja. Aber das gefällt dem Dark Wizard natürlich nicht. Und der sagt dann, hier ist ein Vorgeschmack auf das Leid, das euch erwartet. Und er bringt, ähm, das Tal, äh, ein Teil davon zum Einsturz, äh, bloß dort Felsen oben von der Wand, die dann, äh, so langsam auf die alle runterprasseln sollten. Was natürlich auch wieder auf Saruman anspielt, wenn man jetzt mal so daran denkt, was er da veranstaltet hat, als die Gefährten über den Karatras, äh, reisen wollten, ne? Ja, das einerseits. Ich hab später noch eine andere Parallele zu der Szene, die ich, ähm, mir so ein bisschen für den Schluss aufhebe, weil's dann so mit ein paar Sachen einfach zusammenkommt und besser wirkt. Oder vielleicht, vielleicht kommt's ja auch schon früher drauf. Aber auf jeden Fall, ein paar von den, ähm, Haarfüßen werden erschlagen und, äh, Scamdalf nutzt, äh, seine Zauberkraft, um die restlichen aufzuhalten. Und hält die Felsen in der Schwebe und der dunkle Zauberer verschwindet dann anscheinend irgendwie. Ja, warum auch immer. Ja, also, der geht so weg, so von wegen, so nach dem Motto, ja, ruf mal, äh, klingel, klingel mal durch, so, sobald du es dir anders überlegt hast. Also, das ist auch wieder, das ist ähnlich wie mit den, den Gaudrim in der vierten Folge gegenüber den Stachen. Warum, warum verpisst der sich jetzt? Also, das, das, ne, weiß ich, das macht für mich keinen Sinn. Screw guys, I'm going home. Ja, nee, also, das, äh, und das ist eigentlich schade, weil, äh, ich muss sagen, die wen-, das wenige, was man Kieran Heinz gibt, äh, äh, zum Spielen, das macht er ja gar nicht schlecht. Ich finde auch, in der kurzen Zeit, er beweist schon eine gewisse Präsenz in der Rolle. Ja, der ist einfach auch, der ist zu gut, als dass da irgendwie so ein underwritten Part ihm da irgendwie schaden würde. Ja. Und, ähm, das ist dann eben hier auch der Fall. Und, nee, es ist ganz, äh, nein, er macht das ganz wunderbar. Man würde sich jetzt einfach nur mehr Zeit mit ihm wünschen. Ja, und dann ist er leider auch schon, ja, abgefrühstückt für diese Staffel zumindest, ne? Ja, im Prinzip, ja. Wir sehen dann, wir haben dann einen Switch nach Núminor. Genau. Wo man, wo ich mir ehrlich gesagt vorgestellt habe, dieser, dieser Plot ist für mich eigentlich der frustrierendste von allen. Okay. Äh, weil, weil ich mir jetzt gedacht hatte, und jetzt ist es fertig, meine Güte. Mhm. Jetzt, jetzt müsst ihr doch einfach, jetzt ist sie Königin und ich meine, was braucht ihr denn noch? Aber, äh, stattdessen. Ist sie nicht Königin? Nee, sondern, äh, stattdessen hat hier der, äh, Pharrason hat hier die, ähm, die Gläubigen quasi, also so im Prinzip so die, die obersten davon. Die, die Getreuen. Genau, die Getreuen hat er, ähm, versammelt und gesagt, gut, das ergibt halbwegs Sinn, wo er dann halt sagt, ich hab, sie hatte einen Verbündeten mit durchtriebenen Kräften, hat er gesagt, er deckt halt auf, wer Sauron letztendlich ist und wir haben den hier gehabt und so weiter und so fort und sie stand unter seinem Einfluss und, ähm, wo ich mir denke, ja, fein, aber halt, warum bist du überhaupt noch in der Position, dass du das alles hier so durchziehen kannst? Tja, er ist anscheinend immer noch der König. Also, ich mein, das war ja auch schon einfach so schwach mit diesem Seemonster und dann, ach, nee. Man kann davon ja halten, was man will, aber innerhalb der Story müsste das doch jetzt eigentlich jegliche, so, und jetzt ist die Königin Basta, wir brauchen nicht irgendwas sonst jetzt. Ja, anscheinend hat dieses, dieses Urteil hat eigentlich nur bewirkt, dass Elendil, äh, verschont wurde, was man eigentlich sich, äh, von vornherein ausdenken konnte, beziehungsweise es hatte einfach null Spannung. Und, äh, Miriel, ja, keine Ahnung, äh, dass Pharrason die auch einfach so frei rumlaufen lässt, also auch schon, schon davor. Ich meine, äh, die ist die Einzige, die ihm den Thron streitig machen könnte, äh, mit Recht und, äh, eigentlich hätte er die hinrichten lassen müssen. Aber sowas von achtkantig hinrichten oder sich zumindest dienstbar machen müssen. In der Vorlage darf man ja nicht vergessen, das hab ich ja schon öfters mal erwähnt, zwingt er sie ja in ne, in ne, ähm, inzestuöse Ehe. Ja, genau. Äh, und hier letztendlich dann erklären sie halt alle, alle, äh, getreuen werden zu Landesverräter, Landesfeinden erklärt. Verräter von Westernis, äh, wo ich mich ein bisschen gefragt hab, ist der Begriff Westernis eigentlich jemals mal erklärt worden? Ich weiß nicht, ob innerhalb der Show, ich glaube, das ist hier und da einfach so ein bisschen Worldbuilding. Ich weiß auch nicht, ob das in den Filmen erwähnt wird letztendlich. Mir ist es ein Begriff, aber ich bin auch ein bisschen stärker mit drin. Ich hatte nämlich auch, ja gut, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, weil ihr bekommt das, äh, erst zu hören, wenn, äh, das hier durch ist. Aber wir haben das, äh, Staffel-Recap mit unserem Special-Guest schon aufgenommen. Und der hat erzählt, also darf man sehr gerne reinhören, wird dann kurz hier nach online kommen. Und, äh, unser Gast hat da erzählt, dass er die Serie mit seiner Freundin geschaut hat, die nicht so firm in der Lore ist. Und, äh, ja, die findet die Serie tatsächlich ziemlich langweilig und fragt sich dann halt auch immer von, was für Sachen da geredet wird, die man halt nicht versteht, wenn man die Lore nicht kennt. Also, weiß ich, bestes Beispiel, dass hier zum Beispiel der Name Manwe einfach so in den Raum geworfen wird. Oder aber auch, dass Ada gegenüber Elrond da in der Schlacht irgendwas erwähnt von, ja, habt ihr denn Rumils Worte vergessen? Da kann man halt nichts mit anfangen. Aber das mit Rumil, das wurde ja in der vorherigen Folge schon, äh, thematisiert. Hm, auch nicht wirklich. Da wurde einfach nur gesagt, der ist ein Säufer und, aber was der genau gemacht hat. Oder ja, die Schriften Rumils, ja gut, aber, also, okay, da ist noch halbwegs vielleicht eine Verbindung zu ziehen im Hinblick auf, weiß ich nicht, hier, äh, never judge a book by its cover. Aber das ist immer der Fall eigentlich, wenn's hier um Götter geht, weil es werden ja auch an anderer Stelle immer mal wieder so Götternamen erwähnen, warum sind sie immer mit den Zwergen, wenn sie über Aule reden, aber es wird halt nie genau klargestellt, was genau ist das jetzt, wer ist das jetzt? Ich denke mal, in der Art und Weise, wie sie das sagen, wird halt so halbwegs, okay, das ist was Religiöses, aber es ist trotzdem nicht ganz eindeutig. Ja, und es ist, also, es ist ja vielfach auch einfach Name-Dropping, ne, aber, äh, vor allem, äh, jetzt auch hier diese Erkenntnis von Pharrason, dass, äh, Halbrand Sauron war, das erschließt sich mir auch nicht. Also, insbesondere auf, aufgrund dieser Vision da in der letzten, äh, in der, in der, ähm, ach, welche Folge war das denn jetzt? In der sechsten. Da dachte ich mir, hatte ich ja auch in der Besprechung gesagt, dachte ich mir einfach nur so, oh, Pharrason sieht da den Penner, den sie doch letztens im Knast hatten und der dann Gott sei Dank wieder abgehauen ist. Also, warum er da die Verbindung zu Sauron ziehen sollte. Ich glaube, das ist halt das, was, äh, was ihm gezeigt wurde, aber nicht, was uns direkt gezeigt wurde. Das ist wieder so. Ja, aber warum wird uns das dann nicht gezeigt? Wir sehen ja nur altes Footage aus Staffel 1, eigentlich durch die Bank. Ich schätze mal, dieser Feuereffekt und so weiter und so ein bisschen was mit Schatten soll das so rüberbringen. Also, ich dachte mir, ja, aber da war ja nicht mal Sauron irgendwie in seiner Rüstung oder sowas zu sehen, weißt du? Also, wenn er zumindest, ich meine, er sieht doch da letzten Endes nur Hallbrand. Ja, er sieht Hallbrand irgendwie vor einem Vulkan oder in der Nähe eines Vulkans, aber das ist dann einfach nur, ja, oh, der Penner mag es anscheinend da und da. Keine Ahnung. Also, das ist im Gesamtzusammenhang ist das irgendwie nicht schlüssig. Vor allem wird ja auch noch vorgeworfen, dass Miriel ihre Exekution da irgendwie gefaked hat, also, dass sie irgendwie das Meer verhexen konnte. Was ja, was ja wirklich komplett aus dem Arsch gezogen ist. Also, seitens jetzt der Figuren, da ist ja auch hier wieder dieser Lord Belsagar, ne, an äußerster Stelle. Da kann ich übrigens auch sagen, da hat unser hochgeschätzter Gast gemeint, äh, Belsagar, äh, der könnte möglicherweise zu einem Nazgul werden. Mhm. Ich hab hier tatsächlich eine Parallele gesehen und ich glaube, da war die Serie, und ich meine, das wurde alles geschrieben vor diesem ganzen Zeug, aber, äh, die, die Serie passt supergut in den Zeitgeist, weil ein bisschen irgendwie ist es der Fall wie mit Trump und Harris. Ja, gut. Okay. Wo du den, wo du den unrechtmäßigen Regenten hast, der jetzt, äh, mit, mit absolut aus dem Arsch, äh, gegriffenen Argumenten gegen seine weibliche Widersacherin wettert. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber ich fand es irgendwie ganz pappel. Ja, es ist also, ja gut, ich meine, es wurde vor zwei Jahren geschrieben, ne, aber ja, ich, 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 ich verstehe es durchaus schon, also selbst im Hinblick auf, auf Ethnizität. Aber, äh, wie auch immer, äh, die erklären jetzt hier, ähm, alle Getreuen zu Verrätern und die Ergebnen werden aufgefordert, äh, ja, zu Gegenwehr. Es werden Aushänge gemacht, äh, und wir sehen, wie die Soldaten tatsächlich gegen die Getreuen vorgehen. Das fand ich gar nicht mal für sich genommen so eine schlechte Sequenz. Das hat mich, zum einen hat es mich ein bisschen erinnert an, ähm, äh, hier in der zweiten Staffel Game of Thrones. Da geht doch, äh, die, die Stadtwache irgendwie vor gegen die ganzen unehelichen Bastarde von, äh, Robert Baratheon. Ja, ich hab genau dasselbe gedacht. Ja, ah, cool. Und, äh, da wiederum, diese Szene war auch, äh, wohl sehr inspiriert. Also, es ist wohl auch bestätigt worden daran, wie in der Bibel, äh, König Herodes nach, äh, dem Jesuskind suchen lässt, ne? Ja, das hatte, das hatte durchaus. Ich hab all diese Parallelen gesehen. Ich find auch, dass es, äh, dass es soweit schön und passt. Eine gute, gute Inspiration, was das angeht. Ja, also, damit hab ich jetzt nicht auch nicht allzu viele Probleme. Das einzige Problem ist halt wirklich, dass man halt nicht so richtig ins Detail gehen kann dabei. Und so richtig halt irgendwie so brutal und unangenehm werden kann, wie es halt Game of Thrones tut. Ja, hätte hier vielleicht sogar, ich mein, die Serie ist ja eigentlich an einigen Stellen, äh, nicht simperlich. Aber, äh, ja gut, die Figuren, die noch gebraucht werden, die haben ja Plot-Armor bis ins Valhalla. Aber, ja, äh, hier wird jetzt Rabiat, äh, gegen die Getreuen vorgegangen. E-Arien, äh, wird das dann auch zu bunt und, äh, macht sich von Dannen, also aus dem, aus dem Thronsaal. Und, äh, wir sehen, dass der Baum, äh, der ja schon am Anfang gezeigt wurde und förmlich zu glühen scheint. Hm. So ein bisschen, also, sehr herbstlich, das, das hatte visuell schon was. Äh, der verliert anscheinend wieder Blätter. Da hab ich mich so gefragt, äh, zieht der jetzt eigentlich wieder in den Krieg oder? Weiß ich nicht, die, die, die brauchen ja jedes Mal irgendeine göttliche Fügung, die ihnen sagt, was sie jetzt zu tun haben. Auf jeden Fall ist irgendetwas halt im Busch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es ist halt sehr, äh, äh, genau, also etwas, etwas, etwas geht halt definitiv vor, etwas Bedeutsames geht vor. Und sie geht zu ihrem Vater und sagt, hey, die hättest du dir gegen die Getreuen, du solltest vielleicht abhauen, wie auch immer. Wo man dann halt eben so sieht, okay, jetzt ist sie, sie ist ein bisschen reumütig, nimmt ihn ja dadurch auch in den Schutz, dass sie den Wachmann ja quasi ablenkt. Und, sodass dann Illendiel entkommen kann. Aber letztendlich ist das für mich persönlich auch irgendwie zu wenig zu spät, weil sie für mich noch immer einfach irgendwie dann zu unentschlossen wirkt. Und hier einfach nur so ein bisschen halt so, äh, pflicht, pflichtschuldig eher. Ja, das wirkt halt wieder so, als würden da Szenen fehlen. Vor allem bei der sechsten Folge, wo sie einfach nur darüber redet, dass sie jetzt Pharrason irgendwie zu, zu Kreuze gekrochen wäre oder, oder zu Füßen. Das hätte ich gern mal gesehen. Und, äh, Earien ist eh so eine Figur, die, wahlweise ist die total unterentwickelt. Also, das ist sie grundsätzlich. Und, pff, also der, der Werdegang von der hier, der ist wirklich, der ist nahezu abstrus, finde ich. Also, wie schnell sie, also, das, das ist wirklich, das, ich hab's ja schon oft gesagt, die wird hier praktisch zu Hitlers Helfer. Und das ist wirklich, das ist nicht gut geschrieben. Obwohl ich ihr die Szene da gebe, wo sie da diesen, diesen Soldaten da in die Irre führt und dann irgendwie droht, den König darüber zu informieren, über dessen Verhalten. Das war sogar noch ganz okay. Okay, aber das ist auch nur ein kurzer Moment, denn, äh, wir landen bei Elendil, der ist anscheinend, obwohl er in der ganzen Stadt gesucht wird, äh, erstaunlich schnell zu Miriel geschafft hat. Ich mein, da müssen überall Wachen sein, die suchen den alle, aber, ja, aber der, äh, will, äh, jetzt sich mit ihr vom Acker machen. Also, der will in den Westen, da sind noch andere Getreue und da ist anscheinend auch sein Sohn Anarion, der ja zumindest in der ersten Staffel mal erwähnt wurde am Rande, dass der da irgendwie sonst wo, keine Ahnung, studiert, sonst was. Und, äh, da will er jetzt jedenfalls hin. Er hat auch schon irgendwie einen Fährmann organisiert, der sie aus der Stadt rausbringt. Ja, hat er alles erstaunlich gut und schnell hinbekommen, würde ich sagen. Aber Miriel, ja, will nicht so wirklich mitkommen, ne? Ja, das stimmt, genau. Er möchte sie gerne mitnehmen, aber sie bleibt dort und sagt eben, mein Platz ist hier. Und ich schätze halt einfach auch, dass sie, dass sie Angst hat, sie könnte ihn in irgendeiner Form aufhalten, je nachdem. Und es ist ja dieses ganze Will-Way-Won't-Way-Szenario zwischen ihnen, wo ja, ähm, auf Seiten von Alien, die ja immer noch so ein bisschen Zurückhaltung ist. Ja, aber letztendlich schickt sie ihn dann. Und das, und ich dachte mir schon, dass das dann ja quasi seine Vision dann auch erfüllt, welche er dann hatte, als er in den Palantir kurz geschaut hat, unfreiwillig. Und, äh, sie gibt ihm noch etwas mit. Genau, sie gibt ihm, äh, etwas mit, nämlich nichts Geringeres als ein Schwert namens Narsil. Und da muss ich sogar noch was, äh, nachreichen. In der sechsten Folge hatten wir ja, oder nee, in der fünften Folge, genau, hatten wir ja gesehen, wie die Numenora da so eine Art, äh, irgendwie Gedenkritus für ihre Toten hatten, ne? Und, äh, sie sprachen da alle aus Narsil. Und Narsil heißt so viel wie Sonne und Mond gleichzeitig. Dieses Wort Narsil, ne? Und, äh, ja, der Name kommt uns natürlich auch bekannt vor aus der Lore und natürlich auch den Peter Jackson Filmen. Und selbst wenn man den Namen Narsil da nicht so gehört hat, äh, in die Gefährten, das Aussehen dieses Schwertes kennt man in jedem Fall. Denn wirklich, das Design ist eins zu eins dasselbe. Also, korrigier mich bitte als großer Schwertfan, der das ja, glaube ich, sogar bei sich zu Hause hängen hat. Und, aber, äh, hands down, es ist wirklich, es ist lupenrein das gleiche Design wie bei Peter Jackson. Es ist, es ist fast exakt gleich. Es gibt leichte Abweichungen. Es ist ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen kleiner. Insgesamt sind die Proportionen einfach etwas anders und die Verzierungen sind leicht anders. Aber ansonsten ist es wirklich extrem nah dran an dem Entwurf, den wir kennen. Wobei, wobei die Innenschrift, da muss man auch differenzieren, die Innenschrift bei Aragorn, das ist ja dann Anduril, ne? Das ist ja die Neugeschmiedung. Ja, genau, ne, das wird, ja, ja, aber auch, selbst, selbst trotzdem hätte die eigentlich so ein paar Verzierungen hier und da, ähm, die hier aber fehlen. Mhm. Ähm, der Griff hat, wie gesagt, eine etwas andere Farbe. Die Proportionen sind insgesamt alle etwas kleiner, was ich mir aber auch gut vorstellen könnte, dass es vielleicht dann auch so gewollt ist. Ja, aber ich dachte mir, hm, wo ich mir, wo ich mir dachte, das ist, das rückt das hier viel zu sehr wieder in die Film-Prequel-Area rein. Was sie ja wollen. Und dann doch irgendwie wieder nicht, ja. Ja, aber dann irgendwie wieder nicht. Und ich wünschte halt eher, sie wollten es eher nicht, weil ich hab halt, weil ich halt sehr viel lieber, es mag tatsächlich, wenn die Serie so ein bisschen ihr eigenes Ding macht mit bestimmten Entwürfen und, ähm. Ne, dafür ist es zu spät. Dafür referieren die viel zu oft die Filme. Inzwischen, ja. Nicht nur im Design, in den Dialogen, dass das also wirklich die, es gibt nahezu keine Folge ohne irgendeine Anspielung auf die Filme. Aber, äh, ja, sie schenkt ihm das und, äh, er betrachtet es auch erst, nennt es oder liest da irgendwas ab, die weiße Flamme. Das ist wahrscheinlich auch nochmal eine Anspielung auf Anduril, äh, die Flamme des Westens, heißt ja, die Klinge. Und, äh, Miriel meint dann, ja, hier, nehmt es, fordert, fordert eure Herrschaft zurück und, und eure, eure Vorsehung, was euch bestimmt ist. Und dann zieht er die Klinge und auch, also halt, wie das auch gefilmt ist, wie er die Klinge, äh, aus der Scheide zieht. Das erinnert auch wirklich sehr stark an die Rückkehr des Königs. Also selbst von der Kameraperspektive. Ja, ich dachte, ich dachte mir schon, ich dachte mir schon im Vorfeld imitieren sie das und ja, im Prinzip imitieren sie es. Also, äh, aber man sieht sofort, da hast du schon recht, die Klinge ist nicht so aberwitzig lang, wie bei, wie bei Aragorn, ne? Ja, stimmt. Das ist halt wirklich ein echtes, äh, ein echtes Monsterschwert in, äh, in dem Film. Ist ja auch ein tolles, tolles Design. Also die Szene mag ich auch unglaublich gern, wenn Viggo Mortensen diese Klinge daraus zieht. Aber das hinterlässt hier nicht halb so sehr einen Eindruck. Also die Szene an sich ist okay, wobei ich muss sagen, ich find Miriel als Figur mittlerweile ziemlich langweilig. Und Elendil ist für mich ja noch so ein, also den Schauspieler, find ich, ey, der hat was. Ja, der ist wirklich toll. Aber letztendlich haben wir auch zu wenige Szenen mit, mit den beiden, als das wirklich, und letztendlich ist mir alles in Numenor einfach, äh, für, für, für das alles, was irgendwie noch an Bedeutung haben sollte. Aber für mich wirkt das alles irgendwie, also das ist etwas, was mich mit am wenigsten interessiert in der Serie jetzt inzwischen. Ja. Was, find ich, so vielversprechend angefangen hat. Und es kann gut sein, dass das entsprechend noch alles besser wird, ähm, in den zukünftigen Staffeln. Aber hier ist es einfach zu viel hin und her, ohne dass wirklich was vom Fleck kam bei denen. Ja, es ist einfach nicht gut erzählt. E-Arien hat man als Figur in meinen Augen komplett vor die Wand gefahren. Äh, Miriel ist, ist, weiß ich nicht, dreht sich irgendwie alles immer im Kreis. Elendil ist, ist so ein Ned Stark-Abklatsch letzten Endes. Ist ja irgendwie so eine Erfüllungsgehilfe, hat man das Gefühl. Und das mit Pharason ist noch mit am interessantesten. Aber halt nur im Vergleich. Ja, aber der hat auch nicht wirklich was zu tun. Also jedes Mal, wenn Emi behauptet, Pharason hat dies gemacht, hat jenes gemacht, dann kriegen wir das immer nur zu hören und nie wirklich zu sehen. Und in den Szenen, in denen er dann was machen darf, da spielt er dann irgendwo auch den Klischee-Schurken. Also das ist jammerschade, weil ich glaube, der Schauspieler, also dieser Tristan Gravel oder wie der heißt, der kann, glaube ich, schon was, aber der darf einfach nicht. Und das ist jammerschade. Ja, jedenfalls unter diesen Umständen hier. Und dann hast du noch bekloppte Figuren wie Kämen, wo ich nicht erwarten kann, dass der endlich ins Gras beißt, aber dann deutet sich anscheinend auch schon an, dass der, äh, ja, ein Nazgul werden könnte. Und eventuell sogar, ich will es nicht hoffen, also ein Nazgul wäre noch okay, aber wenn die wirklich Kämen zum Hexenkönig aufbauen wollen, äh, dann bin ich wirklich komplett raus. Also ... Ah, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, das wird eher irgendwie eine neue Figur. Aber das werden wir, das werden wir dann ja noch sehen. Naja. Ähm, was wir jetzt sehen, ist ein, äh, Szenenwechsel. Genau, wir wechseln nach Iregion, was, äh, aus welchen Gründen auch immer nach wie vor beschossen wird, weil die Orks sind bereits in der Stadt, die ist erobert. Also, keine Ahnung. Jetzt ist einfach die reine Zerstörungswut, ist es einfach jetzt das Ding, wo sie halt, jetzt geht's ums Vernichten, jetzt geht's um die letzten Elben heraustreiben. Ohne Rücksicht auf Verluste, sind halt so im, im Blutrausch und so weiter. Direkt angefangen mit einer, ähm, richtig schönen Long-Take-Sequenz, die ich, die ich, die ich toll fand. Die fand ich auch gut. Wo man die Orks durch die Stadt laufen sieht, wir sehen hier und dort ein paar Scharmützel, Elben sterben, Orks sterben, Zivilisten fliehen und letztendlich sieht man dann auch dann ... Dynamische, dynamische Kamera, so in Verfolgerperspektive hinter einem, einem Elben, ne, der irgendwie da erst, äh, Pfeile abschießt, sich dann so wegduckt und dann auf so ein Dach fällt und dann stirbt. Ja, sieht absolut alles klasse aus, ich weiß nicht, ob das alles komplett echt ist oder ob die Däugungs zusammen gestitcht haben, aber es sieht halt klasse aus. Dann taucht auch, äh, Galadriel auf, die Zivilisten wegführt und sie verteidigt so gut es geht. Sie, ähm, erreichen dann irgendwie eine, von wo, von was sie denken, hier ist irgendwie eine geschützte Zuflucht. Ähm, durch, ich könnte mir gut vorstellen, ist das vielleicht der Zwergentunnel, den sie meinte? Ja, 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 aber der wird wieder nicht richtig gezeigt, ne? Ne, nicht direkt, aber auf jeden Fall sehen wir, wie sie aus so einer Höhlenöffnung rauskommen, auf so ein freies Plateau, die paar Zivilisten, die sie gerade dabei hat, äh, und, äh, dort erwarten sie aber allerdings schon Orks. Äh, wo ich dann auch, äh, am überlegen war, war der Zwergentunnel nicht geheim? Vielleicht ist es ja auch gar nicht der oder vielleicht ist das hier jetzt nur so noch ein weiterer, ein anderer Gang, den sie jetzt noch benutzt haben zusätzlich zum... Ja, aber das könnte man ja dann auch erklären, vor allem sie sagt doch dann, glaube ich, sogar, dass, dass sie die in den Zwergentunnel führt, also wo, warum sollte sie den nicht nochmal benutzen? Und, äh, anscheinend wissen die Orks von jetzt auf gleich von dem. Also, ich meine, das ist ja schon eine kleine Weile her, dass sie jetzt die Stadt erobert haben, ich kann mir gut vorstellen, dass dann irgendwie Orks, oh, was ist hier? Und rennen da durch und dann... Ja, ja, aber der, der ist ja, der ist ja ziemlich abseits, also, äh, da frage ich mich eh, wie die Orks da hingekommen sind, aber... Wie gesagt, ich glaube, ich glaube, vielleicht sogar durch, durch die Stadt halt, also aus der Stadt dann durch den Tunnel dann da hoch, wer weiß, ähm, und vielleicht, weiß ich, vielleicht wusste ja auch Adar von irgendwas, keine Ahnung. Obwohl, dann hätten die ja theoretisch die Orks auch schon, ja, aber was, was soll denn Adar da gewusst haben? Weiß ich nicht, ich meine, der war ja auch mal... Ja, aber dann, dann hätte, ja gut, aber angenommen, Adar hätte es gewusst, dann hätte er ja den Zwergentunnel erst recht bei der Invasion benutzt. Ja, das stimmt. Ja, also, ich glaube, dann wusste er wohl ja nichts davon. Das macht nicht wirklich so Sinn, aber, äh, ja, die werden hier gestellt von den Orks und Galadriel macht denen direkt eine Ansage, dass Adar ja eigentlich nur, äh, erpicht sie in die Finger zu kriegen und dass die Orks die Zivilisten freilassen sollten, was ich auch eine merkwürdige Formulierung fand, weil, also, du kannst ja gerne sagen, lass sie gehen, aber wieso freilassen? Die haben die doch gar nicht in ihrer Gewalt, die Bedrohung, also, die sind doch keine Gefangenen. Ich meine, ich glaube, damit meint sie so ziemlich alle allgemein, nicht nur die, die jetzt hier dabei sind. Und im Prinzip sind sie ja gefangen, halt nur noch nicht in Ketten, dadurch, dass sie jetzt davon in Orks und Galadriel sind. Ja, aber, ja, aber sie, 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 sie kommen ja da erstmal frisch aus dem Tunnel, also irgendwie, ne, also vor allem, das hätte man, ich, ich weiß einfach nicht, warum das da so, so komisch geschrieben ist. Sie könnte auch einfach sagen, lasst sie gehen, ich, ich geh mit euch und, und fertig. Aber freilassen ist irgendwie ganz merkwürdige Formulierung. Jedenfalls, äh, geht sie dann, äh, freiwillig, äh, oder will, äh, freiwillig mitgehen, also, wenn, wenn die sich darauf einlassen. Und dann sagt dieser Ork zu ihr, äh, ja, gib mir nur einen Grund, Elben-Vibe, so ein bisschen, ne. Und, äh, Galadriel, ja, ich, ich gebe zu, das war ganz gut. Wo sie dann sagt, ich geb dir nicht einen Grund, ich geb dir neun. Denn sie hat ja bekanntlich, äh, die, äh, neun Ringe für die Menschen, äh, in diesem Säckchen, was, äh, Kelle Brimboer ihr gegeben hat. Und Kelle Brimboer, äh, ist dann auch das Stichwort für die nächste Szene. Ja, oh Gott. Das muss ich schon mal sagen, die fand ich schon echt gut. Und auch wirklich intensiv gespielt von beiden. Äh, wir erinnern uns ja, Kelle Brimboer hatte ja am Ende der, äh, siebten Folge Galadriel angeboten oder, oder offeriert, dass, also, er hatte es ihr zugesichert eigentlich eher, dass er Sauron so lange aufhalten will wie möglich, während sie die Ringe aus der Reichweite bringt. Ja, merkt man, hat super geklappt, weil, äh, Kelle Brimboer hat anscheinend gegen Sauron überhaupt nichts irgendwie reißen können. Denn, ja, eine lange Blutspur zieht sich, äh, hier durch seine Werkstatt. Und wir sehen Sauron, der ihn mit, ja, einigen Pfeilen gespickt hat. Und, äh, da sehen wir dann jetzt, äh, wenn du dich so an das Forboding erinnerst aus der zweiten Episode, wo ja Galadriel so diese Vision hatte von Kelle Brimboer, so aufgespießt mit Dornen, ne? Ja, das ist etwas, was mir dann erst später klar wurde, aber das fand ich ziemlich clever gelöst. Das fand ich auch gut, tatsächlich, ja. Ja, das ist tatsächlich im Prinzip so wortwörtlich, das so vorausgesehen hat in dieser Vision, wo ich mir dachte, das ist einfach halt so abstrakt. Aber dann, äh, spiegeln sie das, äh, ganz gut in echt. Und, äh, das fand ich ziemlich cool. Ja, sie spielen damit, also in der Vision haben sie darauf angespielt. Und das hier wiederum spielt auch, äh, auf das an, was in der Vorlage beschrieben wird. Aber da komm ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, ja, jedenfalls ist Kelle Brimboer schwer angeschlagen und, ja, liegt im Sterben, würde ich sagen, ne? Genau. Dass der überhaupt noch lebt, wundert mich. Und, äh, Sauron, äh, sieht dann, äh, oder hört, äh, so langsam die Orks kommen und meint dann, ja, die haben, die haben Blutdurst. Und, äh, um das Ganze dann noch zu verfeinern, erzählt er eben dann kurz davon, äh, als Gondolin fiel. Gondolin wurde auch, glaub ich, schon in den Hobbit-Filmen erwähnt. Das ist eine gigantische Elbenstadt gewesen im ersten Zeitalter, die, äh, ja, untergegangen ist. Da muss ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, das führt wirklich tief ins Silmarillion. Aber, äh, Sauron spricht dann davon, dass es dort einen wochenlangen Blutrausch der Orks förmlich gab. Und was ich richtig perfide fand, der schießt erst noch so einen Pfeil auf den, dann kommt der auf dem zu und fängt so an, die so hin und her zu flitschen oder mit denen zu spielen, während die ja in Kelle Brimboer drin steckten. Ja, das ist, das war schon wirklich richtig fies. Ja, das ist wirklich eine gemeine Folter. Und da kommt auch noch mit, seht nur, was ihr euch angetan habt. Und so, und, äh, all dieses Ding, also will halt wirklich, äh, Kelle Brimboer total ans Leder. Aber Kelle Brimboer hat einen guten Konter dabei, an dem ich Kelle Brimboer sagt, ich werde jetzt schon bald, äh, zu den Gestarten des Morgens gehen. Und da werdet ihr nie hinkommen, mit keinem Wind der Welt. Das wird euch für immer verwehrt. Ja, und, äh, Sauron sagt, oh, es gibt schon Mittel und Wege, euch am Leben zu halten. Und greift sich dann noch ein Speer, wo ich mir dachte, äh, was will er damit? Ja, Kelle Brimboer meint, dass die Ringe für ihn unerreichbar sind, genauso wie er es jetzt sein wird, weil er eben im Sterben liegt. Und, äh, Sauron, äh, erklärt ihm dann auch mal, dass er letzten Endes alles für Kelle Brimboer getan hat. Und dass der eben, also heißt es dann, Kelle Brimboers Feuer schuf die Wunden dieses Zeitalters, ne? Also letzten Endes wieder, ihr habt euch das alles selber zuzuschreiben, ne? Ähnlich wie in der siebten Folge. Seine Eitelkeit, seinem Stolz. Ja, Sauron, äh, meint, dass er Mittel und Wege finden kann, ihn noch am Leben zu halten. Wobei ich mir dann denke, was hat das genau mit dem Speer zu tun? Äh, und dann nennt er ihn auch noch Spöttisch Melon, ne? Also Freund. Und spricht damit zum ersten Mal Elbisch. Und dann, äh, sagt, richtet sich Kelle Brimboer aber noch einmal in wütendem Trotz auf und sagt, hier sind meine letzten Worte, ich sehe voraus, die Ringe werden euer Untergang sein. Und am Ende wird einer allein, ähm, euch zerstören. Ja. Und das ist dann zu viel für Sauron. Und der, äh, stößt ihn den Speer, äh, in den Leib und, äh, im Prinzip nagelt ihn dann weiter oben so an die Säule. Also schiebt ihn ein Stück nach oben, sodass es dann halt wirklich so aussieht wie in der Vision, und wo dann halt wirklich mehrere, äh, Fuß über dem Boden schwebt. Und da ist auch wieder, äh, was mir dann jetzt aufgefallen ist, auch eine gewisse Jesus-Kreuzigungsparallele ist da drin. Ja, es ist auf jeden Fall so eine Märtyrer-Pose. Ja, also virtuell, äh, visuell halt eben. Ich meine, wir haben da die, ich meine eher mit den, äh, Nägeln in den Händen und Füßen. Hier haben wir die Pfeiler und dann auch noch zusätzlich der Speer und die Lanze. Ja, ja, das ist durchaus... Religiöse Reliquie und so. Es hat was leicht Biblisches. Ja, ich fand's nicht super aufdringlich. Ich fand nur eben im Nachhinein dachte ich so ein bisschen, ha, das ist ein nettes, äh, irgendwie eine nette Parallele. Es ist vor allem mit dem Speer ist auch dann, äh, und da komm ich jetzt da drauf, wie, äh, Celebrimbor nämlich eigentlich in der Vorlage zugrunde geht. Da ist es nämlich so, dass Sauron ihn eben, äh, besiegt im Kampf. Also, äh, es ist ja so, also ursprünglich führt ja Sauron eigentlich sein Heer nach Eregion. Celebrimbor stellt sich ihm dann in einem epischen Zweikampf, den er verliert. Und dann foltert Sauron Celebrimbor geschlagene drei Jahre lang, um aus dem rauszukriegen, wo die Elbenringe sind. Nicht die neuen, wie es hier in der Serie ist. Und, äh, ja, am Ende tötet er ihn relativ ähnlich. Aber, äh, der Clou ist dann noch, dass die Orks ab dann, ja, Celebrimbor praktisch als ihr Banner benutzen. Also, den toten, aufgespießten Leib von Celebrimbor tragen die dann, äh, in der Schlacht von Eregion als Banner vor sich her. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt eben dann die Pose oben auf dem Speer in der Luft, ob das dann quasi ein Ersatz dafür ist. Das ist eine Referenz da drauf, ganz klar. Ja, und ich find's, ich find's auch durchaus in Ordnung. Also, äh, Celebrimbor macht ihm ja auch zum Schluss wirklich ne, ne Ansage, die dann auch Sauron provoziert, äh, indem er ihn wirklich den Schatten von Morgoth nennt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das hat Sauron dann auch provoziert und, äh, als der dann meint, ja, hier, ne, die, die Ringe können mich nicht zerstören, ich bin ihr Erschaffer. Ja, und Celebrimbor mit seinen letzten Worten, äh, sagt dann zu ihm, ja, ihr, ihr, ihr seid in Wahrheit, seid ihr, seid ihr der Gefangener, der Herr der Ringe. Ja. Ja. Den Name-Drop fand ich zumindest besser als den am Anfang, äh, äh, der Staffel, wo Sauron da, äh, als, als Anathar da in dieser Jesus-Pose im Feuer ist und, und dann da auch immer's von Lord of the Rings sagt. Also, da, da fand ich das hier schon ein bisschen gelungener. Das mochte ich auch, ich mochte beide, aber, ähm, ja. Wir sehen, wir sehen fast so etwas wie so heuevolle Frustration, wir sehen, dass Sauron weint. Ja, er vergießt Tränen. Genau, und, äh, dann kommen, äh, ein paar Orks, ähm, Glück ist mit da runter, wo ich dachte, oh, der ist hier mit bei, weil ich erinnere mich daran, als wir ihn das letzte Mal in Episode 7 gesehen haben, während alle anderen Orks voranstürmten, ist er so angewidert, schockiert, zurückgewichen. Ja, äh, wahrscheinlich, weil er sich gedacht hat, ist es nicht vielleicht ein bisschen dumm von Adar. Also, klar, zum einen wollte er das verweigern, aber vielleicht hat er sich ja auch gedacht, vielleicht ist es ein bisschen dämlich von Adar. Ausgerechnet dann mit dem Ork heranzugreifen, wenn die Dämmerung heraufzieht. Also, wenn, wenn die Morgendämmerung kommt, wo dann ja eigentlich auch die Zwerge eintreffen sollten, was ja nicht erfolgt ist. Äh, übrigens, kurz zu diesem Ork, äh, den Namen haben wir die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Ich glaube, in einem der Screener wurde der falsch geschrieben bei den Untertiteln. Der heißt einfach Gluck, also so wie WU-Gluck oder so, nicht Glük. Wir haben das also, mea culpa, da habe ich irgendwie Quatsch erzählt. Aber, äh, ja, die kommen hier rein und, ja, ich muss sagen, ich fand das ein bisschen plump. Auf der anderen Seite sind Orks jetzt auch nicht die hellsten, äh, unter der Sonne, äh, beziehungsweise unter der verfinsterten Sonne. Äh, aber er fragt ihn, ich, ich, ich weiß nicht warum, ich hatte es aus irgendeinem Grund, hat es mich, äh, an einen unserer beiden erklärten Lieblingsfilme erinnert, nämlich Batman wie Superman, wo Lois Lane, äh, da irgendwo am Arsch der Heide im Nahen Osten steht und einen Terroristen fragt, sind Sie ein Terrorist? Ach, oh Gott. Aber hier fragen sie ihn, äh, äh, seid ihr Sauron, ne? Aber ich meine, der hat das erfragt, weißt du, ich meine halt, bevor wir hier irgendwelche, äh, voreiligen Schlüsse ziehen. Und ich meine, er hat ja auch eine gewisse Ausstrahlung, also da, aber dann, äh, sagt er, ich habe viele Namen und dann so auf, auf eine sehr nette, sehr freundliche, wie ist deiner? Uruk, wo ich dachte, oh, ho, ho, er wickelt ihn ein, äh, da wusste ich sofort, oh, ich, ich weiß, was er will und was er, was er kann und weiß, weil nämlich, wenn, wenn das schon bei den Elben so gut funktioniert, dann erst recht bei den Orks. Und, ja, obwohl die Orks haben sich bisher eigentlich, äh, deutlich klüger angestellt als die Elben in der ganzen Staffel. Ja, aber sie wurden ja auch letztendlich von, jedenfalls einige, ich meine, letztendlich bei einigen würden, äh, doch die Stimmen gegen Arda laut, aber letztendlich, äh, sind sie doch etwas einfältiger, als es die Elben dann sein sollten. Ja, es hat aber leider, es hat aber für mich leider auch, also das, das geht dann irgendwie auch wieder viel zu schnell, also da hätte ich, da hätte ich mir gewünscht, dass man, ich weiß nicht, ich hätte es sogar geil gefunden, wenn man in der Serie einen wirklich vollwertigen Handlungsstrang hätte, wo es wirklich um die Orks geht und auch so deren, also halt, äh, innerhalb der Gruppe Konflikte, ne, also, dass die halt gespalten sind. Die einen wollen halt Arda blind folgen, die anderen meinen, Sauron ist tot und wir haben jetzt keinen Bock mehr in den Krieg zu ziehen, also, der hätte ja auch Zwietracht innerhalb der Gruppe sein können. Ja, das wird ja wirklich nur ganz fein angerissen hier und dort nur. Ja, und das ist so oberflächlich. Ja, ja, genau, und ich meine halt, und ich hatte mir ja schon von Anfang an, schon von Staffel 1 an, hatte ich mir eigentlich gedacht und irgendwie auch gewünscht, kriegen wir eine Art von Ork-Protagonist? Ja. Irgendeinen, der da so ein bisschen vielleicht gegen den Strom schwimmt, nicht unbedingt einen, den man jetzt super sympathisch finden soll, aber definitiv. Einer, der so ein, der, der definitiv so ein, so ein, so eine gewisse Bezugspersonen auch darstellt innerhalb der Handlung, dem man auf jeden Fall für eine längere Zeit folgt. Ähm, bisher ist das nicht passiert, vielleicht passiert es noch, ich weiß es nicht, vielleicht sind jetzt die Orks auch schon Beyond Redemption, was das alles angeht. Ich glaube Anfang, ich glaube zu Anfang hätte sie es noch mehr erlauben können, aber da war einfach noch so viel anderes los. Naja, also das war jedenfalls eine meiner Hoffnungen und Wünsche gewesen, wo ich dachte, oh, mal gucken. Aber wer weiß, vielleicht vertiefen sie irgendwie noch da irgendwas. Was ich ganz gut fand, dass Sauron, der hat ja jedes Mal, wenn er irgendwie auf seine wahre Identität angesprochen wird, dann sagt er wirklich immer dieses, ich habe viele Namen. Äh, und da merkt man auch, dem ist der Name Sauron eigentlich zuwider, was dann seine Vorstellung am Anfang der allerersten Folge dieser Staffel auch ein bisschen seltsam macht. Weil, äh, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das dir gegenüber schon mal erwähnt hatte, aber Sauron heißt halt wirklich so viel wie der Abscheuliche. Ja, 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 das ist, ja, ich meine, es ist für die Einfachheit halber, ich verstehe es schon, aber dann ist es trotzdem ein bisschen, ja, ich verstehe es schon. Ja, das ist halt wie der Rechtslage, das ist, das ist wie der Rechtslage, deshalb dürfen die alle nur Morgoth sagen und auch alle nur Sauron, weil das halt das Einzige, also ich meine, Sauron heißt ja eigentlich Mairon, ne? Und das ist ja, äh, die, ja, Verwünschung, die die Elben, äh, ähnlich wie bei Morgoth für ihn erfunden haben. Naja, wir kommen zu einem anderen Schauplatz, äh, der wirklich, oh mein Gott, jetzt kommt wirklich, jetzt kommt das mit Abstand langweiligste von dieser Episode. Ja, ich, ich, ich könnte, ich könnte, ja, ich kann da zustimmen eigentlich auch. Obwohl ich halt die, ähm, obwohl ich die, diese erste Szene hier mochte tatsächlich. Wir sind hier wieder in, in Pelagia am Anduin, äh, wo, äh, ein, ein Nominorisches Schiff, äh, eingetroffen ist. Die Sido macht sich wohl bereit, äh, damit mitzufahren und hat, äh, das Messer in der Hand, mit welchem er verletzt wurde von, ähm, Estrid. Ich vergesse immer wieder ihren Namen, das ist so schade, weil ich finde, das ist so ein guter Name. Ja, die ist halt so vergessenswert. Ja, aber es ist ja einfach, es ist ja einfach eigentlich so ein guter Name, aber ich denke, wie hieß sie nochmal, Edith oder sowas, halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist es dann doch der Name an sich. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht war sie auch der Figur aus Game of Thrones, also sie wirkt halt für mich immer wie so eine Discount-Version von Ygritte. Und ich denke mal an Astrid aus, ähm, How to Train Your Dragon. Ja, ist eine Mischung aus beiden. Aber, äh, ja, Isildo ist hier mit dem Messer und, äh, Theo kommt rein und gibt ihm erstmal ein wirklich, also den Rat hab ich nicht verstanden, weil der sagt, äh, von wegen, ja, hier, es, es, es bringt Unglück, ein Dolch mit sich im Gepäck zu führen, weil das verkürzt die Reise. Äh. Äh, das ist im Englischen, das ist im Englischen besser gelöst, weil Putting a Dagger in a Sack, wo ich mir dachte, okay, das ergibt mehr Sinn als die, ähm, deutsche Übersetzung, weil im Prinzip halt, dass dann die Gefahr ist, dass er den Sack von innen aufschneidet oder wie auch immer, so hab ich das gedeutet. Ach so, weil, weil, äh, weil hier muss ich sagen, fand ich es irgendwie total merkwürdig, weil ich mir so dachte, ich mein, äh, das ist ja durchaus eine gefährliche Gegend da, wenn man da irgendwie, äh, auf Reisen ist oder was. Und wenn man ein Messer hat, äh, dann verlängert das eigentlich mehr, äh, den Trip und nicht verkürzen. Aber, ja gut, mit dem, mit dem Sack, ja, äh, das ist dann aber bei der Übersetzung leider echt, da haben sie Sack mit Gepäck übersetzt, das, das ist, das ist nicht klug gewesen, Jan Odle. Naja. Aber, äh, Isildur nimmt ihn trotzdem mit. Theo fragt dann so relativ out of the blue, wie kannst du eigentlich damit leben? Isildur weiß gar nicht erst so wirklich, was er meint. Da hab ich, da hab ich wirklich auch einen Moment überlegt, ob die Szene eventuell sogar Improv gewesen sein könnte. Nein. Weil das war so merkwürdig geschrieben, weil der wirklich von jetzt auf gleich damit ankommt und nein, aber er meint ja Isildurs Mutter, also sagt dann, er hat das da in der dritten Folge gehört, wie, wie er das da S-Tritt, also Isildur, äh, ist S-Tritt am Lagerfeuer erzählt hat. Und, äh, ja, wir wissen ja, Theo hat auch noch an seiner Mutter zu knabbern und fragt dann, ja, ja, wie, wie, wie erträgst du das eigentlich, ja, äh, hat Isildur da ebenfalls noch, also hadert ebenfalls noch mit diesem Verlust und natürlich auch seinen Schuldgefühlen daran, bla, bla, bla. Und, äh, was ich auch eine etwas merkwürdige Formulierung fand, als er da sagt, ja, ich, 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 ich hab erst gemerkt, wie, 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 wie sehr mich das immer noch, äh, tangiert, als ich hier ankam. Dass er, als er, als er, als er sah, wie, wie herrlich Pelagie ist, gemerkt hat, wie, 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 wie klein und unbedeutend er doch ist, also irgendwie, vor allem Pelagie ist nicht herrlich. Vielleicht meint er die ganze Gegend insgesamt. Ja, ja, aber das ist hier ein abgeranztes Fischerdorf, während das, äh, in der Loa ist das ja ein riesiger Außenpost. Das ist das, wozu es letztendlich jetzt werden wird, denke ich mal, wieder. Ja, vorher hat er eigentlich nicht existiert. Ich meine, hier waren ja, hier ist ja auch schon angedeutet worden, dass hier Aquädukte, äh, der Numenora, äh, zu finden sind und sowas, ne, wo ja dann Theo auch meinte, ach, also sowas könnten Menschen ja nie bauen. Die sind ja vorher hier gar nicht, also klar, die haben ja Hande betrieben und so, aber, äh, das, also, nee, das, das funktioniert eben nicht auch, weil man Pelagie, ich muss sagen, Pelagie hat man sich so langweilig dargestellt einfach. Ich meine, es ist halt ein, ein, ein Ort zwischen den Zeiten, welcher einst groß war und jetzt vielleicht wieder bald groß wird, wenn man bedenkt, was noch in der Folge passiert. Ja, so hab ich mir das gedacht. Naja, hacken wir, hacken wir, äh, Theo schnell ab, äh, denn, äh, der wird jetzt auch nach draußen gerufen, dass er irgendwie bei ihm was ausladen helfen soll. Und, äh, schlägt dann auch, äh, das Angebot von Isildur aus, äh, ihn nach Numenor vielleicht zu begleiten, denn Theo bleibt lieber ein Niedermensch. Und als Isildur sich dann so, eher so, ja, ein bisschen kumpelig, eher von ihm verabschieden will, umarmt, äh, Theo ihn gleich. Also, der, Isildur will ihm eigentlich nur die Hand reichen und Theo umarmt ihn, mhm, ja, gut, ja, ein bisschen haben die ja was zusammen erlebt, aber, ach, mir ist auch Theo einfach echt zu egal. Ich, ich frag mich immer noch, warum der eigentlich noch in der Serie ist. Was mir vor allem aufgefallen ist, weil er trägt ja das Schwert bei sich und da ist mir erst wieder eingefallen, ach ja, stimmt, Galadriel ist ihm ja geschenkt und das sieht man aber jetzt erst wieder und ich hatte das total vergessen. Stimmt, das, ja, gut, die Szene fand ich ja leider auch nicht überzeugend in der ersten Staffel, das fühlte sich für mich überhaupt nicht verdient an, aber egal, Theo, raus mit dir, äh, Isildur sammelt hier seine sieben Sachen zusammen und als er dann denkt, dass Theo, äh, zurückkommt, weil er sich nochmal überlegt hat, ist es natürlich Estrid und hast du verstanden, was sie da mit sich rumträgt? Irgendwie so ein, irgendwas im, im, im Tausch gegen Theos oder was? Ich hab das nicht verstanden. Es sind, ja, es ist, es ist, es sind, es sind Bandagen, weil ich schätze, seine Wunde ist ja immer noch nicht ganz geheilt und sie hat jetzt quasi neue so Verbände für ihn, die er dann nochmal benutzen kann. Okay, das hab ich in mir nicht gepeilt, wenn ich ehrlich bin. Und, äh, sagt, könnt sie dorthin legen und ich hörte, du baust ein Haus und sie sagt, ja, ja, Hagen hat, äh, das das Fundament errichtet und so weiter und, äh, mir selbst ist aber bei dem Gedanken überhaupt gar nicht wohl, halt regelrecht übel, hier mit ihm zu sein und, äh, wo man halt merkt, oh, sie hat jetzt vor dem Nachhinein gedacht, äh, es ist irgendwie, also mir, Sie, 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 sie hat jetzt, sie hat jetzt endlich verstanden, was Liebe ist, Lasse. Ja, genau, ja, das ist, also sie, sie kann es auch nicht richtig in Worte fassen und letztendlich lassen sie dann auch gar keine Worte, sondern Taten sprechen, denn es kommt dann zu einem sehr leidenschaftlichen Kuss, wo die Musik besser passt, als, äh, Ja gut, äh, besser als in der Szene letzte Woche, äh, Das meine ich. Geht auch nur. Ja, es ist, es ist hier viel besser gemacht, sehr verdienter, weil dieser Kuss ist auch tatsächlich sehr leidenschaftlich, es ist eine, äh, Version von Estritz Thema, die, ähm, in voller Macht kommt und, äh, Äh, ich sehe, du sag, komm, komm mit mir, komm nach Numenor mit und wo ich denke, ja, wunderbar, komm mit, aber, äh, Ja, ich kann's kaum erwarten. Nicht durch die Rechnung. Ja, ich muss sagen, ich find diesen ganzen Plot leider furzlangweilig. Das Einzige, was man da vielleicht noch rechtfertigen könnte, wäre, ja, hab ich, hab ich ja schon mal angedeutet, dass, äh, Isildur soll ja eine Frau unbekannter Herkunft geheiratet haben und letzten Endes ist sie dann auch über 10.000 Ecken eine Vorfahrin von Aragorn dann, ne? Ja, und ich mein, und das ist, äh, deren Plot ist noch das, was mich am meisten interessiert, weil ich halt, weil ich die beiden Schauspieler auch einfach gerne mag und ich find, die funktionieren gut zusammen, aber letztendlich wird dem auch nicht sehr viel Zeit eingeräumt, leider, was schade ist, halt das meiste haben wir gekriegt in Episode 4 und ein bisschen was in 3. Oh, und da war's viel zu viel Zeit, ey, ganz ehrlich, wenn du das jetzt wirklich mal Revue passieren lässt, was war jetzt eigentlich genau der Sinn, also abseits von Estrid, äh, Isildur hier Pseudo-Tod, die ganze Staffel in, in Mittelerde zu lassen. Ich weiß nicht, würdest du uns vielleicht noch erschließen, im großen Ganzen dann, wenn's dann fortgesetzt wird. Naja. Jetzt letztendlich wollten sie, ich glaube, was einer der Gründe ist, vor allem, sie wollten Elendil ein bisschen isolieren in, äh, in Núminor. Mhm. Ihn, ihn dadurch halt, äh, schwächer und verwundbarer machen, dadurch eben auch ein bisschen mehr, ähm, seine Tochter gegen ihn aufwiegeln mit und so weiter und so fort. Also die haben sich schon gewisse Dinge dabei gedacht, es ist trotzdem nicht halt super elegant umgesetzt. Aber ich versteh den Grund. Äh, ich, ich find's auch einfach so langsam echt ne Frechheit, äh, ne hinzu erfundene Figur wie E-Arien, äh, so zum Zug kommen zu lassen, und während Arnarion bislang nur in, äh, zwei Nebensätzen erwähnt wird. Also, äh, ich mein ganz ehrlich, E-Arien gibt, gibt es nicht und Arnarion ist noch einfach sehr wichtig für den Plot. Der gründet das nördliche Königreich Arnor und bislang ist da wirklich null Aufbau für. Ja, ich mein, wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht doch schon alle Skripte irgendwie geschrieben sind und auf jeden Fall die gesamte Grundlage liegt, dann werden die sich irgendwas bei gedacht haben. Bisher erschließt es sich halt noch nicht ganz. Ja, überhaupt nicht. Also, ich mein, weiß ich nicht, dann hätten sie meinetwegen, keine Ahnung, dann hätten sie gleich einen Gender-Swap machen sollen und, und, äh, Arnarion ist jetzt einfach E-Arien, aber, äh, egal. E-Arien will ich eh nicht drüber nachdenken. Fürchterlich, was sie mit der Figur gemacht haben. Egal, wir kommen zu einer anderen, äh, fürchterlichen Figur, auf die E-Arien warum auch immer fliegt, nämlich kämen. Der taucht jetzt hier, äh, in Pelagia auf. Genau, mit dem Schiff gekommen, äh, ignoriert im Prinzip, äh, Theos Status dort. Was ich auch so ein bisschen amüsant fand, ehrlich gesagt. Wie, also hier, seid gerüßt, Niedermenschen. Und er will jetzt hier irgendwie Vermessungen vornehmen lassen oder sonst was. Und Theo stellt sich vor, hi, ich bin Theo, Sohn der Bronwyn. Und du denkst dir so, who the fuck are you? Also, wen, wen interessiert das? Vor allem, äh, warum sollte Kämen sich um Bronwyn schwer? Naja, ich schätze mal, dass sie, weil dann ja auch Hagen nochmal bekräftigt, ich stehe, er ist der, er ist der Sohn von derjenigen, die, die uns da ja so mit, ähm, heraus, äh, Baldovert hat. Und ich bin quasi hier der Anführer. Nee, das, das, das sagt er nicht. Er sagt einfach im Prinzip nur nochmal dasselbe wie Theon. Ja, stimmt. Äh, Theo und Kämen interessiert's immer noch einen Dreck. Also, und, und das fand ich auch Goldig Hagen, der vorher noch irgendwie, äh, Wildmensch-Typ Nummer 1 war oder was weiß ich. Äh, der ist neuerdings Anführer, äh, der Siedlung hier oder zumindest eines Teils der Siedlung. Äh, ja, haben wir nix von gesehen, was ihn dafür qualifiziert, keine Ahnung. Kennengelernt haben wir den eh nicht, weiß ich nicht, hat einen Namen, hat ein Gesicht und ist, ist der Verlobte von, von Estrid. Anführer der halben Siedlung war, glaube ich, eher auf Theo bezogen. Aufgrund dessen, dass er der Sohn vom Bronnwirt ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Hagen, weil jetzt nämlich auch die Wildmenschen zu ihnen gestoßen sind, dass er im Prinzip der Anführer von denen ist. Und das meint er damit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das wäre auch merkwürdig, weil die haben die Wildmenschen erst vorher, wer weiß wie, bekämpft. Wollten sogar förmlich einen Krieg gegen die anzetteln. Und dann machen die denjenigen, der da von den, von den Enns gefangen war, machen die dann jetzt plötzlich zu ihrem Semi-Anführer? Also, oder, oder auch Theo? Was, mein Gott, wen interessiert? Theo, ey. Vor allem, der war doch jetzt angeblich, das meintest du ja noch, der ist ja auch angeblich der Dorf-Highlights. Ist ja auch noch der Anführer. Also, was denn noch alles? Es ist, es ist alles nicht richtig definiert. Aber Kemen hat auf jeden Fall vor, die Siedlung auszubauen, großen Wachturm und beseitigt ein paar Häuser. Was für ein Kackort hier. Und dann kommt Isildur und im Schlepptau ist Estrid. Und natürlich ist Kemen nicht wirklich extrem überrascht, ihn zu sehen, aber auch nicht unbedingt erfreut. Ja, aber lässt sich dann, also überspielt das so mit halb gespielter Freude, sag ich mal. Äh, und meint dann auch, ja, deine, deine, deine Schwestern wird sich, wird sich, wird sich freuen. Also, E-Arien, ne. Schleimt sich dann auch erstmal so bei ihm ran. Ja, ich, ich hab ja nie die Hoffnung aufgegeben, als es irgendwie hieß, dass keiner überlebt hat. Ich wusste, du hast das gemacht. Und Isildur, äh, meint dann zu ihm, ja, aber hier, ohne, ohne mein Pferd Beric, was mich gerettet hat, hätte ich das ja eh nie geschafft. That being said, er will, äh, Estrid mitnehmen. Und meint dann, ja, also, ja, wir, wir haben doch hier auf dem, auf dem Schiff, haben wir doch bestimmt noch Platz. Aber, ja, äh, da ist Kemen dann deutlich weniger offen und meint, ja, nö, äh, wir haben zwar Platz, aber bestimmt nicht für Niedermenschen, wo dann, äh, auch noch Haken hinzukommt. Und das war wirklich, das fand ich so arschig, äh, dass, wirklich, Isildur, weißt du, er ist, äh, friendzoned, äh, Estrid in, dann macht sie heimlich mit dem rum und, äh, äh, reibt das dann anscheinend auch noch Haken unter die Nase. Dass sie jetzt irgendwie doch nicht mit, mit ihm gehen und ein Haus bauen will und sonst was. Und am Ende bandelt sie dann trotzdem wieder mit Haken an von dieser Folge. Also, das ist wirklich das, eigentlich, eigentlich ist Estrid schon eine kleine Bitch, kann das sein? Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr, steckt ein bisschen mehr dahinter als nur ein schönes Äußeres. Und ich meine, sie kommt ja raus in einem Volk, das so einige Entbehrungen hinter sich hat. Es ist, es ist extrem bitchig eigentlich von beiden Beteiligten und, äh, Haken ist der arme Kerl, der jetzt darunter leidet oder im Prinzip quasi ja nur stumm leidet jetzt gerade. Aber der hat ja auch keinerlei Profil, das ist es halt auch. Also, deshalb geht mir das auch emotional am Arsch vorbei, weil das einfach halt alles total underwritten, äh, Characters sind. Aber, naja, äh, Isildo witzig. Es wird ihm nicht erlaubt. Genau, äh, und dann spielt Isildo halt so aus, ja, hier, mein Vater ist das und das und Miriel ist, äh, Königin. Und dann, dann, dann können wir doch mal eine Ausnahme machen, oder? Und, aber er kriegt dann den Newsflash von Kemen, äh, dass Pharrason jetzt König ist und dass Isildos Vater wegen Hochverrats gesucht wird. Was dann Isildo provoziert, äh, also, der, äh, geht ihn schon wirklich an und meint, ey, du dummer Pisser, ich hab dir das Leben gerettet. Mhm. Und, äh, da müssen wir uns ja mal kurz, äh, zurückerinnern, äh, an, äh, Staffel 1, an diese Szene, wo Kemen als blinder Passagier, oder, oder, nee, nee, genau, Isildo hatte sich als blinder Passagier eingeschlichen. Genau, und Kemen versucht, die Schiffe einzuzünden. Genau, und dann, warum auch immer, hat Isildo, äh, Kemen gedeckt, was ich bis heute nicht verstehe. Er hat ihn ja vor allem gerettet, weil Kemen durch seine eigene Dummheit sich dann selbst ausgenockt hat auf dem Schiff. Ja. Und, äh, ja, aber letztendlich war es dann alles für die Katz, weil, äh, Kemen sich dann hier behauptet als der Anführer und, ähm, sagt, hier übrigens, ähm, sorgt bitte hier ordentlich für Holznachschub und so weiter und so fort. Und dann kommen wir sicher gut miteinander klar, sind doch alles nur Bäume. Er will jetzt aus Pelagie, will er jetzt wirklich eine Festung machen, also da macht er eine Ansage. Und, äh, Isildo bringt er damit relativ zum Schweigen, indem er sagt, ja, hier, verunglimpfe mich nochmal, also wage das nochmal und dann, dann wirst du nicht lebend zurückkehren nach Númenor. Und droht außerdem ja hier, die Menschen hier sehen Hunger, äh, äh, ausgehungert aus, äh, ich könnte ja dein Pferd Berek auch einfach schlachten lassen. Mhm. Das reicht dann, um Isildo erstmal Wind aus den Segeln zu nehmen und Kemen macht dann eben eine Ansage, wie das hier in Zukunft laufen soll. Also, er wird jetzt zum Heerführer dieser Festung. Die müssen Holzabgaben leisten, äh, für Schiffsbau der Flotte. Also, die Flotte der Númenorah soll ausgebaut werden und, äh, ja, das deutet dann, also, das deutet auch schon so ein bisschen hin, äh, wo, wo sich dieser Pharrerson-Plot in Staffel 3 hin entwickeln dürfte, ne? Mhm. Mhm. Kemen sorgt auch direkt für klare Verhältnisse, weil, äh, Theo kommt dann so kleinlaut an mit, ja, hier wurden uns doch Vorräte für den Winter versprochen, was ist denn damit? Und Kemen hat eine ganz einfache Devise, ihr schafft uns kein Holz dran, dann kriegt ihr auch keine Vorräte. Ja. Ja, Kemen ist und bleibt, äh, das größte Arschloch dieser ganzen Staffel. Also, selbst Sauron wünsche ich nicht das an den Hals, momentan zumindest, was ich Kemen an den Hals wünsche. Äh, ich muss sagen, den Schauspieler von Kemen fand ich in anderen Folgen, ehrlich gesagt, echt nicht gut. Also, auch nicht nicht gut gespielt, die Rolle ist auch einfach arschig geschrieben, im Grunde genommen eigentlich auch völlig überflüssig, aber, ja, er wird jetzt hier irgendwie zum, zum großen Zampano und lässt natürlich dann auch gegenüber den, äh, Südländern dann so ein, oder den Menschen von Pelage da so ein, so ein Semirassismus auch aushängen, ne? Ja, ordentlich. Ja, 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 sind die dann schon als, äh, nicht gleichwertig. Ne, ich finde das eigentlich ganz gut von ihm gespielt, als diese Art von, als Mittelerde-Version von Draco Malfoy ja eigentlich, die er hier hat. Ja, das trifft es. Ja, so in der Szene hier war er okay, in, äh, davor welchen fand ich den leider irgendwie auch komisch. Aber wir haben ja zumindest gehört, seine Mutter, äh, war auch in der fünften Staffel, äh, in, in der fünften Folge Rückblick ein totaler, äh, also schon irgendwie echt seltsam, wie Pharrason zu ihm sagt, ach ja, ich hab ja völlig vergessen, als, äh, du noch von deiner Mutter gestillt wurdest, da hat die gesagt, dass du ein total böses Ende nehmen wirst. Also, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ey, das, was ist das für eine Erziehung? Also, aber naja, äh, von Kemen sehen wir ja, glaub ich, dann in dieser Folge zum Glück nix mehr. Stattdessen kommen wir, äh, zu, äh, Galadriel, die jetzt zu Adar gebracht wird, also die hat sich ja, äh, gestellt, wird dann, äh, auf eine Lichtung buxiert von den Orks, wo, äh, Adar ihr zunächst den Rücken zukehrt und dann auch die Orks wegschickt. Ja, und, äh, und, äh, Galadriel leistet dann eigentlich auch gar nicht großen Widerstand, sondern sie nimmt, äh, die, die Bedingungen, die er ja schon vorher gestellt an, also sie, äh, sie, sie hat die neuen Ringe und, äh, wenn die Orks jetzt den, den Kampf einstellen, dann wird sie alles tun, was er will und ihm vor allem auch helfen, Sauron zu bezwingen. Mhm. Aber, äh, sie hat gar nicht so viele Trümpfe in der Hand, denn Adar hat, ja, ihren Elbenring. Ja, und, äh, wir sehen mit der Enthüllung der Hand, wo ich dachte, oh, oh, ich verstehe, nämlich, äh, als er dann letztendlich aufsteht und ihr das Gesicht zu wendet, sieht man, dass die Uruk-Entstellungen quasi fort sind. Ja. Und wir ihn jetzt als, äh, reinen Elben sehen, so wie er wahrscheinlich dann letztendlich schon immer ausgesehen hat. Eben so, so war, bevor, bevor Morg auf ihn unterjocht hat. Mhm. Und, ähm, das fand ich, war eine, war eine ziemlich, ähm, coole Wirkung und ich hätte mir eigentlich denken müssen, dass das so passiert mit ihm, äh, dass wir da irgendwie so etwas sehen. Ich glaube sogar, ich hab's mir gedacht, ich hab's noch nicht wirklich angesprochen. Ich fand's dann ganz cool, wie er dann, äh, äh, gesagt hat, als er zuletzt so ausgesehen hat, trug er auch noch einen anderen Namen, aber der ist, äh, letzten Endes bedeutungslos. Den Namen Adar, Ober, Obervater der Orks, was auch immer, oder auf jeden Fall, Vater hat er sich verdient. Ja, und ich war sehr froh, dass sie da nicht irgendeinen Charakter aus dem Ärmel schütteln, der er eigentlich ist. Ein wundervolles Zeichen von Zurückhaltung halt, äh, der Serie, weil ich dachte, die bereiten eigentlich alles vor, dass er sich irgendwie entpuppt als ein anderer wichtiger Charakter, unter anderem Namen. Mhm. Wo ich mir dachte, oh Gott, bitte sei nicht irgendwer, den wir kennen, irgendwie anders. Aber das ist er nicht. Letztendlich spielt es gar keine Rolle, wer er war. Das Wichtige ist, wer er jetzt ist, und das fand ich sehr gut. Ja, es gab ja verschiedene, äh, Theorien im Hinblick auf die Lore, äh, wer er hätte sein können. Aber davon erfahren wir ja nichts, weder, äh, in dieser Szene noch, äh, später. Denn, äh, ja, mit Adar geht es zu Ende in dieser Folge, äh, wenn auch noch nicht an diesem Punkt hier. Denn, ja, er will, er will sich diesen Namen, diesen, diesen Titel, diesen Rang unter seinen Orks zurückverdienen. Und nimmt, äh, relativ breit will ich den Ring ab und hält ihn ihr dann auch hin. Mhm. Äh, und macht ihr dann seinerseits ein Angebot, nämlich, dass sie ihm helfen soll, äh, Sauron ein für alle Mal zu vernichten. Und dann schwört er, dass er die Orks, äh, zurückbeordern wird nach Mordor und dass sie nie wieder in offenen Krieg gegen Mittelerde ziehen würden, äh, werden. Also wieder so dieses, ach ja, äh, ich will ja eigentlich nur mit meinen Orks in Frieden leben, was ich immer noch so ein bisschen, ja, wo ich immer noch so ein bisschen mit fremde. Weil, ganz ehrlich, äh, auch wenn er selber kein vollwertiger Ork ist, müsste er doch mitgekriegt haben, dass die alles andere als friedliebend sind. Man kann ja an sich arbeiten. Ja, aber die Orks nicht, aber ... Das ist wohl seine Logik, denke ich mir. Und Galadra ist dann relativ, äh, überrascht, weil sie meint, äh, ich bin vielleicht die Falsche dafür, weil keiner hat mehr Orks getötet als ich. Und, äh, wenn man sich noch dran erinnert, ich meine, in der ersten Staffel wollte sie noch ein Genozid an denen vollziehen, inklusive ihm. Ja. Aber, äh, das ist jetzt anscheinend alles vergeben und vergessen. Aber da reicht ihr dann den Ring und meint, dieser Ring, der soll dafür stehen, dass die Zwietracht zwischen Elben und Uruks, äh, damit, ja, beseitigt wird. Beziehungsweise, dass so der, der, der Graben zwischen beiden Spezies geschlossen wird, die ja vielleicht gar nicht so weit voneinander weg sind. Und, äh, muss ich sagen, fand ich gar nicht mal so einen schlechten Moment, auch weil ich den Adar-Schauspieler ... Ja, das ist halt so lustig. Ich hab mich kaum an den gewöhnt, dann, äh, ja, ist er vom Haken. Ja, ja, da greifst du noch ein bisschen vor fast. Ja, aber es ist eine, es ist eine, äh, gute Szene, interessante Szene, die dann aber unterbrochen wird, äh, weil die Orks eine Barre herantragen. Vorher noch, äh, Galadriel steckt sich den Ring an, ne, also, er, äh, gibt ihr den tatsächlich zurück, sie steckt sich den an, aber genau die Orks kommen und bringen auf einer Barre, äh, den anscheinend verwundeten Gluk. Und, äh, die berichten, äh, Adar dann, ja, sie haben Sauron gefunden und, äh, er wollte erst, äh, Gluk zum, zum Verrat zwingen, aber, äh, liegt anscheinend im Sterben und, äh, Adar spendet ihm dann noch Trost und meint dann, ja, hier, ich, ich ... Es ist nie zu spät für Vergebung und, äh, ja, dann, äh, ich weiß gar nicht, hast du's kommen sehen, was, was dann passiert? Ich hab's kommen sehen, aber ich dachte halt, das wäre Sauron, aber halt verwandelt. Oh, das wär cooler gewesen. Dachte ich, das wär dir in Tüllung. Ja, ja, aber letztendlich hat sich, äh, Gluk auf seine Seite gestellt, hat den Dolch in der Hinterhand und, ähm, sticht damit Adar an die Seite und dann haben wir eine Spiegelung der Szene vom Anfang der Staffel, wo die Orks alle auf ihn losgehen und auf ihn einstechen. Und ich fand, um den Kreis zu schließen, ist es gut. Ich fand die Umsetzung mangelhaft, weil es irgendwie so, weiß nicht, so, so halbarschig vorbereitet wird und dann noch irgendwie nicht mit genug Nachdruck durchgeführt wird letztendlich. Es ist alles irgendwie dann so, ja, und das muss jetzt noch passieren, damit hatte ich ein Problem. Ja, das ist halt so Plottpunkt abhaken, ne? Ja, das fühlt sich halt so abhackig an und ich finde, das sollte alles ein bisschen bedeutungsschwangerer drübergebracht werden. Das fand ich halt etwas schade, weil gerade der Anfang war so gut. Vor allem auch einer Figur wie Adar einfach irgendwie unwürdig, ne? Und also klar, das mit Gluk, das ist noch, also da ist ja noch am ehesten was zu spüren, aber das ist halt alles, das ist alles zu, zu sehr im Hintergrund. Und ich weiß nicht, da hätte man, wenn ich es jetzt ganz böse umschreiben darf, es wirkt da auf mich wie eine lausige Variation des, Spoiler für Game of Thrones, des Todes von Jon Snow durch seine Nachtwachenbrüder. Oh ja, das hat durchaus gewisse Parallelen, ja. Was gut ist an der Szene ist dann der Dialog, wenn er, er hebt noch einmal die Hand und sagt, meine Kinder und Sauron sagt, es sind keine Kinder. Ja, das fand ich gut. Also ja, Sauron kommt jetzt hinzu in seiner schwarzgewanderten Annatargestalt, wo ich übrigens mal sagen muss, sein Gewand ist schon geil. Diese, diese mit so halb grobe, halbe Rüstung, jetzt vor allem auch richtig mit dieser Rüstung. Ja, es ist toll, es sieht toll aus und Charlie Vickers macht das schon auch einfach gut mit allem drum und dran. Und dann haben wir eben auch diesen Moment, den Galadriel ja schon in ihrer Vision gesehen hat, nämlich Morgoths Krone, die auf einem Stein liegt und wo eine schwarzgewanderte Gestalt nachgreift, die dann eben jetzt Annatar ist, der sich diese Krone schnappt. Und, ja, während Galadriel sieht und, ja, während Ada zu Boden geht, dass der überhaupt ehrlich gesagt noch reden kann, weil, ich muss sagen, es hat mich in der ersten Folge und auch das hier, musstest du nicht auch ein bisschen an Mord im Orient Express denken? Ja, durchaus. Und ich meine, das hatte man dann auch schon in Folge 1 irgendwie. Aber hier hat das noch einen gewissen anderen Kontext. Und den letzten Hieb, den letzten Hieb führt Gluck aus und tötet damit Ada. Ja, das fand ich zumindest angemessen, weil Gluck ist ja so die, wobei es wurde halt auch nie etabliert, wer der jetzt genau ist. Ist der ein Kommandant? Ist der, ne? Ist auf jeden Fall einer der Höhergestellteren, ja. Und halt einer, der wohl auch Ada ein bisschen näher stand dann dadurch. Das wurde in Staffel 2 hier sehr gut etabliert. Und er ist ja auch derjenige, der sich so am ehesten davon verletzt gefühlt hat, wie Ada so nachlässig mit den Orks umging, gerade im Verlauf der Schlacht und so weiter. Und das ist alles gut vorbereitet. Letztendlich aber, finde ich, ist der Exit hier für Ada noch ... Und ich meine, ja, in gewissem Sinne hat er jetzt seinen Zweck erfüllt von deiner Plotseite her. Aber ich fand als Charakterfall interessant genug, dass ich ihn gerne noch weiter dabei gehabt hätte. Definitiv. Und ich finde es auch gegenüber Sam Hazelduin einfach ein bisschen, bisschen undankbar, dass der extra neu gecastet wurde. Seien wir ehrlich, in der Staffel hatte er eigentlich nicht viel zu tun. Und dann ist das auch ein Etwas ... Also klar, die Spiegelung ist durchaus gelungen für sich genommen. Aber ja, es wirkt so ein bisschen ... Also da wiederholt sich halt auch wieder was, wie die Macher mit Figuren umgehen, die sie nicht mehr brauchen. Die werden dann in der Regel und zwar teilweise äußerst brutal entsorgt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dagegen jetzt eine Medania halte oder diese Rian ... Gut, Ada hat jetzt schon ein bisschen mehr. Aber da merkst du auch, glaube ich, wieder, die haben nicht damit gerechnet, wie gut diese Figur ankommen würde, glaube ich. Ja, das könnte gut möglich sein. Letztendlich finde ich es ihm nicht unbedingt undankbar, ihm gegenüber. Das war ja nicht so beabsichtigt. Wir müssen halt seine Geschichte noch fertig erzählen und müssen ihn ... Und ich denke, das war ihm ja auch von Anfang an bewusst, wie begrenzt seine Screentime ist. Ich finde, er hat das Beste draus gemacht, das meiste. Und ich fand seine Szenen eigentlich auch immer sehr einnehmend und gut. Und es ist trotzdem halt schade, dass wir ihn letztendlich als Figur, auch ganz unabhängig vom Schauspieler, wo wir halt wirklich echt einen super Job gemacht haben, finde ich halt schade, dass jetzt die Figur weg ist. Weil der war echt ein Fan-Favorite. Und er hat gerade ordentlich Fans auf Twitter sowieso. Und da haben sich im Vorfeld ganz viele besorgt darum, wie er seine Tage sind gezählt. Und ja, wie er hier sein Ende findet, das wird vielen in vielfacher Hinsicht garantiert nicht gut bekommen. Ja, also für mich wird es ein Aspekt sein. Ich habe über den Verlauf dieser ganzen Staffel und insbesondere jetzt dieser Folge darüber nachgedacht, was sind eigentlich noch Aspekte, die mich an Staffel 3 gereizt hätten oder auch schon an Staffel 2 zumindest ein bisschen gereizt haben. Ja, und einer davon war Adar. Und jetzt ist Peter Mullen weg. Also König Durin ist weg. Adar ist weg. Das sind immer mehr Figuren, deren Schauspieler ich zumindest gut fand oder deren Figuren ich reizvoll fand in dem, was sie machten. Und das ist hier jetzt beim Rewatch zwar nicht ganz so sehr, weil ich ja wusste, was kommt. Aber ich war schon echt auch enttäuscht beim ersten Mal. Kelly Bremboi ist auch weg. Ja. Und gerade halt, finde ich, Charles Edwards hat sich in dieser Staffel so wundervoll hervorgetan. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich meine, ja, seine Tage sind auch gezählt, ist auch klar. Aber halt sein Ende war, weiß nicht, ein bisschen würdevoller. Ja, ich würde nicht sagen, dass es hier total unwürdig ist. Ich meine, es ist ja, wie gesagt, auch auf diesen Zirkusschluss hinausgelegt. Aber, ja, ich weiß nicht. Man hätte, vor allem, was ich halt schade finde, dass Sauron ist ja eigentlich dann sein direkter Gegenspieler. Und ganz ehrlich, wir haben gefühlt keine Szene wirklich mit beiden gekriegt in dieser Staffel. Also, das ist auch unbefriedigend. Es ist bedauerlich. Dann sagt er, diesen Austausch fand ich schön, wenn halt Galadriel sagt, das war alles von Anfang an euer Tun. Äh, das war alles so geplant, euer Werk. Und dann eher so, ach, ihr schätzt mich zu hoch. Selbst ich sehe nicht alle Verzweigungen der Straße. Ja, wobei, wobei das auch wieder nicht passt. Ja, genau, hier mit, ja, Verzweigung der Straße. Hattest du auch das Gefühl, dass das da Referenz auf das Hobbit-Lied ist? Ja, ich dachte. Die Straße gleitet fort und fort und das ausgerechnet bei Sauron. Ja, das war eine interessante Wortwahl, wo ich mir dachte, das ist irgendwie, das hat mich jetzt nicht so gestört, als so eine Art von Easter Egg, weil es auch innerhalb der, der Szene Sinn ergibt im Kontext. Ähm, es ist einfach nur so ein Zufall halt, wo ich dachte, oh, das ist okay. Mich hat's irgendwie rausgerissen. Aber, äh, bevor es dann ja zur Konfrontation, äh, oder zur Auseinandersetzung zwischen, äh, Sauron und Galadriel kommt, unterwerfen sich die Orks, äh, Sauron und der gibt ihnen, äh, die Anweisung, jo, löscht Eregion aus, lasst niemanden am Leben, obwohl, ah, doch, nee, bringt mir die Anführer der Elben. Genau. Und, äh, die stimmen dann einen Sprechchor an, äh, heil Sauron, heil dem dunklen Herrscher. Äh, hatte ich auch so ein bisschen Rosemary's Baby-Vibes, so, heil Adrian, heil Satan. Naja, die verpissen sich jedenfalls und, ähm, ja, da muss man sich jetzt auch, äh, mal so überlegen, warum genau schließen sich die Orks eigentlich so schnell Sauron an? Klar, die fühlen sich von Arda verarscht, aber Sauron, ja gut, man könnte natürlich jetzt sagen, die Orks, äh, die damals gelebt haben, die existieren ja nicht mehr, die wissen nicht mehr, dass Sauron letzten Endes genau dasselbe mit ihnen vorhat wie Arda, nämlich, dass sie einfach nur Kanonenfutter sind. Ich schätze mal auch einfach, dass, dass es so mit, äh, Saurons Magie ist letztendlich, dass er sie auch beeinflusst auf eine Art und Weise, wie er es vorher noch nicht wirklich konnte eventuell. Die wir auch wieder nicht gesehen haben. Das ist wieder Saurons Magie, die einfach, keine Ahnung. Also wie gesagt, die arbeitet halt sehr ungesehen, eben auch für uns. Ja, aber manchmal arbeitet sie jetzt hier ungesehen, dann wieder nicht, dann, also es ist ja auch nie, also das ist auch ein Kernproblem dieser Staffel, es ist nie so richtig, bis vielleicht auf Gestaltwandler, ist nie so wirklich definiert, was jetzt eigentlich alles Saurons Fähigkeiten sind. Das ist, das ist alles, äh, zu diffus und er hat ja hier irgendwie auch noch ein paar, äh, Asse im Ärmel. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, konfrontiert ihn Galadriel jetzt. Äh, will ihn von hinten erschlagen mit einem Schwert, aber er fängt ihre Klinge mit der Krone ab. Und ich muss sagen, das fand ich, also wie, wie er mit dieser Morgoth-Krone praktisch ihre Klinge festhakt, das fand ich schon ganz cool, muss ich sagen. Ja, und die Krone wird mehrfach in den Kampf eingebaut. Ist aber plötzlich nur noch eine normale Krone, gefühlt. Na ist er auf jeden Fall, äh, sieht er auch den Ring an ihrem Finger und, äh, bewundert ihn auch. Ja. Und, äh, verlangt ihn von ihr und auch die Neuen. Und man merkt, er steht auch immer noch auf sie. Ja, oh ja, ja, er ist immer noch, äh, genau. Er ist immer noch, er findet sie immer noch hot, äh, und will sie ja auch nicht verletzen. Also, das, das sagt er wirklich, er will sie nicht verletzen, wo ich mir so, äh, ja, okay. Aber die, äh, die Haladriel, äh, Schipper, die müssen jetzt hier, äh, ihr Futter kriegen, schätze ich mal. Ja, genau, weil letztendlich, äh, kauft sie ihm das nicht ab, ja, willst du mich heilen, wie bei ihr reagieren oder was? Und sie beginnen ihr Duell. Er will ganz Mittelerde heilen, ja, das, das ist ja seine Mission. Und ein Kampf entbrennt. Ja, ne, ne, ein Kampf entbrennt, ein Duell, äh, mit ihnen, mit, äh, mit epischem Chor, ein neues Thema im Prinzip. Äh, also so richtig, so richtig laut rufend und so richtig schon auch elbisch passend, aber auch martialisch genug für Sauron. Das ist alles, wir sehen hier aber nur den Anfang davon. Ja, äh, wir werden ja noch mehr als genug davon sehen. Also der Kampf jetzt sieht sich wie Hacke. Ja, genau, aber wir kehren ja wieder dann zu, äh, nach Eregion zurück, wo wir dann sehen, wie sich ein weiterer Teil dieser Vision erfüllt. Nämlich wie sie dann die, ich glaub, die Feanor-Statue ist es. Genau. Die sie, die sie dort stürzen und, äh, Elrond und, ähm, König Gilgalad, äh, sind unter den Gefangenen, die die Orks, äh, äh, ja, verwüsten und, äh, verbrennen letztendlich auch die Aufzeichnungen von, ähm, Celebrimbor, wo halt, äh, Elrond vehement, äh, dagegen spricht. Mmh. Da fehlt was. Ja. Aaron dir. Und das hab ich ja, das hab ich ja vorausgesehen eben, weil es ist nicht confirmed, dass er tot ist. Ja. Allerdings ist confirmed, dass er doch vergleichsweise ein bisschen schwerer verletzt wurde. Ja. Bevor man in dieser Folge aber eigentlich gar nichts mehr mitkriegt. Ja, absolut gar nichts. Das ist eins meiner massivsten Probleme mit dieser Folge, weil, äh, fein, dass er überlebt, da hab ich überhaupt nichts gegen. Äh, ich hab was dagegen, dass sie hier einfach, dass es anscheinend keine Rolle mehr spielt, dass er anscheinend ziemlich schwer verletzt wurde, weil ihr könnt ihn trotzdem irgendwie in diesen Szenen haben, aber irgendwie verletzt haben dann auch. Ja. Was, ich, ich, ich versteh wirklich nicht ganz, was das jetzt nun sollte eigentlich. Keine Ahnung, er ist, äh, das fand ich ja auch so komisch. Er ist ja, äh, ich mein, der ist ja overpowered as fuck in der ganzen Serie. Dann, äh, dann, äh, kann er gegen Adar überhaupt nichts reißen und dann hat ihm das eigentlich überhaupt nichts gemacht. Also, das ist ... Aber anscheinend genug, dass er für eine kurze Weile incapacitated war. Ja, er, oh, er lag einmal auf dem Boden. Man hat ja nicht mal Blut gesehen, ey. Das ist so ... Ja, aber ich mein, er wurde in irgendeiner Form, wurde er gestochen. Und zwar vergleichsweise schwer. Also, jedenfalls, das ist ihn jedenfalls für eine kleine Weile ... Ja, aber es scheint ja nichts, es scheint ja wieder keine Konsequenz zu haben. Also, auch im weiteren Verlauf der Folge, der ist einfach wieder da, so Kai aus der Kiste mäßig. Hallo, ich komm auch mal wieder vor. Vor allem ja später, ich mein, die Heilwirkungen des Rings wurden ja auch schon etabliert. Und er hätte einfach ein weiterer von denen sein können, die dann halt entsprechend damit geheilt werden. Ja. Aber stattdessen, aber letztendlich nämlich in diesen Szenen hier macht er eigentlich auch nicht groß was. Er ist einfach da. Ja, wie immer. Und das, was eben umso mehr dafür spricht, er hättet ihn genauso gut einfach verletzt haben können da irgendwo. Auf jeden Fall verletzt der, als er hier wirkt. Weißt du, was man hätte machen sollen? Das fiel mir im Nachhinein im Hinblick auf Folge 7 auf. Er hätte den Heldentod sterben können, statt diese Rian. Das hätte auf jeden Fall, das hätte halt definitiv mehr Impact gehabt. Aber letztendlich, ich mein, wir wissen ja nicht, wo sie vielleicht noch hinwollen mit ihm. Ja, nirgendwo. Und ich bin, mich persönlich stört's nicht, mich persönlich, ja, ich meine, jetzt in zukünftigen Staffeln meine ich. Ja, aber ganz ehrlich, der hat, du merkst das doch, der hat praktisch, also ich meine, dass er sich an Adar rächen wollte, das war ja zumindest noch so ein bisschen sowas wie eine Motivation für ihn. Aber das hat sich ja irgendwie auch völlig belanglos aufgelöst. Und ja, jetzt ist er eigentlich nur noch so Staffage, klar, das, das in anderen Staffeln kann man jetzt noch nicht sagen, wie sich das entwickelt. Aber ganz ehrlich, warum ist der überhaupt noch dabei? Das ist halt so, ich mein, der ist auch ein gewisser Fan-Favorite und ich mag ihn an sich auch, aber es ist halt, ich hab überhaupt gar kein Problem damit, dass er hier noch überlebt, aber halt ... Er ist kacklangweilig. Mal abgesehen davon, was wir jetzt individuell von ihm denken. Es wirkt für mich so, als hätten sie ihn sterben lassen wollen und dann im letzten Moment gesagt, ach nee, doch nicht. Und das ist einfach extrem sloppy. Ja, vielleicht, weil Ihnen mal aufgefallen ist, dass das dann bereits der dritte diverse Elb gewesen wäre, den sie über die Wuppa geschickt haben, ne? Aber, äh ... Das ist aber so komisch, halt, weil dann löst das, dann löst das anders mit ihm, inwiefern er da verletzt wird, weil es sah vergleichsweise schwer aus. Tja. Und dann, aber das dann einfach nur, um zu machen, damit der Cliffhanger noch doller in die Magengrube tritt. Und, aber dann ist es hier einfach null sichtbar, dass er in irgendeiner Form verletzt ist. Auf der anderen Seite, wenn du überlegst, ähm, ja, letzten Endes macht er ja dann so ein bisschen eigentlich die Bronwyn im Geiste, ne? Ich mein, der ging's ja auch wieder, die war ja auch wieder topfit am Ende von Staffel 1 und dann einfach tot. Ja, aber das werden sie nicht über die machen in Staffel 3, aber halt, es ist halt so, das fand ich einfach so, so sloppy. Sie hätten das einfach anders lösen müssen mit ihm hier, dass er dann halt ... Der hätte, ohne Mist, der hätte, der hätte einfach den Heldentod von dieser Rian sterben sollen. Ich mein, das wär eine Möglichkeit gewesen, aber andererseits halt, wie gesagt, dann macht's nicht so, dass es aussieht, als wäre er knapp vor Tod in Episode 7. Aber es passt da halt dann gut und die Dramatik und dann ist es auch wieder völlig egal und deswegen ... Also nicht nur, dass mir die Figur egal ist, sondern halt auch solche, solche, äh, faulen Taschenspielertricks oder nicht Taschenspielertricks eher schon ... Also es ist einfach plump, wie es ist, aber es ist einfach schlecht geschrieben an der Stelle. Ähm, wir haben da noch so einen Moment, wie, wie Elrond dann irgendwie sieht, wie die Schriften da verbrannt werden. Da hab ich mir auch wieder so gedacht, weißt du, am Ende der, der, äh, siebten Folge, da, äh, ließ ja Elrond auch so den Blick so schweifen, so a la Halldir in Helmsklamm. Und da dachte ich mir auch so, ja, da hätte man was draus machen können. Und hier ist es wieder genauso. Also, die, die verbringen nicht genug Zeit in solchen Momenten, um das mal wirklich wirken zu lassen und deshalb verpufft es komplett. Also für mich zumindest. In dem Fall hier war das genug für mich, fand ich, wo ich dachte, ja gut, äh, bedeutungsschwangere Einstellungen, wie die Dinger verbrennen, ist fein, weil sie auch vorher etabliert haben, wie wichtig ihm das ist, ist schon okay. Also damit hatte ich jetzt kein Problem. Ich war zu sehr abgelenkt von, oh, Arondir geht's anscheinend wieder gut. Mhm, ja gut. Arondir ex machina. Gehen wir zurück zum Duell. Ja. Ähm, wo, äh, Sauron, äh, sie auch mehrfach verletzt tatsächlich, äh, in der Seite, an der Schulter, also fügt ihr so kleine Schnitte zu. Und die Krone wird nach wie vor in das Duell mit einbezogen. Sie bewegen sich auf einen freieren Platz, wo so ein alter Steinkreis steht, was ziemlich cool aussah. Ja, auch interessante Implikationen, oh, wo ist das her, was könnte das sein? Ich fand, das war eigentlich insgesamt ein schöner, ein schöner Schauplatz einfach für einen, äh, Showdown wie diese. Ich fand die Musik, ehrlich gesagt, ich weiß, du hast sie wahrscheinlich, äh, abgefeiert, bis ins Valhalla, aber ich fand die wirklich sehr, sehr pathetisch. Sie ist halt, ja, also ich meine, man muss ja bedenken, was hier eigentlich tatsächlich abgeht zwischen den beiden Charakteren. Vielleicht ist letztendlich die Location nicht spektakulär genug für dich, um sich den zu verdienen. Ja, das trifft es, weil letzten Endes ist es am Anfang einfach nur ein Wald und dann, ja, irgendwelche random Trümmer, äh, weißt du, wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, oh, das ist irgendwie, weiß ich nicht, der, der Vala-Altar von, von, äh, Eregion oder irgendwas anderes Besonderes, aber letzten Endes sind es einfach nur random Trümmer. Der Kampf an sich, äh, sie kriegen es selbst hier im Kampf noch hin, dass ordentlich gelabert wird. Und, also, Sauron meint dann ja irgendwie so von wegen, ja, sie müsste es ja eigentlich am besten wissen, dass man erst, dass man, um, um ans Licht zu kommen, erst die Dunkelheit berühren muss. Und Galadriel wehrt sich dann dagegen und meint, ja, wir, wir, wir sind ja nie gleich gewesen und waren es auch nie und das ist immer nur eine, immer noch eine eurer Illusionen. Dann schafft sie es, äh, ihn tatsächlich sogar, äh, von einer, von einer Böschung runterzustoßen. Ja. Sie hinterher und, äh, ja, er erscheint ihr dann nicht mehr in, äh, der gewohnten Form, sondern, also, er war ja zuletzt, äh, als, äh, als Anathar in diesem schwarzen Gewand, was ja auch durchaus was hatte. Nee, er steht jetzt wieder als Halbrand da, äh, nur ohne Bart. Genau, und er hat wirklich in seiner fast schon König der Südlande Form, also mit dieser Rüstung, in der wir ihn auch schon kennen. Ja, also, äh, er hat, er merkt, äh, wenn, wenn es so ein bisschen brenzlig wird, dann muss ich wieder auf diese Tricks zurückgreifen. Was hier, finde ich, aber auch ganz gut gelöst ist und, ähm, und eben an eurer Seite zu kämpfen, oh, wenn ich nur diesem Gefühl festhalten könnte und so, weil da haben sie ja schon ein bisschen so, so, da sind sie ja schon. Ja. Äh, fast irgendwie geistig irgendwie intim geworden in Episode 6 von der ersten Staffel, aber sie will davon nix hören. Also, da merkt man, er wurde, äh, geil auf sie wahrscheinlich, als er gehört hat, dass sie, äh, Genozid, äh, plant an den Orks. Aber diese, diese Vision hier von Halbrand ohne Bart, die haben wir auch schon mal gesehen, ne? Ja, genau, das war auch mit, äh, in dem, was sie halt, äh, was der Ring ihr gezeigt hat. Sie, sie hat praktisch eine Art Teaser schon gesehen für Volga. Genau, ja. Und dann, äh, wechselt wieder die Gestalt, indem er hinter eine Säule geht und wieder hervor und ich dachte, ich dachte schon, oh, er verwandelt sich, oh, aber in was? Und davon war ich überrascht. Denn er verwandelt sich in sie. Mhm. Und im nächsten Abschnitt des Duells kämpft er gegen sie und sagt ihm auch noch etwas, was sie dann gesagt hat, halt, sie konnten mich nicht mehr unterscheiden von den Bösen, dass ich bekämpfte. Also, er geht so richtig tief. Ja, das war, das war, äh, fies. Wobei, ich hatte ehrlich gesagt die Hoffnung, also auch schon hier bei Halbrand ohne Bart, ich hätte es ehrlich gesagt geil gefunden, wenn er sich, äh, also auch wenn nicht etabliert wurde, wie der aussieht. Aber wäre es nicht geil gewesen, wenn er sich in Kehleborn verwandelt hätte? Ja, ich dachte jetzt auch gerade darüber nach, das wäre eine coole Wirkung gewesen. Aber ja, den heben sie sich ja noch irgendwie auf. Ich verstehe auch, äh, in dieser, aus dieser Hinsicht, weil wir haben ihn noch nicht gesehen, wir wissen nicht, wie er aussieht. Die Wirkung wäre irgendwie halbwegs verpucht, weil da müsste es sich laut aussprechen. Oh, oh, Kehleborn, mein Schatz, was ist los mit dir? Sie hat ja auch nie, sie hat ja auch nie, ich weiß ja nicht, wie tief da seine Kräfte reichen, wie tief er da in sie blicken kann, wirklich. Und, und ob er sich dann nur auf das bezieht, was er wirklich weiß. Und, äh, deshalb, äh, bezieht er ihn da nicht mit ein. Weil ihm gegenüber hat sie Kehleborn ja nicht erwähnt, also, ich denke mal, das ist mit der Grund. Ja, obwohl, äh, wenn er so tief in sie eingedrungen ist, in der, äh, ersten Staffel, dann dürfte er ja, ich meine, er hat, sie hat das ja zum Beispiel auch gegenüber Theo erwähnt, äh, den sie gerade eben mal kennengelernt hatte, aber okay. Das ist da halt auch einfach echt nicht gut geschrieben. Man muss bedenken, die ist ja, die ist ja eigentlich sogar immer noch verheiratet, ne? Elrond hat sie auch schon abgeschlabbert und, äh. Ja, aber in einem anderen Kontext. Irgendwie, ja gut, aber, äh, also ich hab jetzt hier in meinen Notizen stehen, Galadriel versus Sauladriel. Äh, Galadriel schafft es dann, äh, ihr, äh, Spiegelbild so zu, äh, es, es, es hat ein bisschen, ich weiß nicht, äh, du bist ja nicht hier, Legend of Zelda bist du ja nicht so drin, aber da gibt's ja, äh, in Ocarina of Time gibt es ja ein Tempel, wo man, äh, gegen einen, äh, Schattenlink spielt, der einen genau, äh, spiegelt. Genau, ja, ja, das ist, das, das, das kenne ich immerhin, den Moment. Aber das, das, Ocarina of Time, äh, Meisterwerk. Hätten sie noch ein bisschen mehr draus machen können, aber letztendlich, äh, ist der Abschiedler nur sehr kurz, dann verwandelt er sich nochmal in, äh, Celebrimbo. Man hätte da wirklich mehr draus machen können, aber ja, äh, ja, äh, saubern verwandelt sich in Celebrimbo und sagt im Prinzip nochmal genau dasselbe wie in Folge 2, also, ist das nicht der Samen, den ihr gesät habt? Genau. Also wirklich wortwörtlich aus dieser Vision, auch wieder aus der zweiten Folge, die Szene, also mit dem Rotlicht und so, das fand ich ja gar nicht schlecht, aber, äh, dazu kommt es hier nicht. Äh, beide, äh, fallen irgendwie von einem Felsen, wo man sich auch denkt, meine Güte, was halten die eigentlich noch aus mit ihren irdischen Körpern? Ja, ich mein, das ist nun wirklich nicht hoch, was sie da fallen, zwei Meter. Nö, aber, äh, ja gut, bei, bei Galadriel kommt ja jetzt noch einiges, ne? Äh, die kriecht, äh, auf ihr Schwert zu und, also, Sauron, äh, kickt es dann aber weg, ist wieder in seiner Anathar-Gestalt, hat jetzt, äh, sowohl ein Schwert als auch die Krone von Morgoth und, macht ihr dann so eine Ansage, ja, letzten Endes kenne ich dich doch und ich, ich, ich kenne deine Gedanken und das Tor ist immer noch offen? Ja. Ja, und da muss ich auch einen kleinen Pluspunkt, äh, verteilen an, also nicht jetzt direkt an Morfitt Clark, aber zumindest an Galadriel, ich kann selber nicht glauben, dass ich das sage, äh, so langsam steigert sich ihr Konto. Äh, diesen, äh, Ausspruch, also diesen One-Liner, äh, das Tor ist geschlossen und wie sie ihn dann da runterkickt, das war schon, das war schon zumindest mal, äh, gut Badass irgendwo. Ja, und ich hatte aber, als ich das gehört habe, als sie dann gesagt haben, dass, äh, das Tor ist geschlossen, das, das wirkte wie so ein Statement, Muschizu. Ja, 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 ja. Times up so ein bisschen, ne? Ja. Das, das, da, ich muss, ich muss mal kurz auf diese, äh, bei, bei YouTube ist das ja so, dass da Leute in den Kommentaren, also die die Serie eigentlich hassen, die schreiben da immer so hemmische Kommentare, äh, loved that moment when Galadriel just raced into the army of Orcs and said it's Morbin time oder it's, it's Galadriel time und das war eigentlich, das war eigentlich fast schon so ein Moment hier. Im Prinzip, ja. Und, und, äh, also wahrscheinlich machen dann irgendwelche, äh, YouTube, äh, Dudes dann da raus, äh, dass sie dann da noch irgendwie sagt, this is Sparta oder so, ne? Ja, das passt sehr gut. Auf jeden Fall duellieren sie sich weiter, sie kann ihm sogar auch einen Kratzer an, äh, der Wange hinzufügen. Ja. Aber letztendlich schafft er es dann, äh, sie mit, äh, mindestens einem Zacken der Krone tief in die Brust zu stechen, wo ich auch dachte, oh fuck. Ich meine, letztendlich, wir wissen, dass hier endet mindestens in irgendeiner Art von Draw, denn wir wissen, beide Charaktere spielen ja noch eine Rolle. Ja, und deswegen hat's mich auch, äh, zum einen hat mich das deswegen nicht so wirklich gekriegt und ich fand, dieser Kampf zog sich auch ehrlich gesagt. Ich fand nicht wirklich, also ich fand, ich fand das Duell war letztendlich, ich meine, das war halt kein Vergleich mit dieser Scheiße wie in Star Wars Episode 3, wo halt einfach Ewigkeiten deiner Lava rumgeturnt wird. Ja, aber da wurde zumindest, äh, mal irgendwie hin und her geschnitten. Die, die Sequenz hier am Stück, das ist mir zu lang. Ist fast am Stück, halt bitte eine Ausnahme von dem Anfang, ja. Aber letztendlich bleiben wir doch vergleichsweise lange hier. Aber trotzdem ist so eine gewisse Tension da, wo ich mir dachte, oh shit, das tut weh. Ja, aber du weißt doch, dass da nix ist. Jetzt hätte ich wusste, äh, warte, ich hab ja darauf halt gewartet, okay, wie endet das jetzt? Wie kommst du denn da raus? War dann halt das vergleichsweise Interessante dabei. Also ehrlich gesagt, hätte er eigentlich gar kein Schwert gebraucht. Ich finde es viel geiler, wie er sie mit dieser Krone immer wieder festhakt. Das, das ist, das ist wirklich ganz cool. Aber der hat von Anfang an, der hat von Anfang an schon ein Schwert und kämpft gegen sie. Ja, wo er, wo er das so plötzlich her hatte, weiß ich auch nicht genau, naja. Das ist, das ist Ardars Schwert. Ach so, okay, das, das ist mir, okay, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, er rammt diese Krone in sie, äh, praktisch auch, weiß ich nicht, fast schon durch ihr Herz so ein bisschen, hatte ich das Gefühl. Ja, es ist definitiv, äh, an einer gefährlichen Stelle. Ja, und macht ihr dann nochmal eine Ansage, dass, äh, er hätte ihr diese Krone lieber aufgesetzt und, äh, hätte nicht er Ruhe gegeben, bis er ganz Mittelerde dazu gebracht hat, ihr als seine Königin zu huldigen. Ja, aber die freien Völker von Mittelerde werden euch immer trotzen. Genau. Und, ähm, er zieht die Krone raus und sie fällt zur Seite und dabei fallen dann auch, ähm, die Ringe aus ihrem Gewand. Mhm. Und die, die Ringe sind, die Ringe sind mein, äh, sagt er dann noch und hebt die Ringe auch auf, nimmt sie an sich. Dann hören wir ein merkwürdiges Horn-Signal von unten. Ein sehr merkwürdiges. Ja, was ich auch nicht zuordne, Kontest hoch, was ist denn jetzt los? Von oben war nicht genau zu erkennen, was dann dann passiert, aber dann schneiden wir hinunter. Ja, die, die Zwerge sind jetzt doch da. Oh! Was mich echt überrascht hat, wo ich dachte, oh, das ist ein netter Twist, weil ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass sie dann jetzt doch noch kommen. Naja. Es ist eine sehr, es ist eine sehr kurze Sequenz, aber irgendwie auch eine coole Sequenz, weil wir sie da sehen, wie sie mit diesen mechanischen Armbrüsten im Prinzip auf die Orks losgehen. Von den Mauern aus und von verschiedenen Richtungen aus. Die, die Elben, äh, nutzen auch den kurzen Moment der Verwirrung, um sich wieder, äh, freizukämpfen. Alle Anführer, die wir da sehen. Elrond denkt, oh, Durin. Aber es ist nicht Durin, der sie anführt, sondern es ist Narvi in einer der Rüstungen und der sagt, Durin trauert. Ja, äh, wo ich mir dann die Frage stelle, äh, warum genau ging das vorher nicht? Weil letzten Endes ist jetzt genau das passiert, was ich ja als Alternative, äh, äh, mir ausbaldowert hatte in Folge 7. Also, dass Durin einfach da bleibt und dass Narvi die Zwerge jetzt da hinführt. Das hat jetzt doch funktioniert. Also, warum ging das nicht schon viel eher? Ja, ich schätze, es hat sich einfach ein bisschen verzögert dann. Und letztendlich hat dann Durin das erst, erst quasi das Okay gegeben, als er wusste, mit was sie es zu tun haben. Und als dann die unmittelbare Gefahr gebannt war, hat er sie dann erst losgeschickt. So könnte ich es mir ungefähr vorstellen. Ja, aber, äh, er brauchte doch nicht, um die unmittelbare Gefahr zu bannen. Also, die unmittelbare Gefahr war zu dem Zeitpunkt nicht der Balrog, sondern einfach nur sein Vater. Und deshalb müssen nicht 200, äh, Zwerge, die eigentlich helfen sollen oder noch mehr, was weiß ich, äh, die hätten auch direkt mit Narvi dahin marschieren können. Also, das, und ich muss auch sagen, ich fand ehrlich gesagt, ja, mit den Armbrüsten war nett, aber für das, was da aufgebaut wurde, äh, in der, in der vorherigen Folge, auch mit dieser Rede von Durin, unterm Strich ist, dass sie ehrlich gesagt wieder irgendwo ziemlich mau und erneut wieder Sparversion, weil wir sehen ja, ich meine, das, wir, wir sehen ja nicht mehr irgendwie, Narvi sehen wir in Rüstung alle anderen Zwerge wirklich nur so ganz von Weitem und ehrlich gesagt Armbrüste finde ich für Zwerge auch irgendwie ein bisschen lahm. Ja, Armbrüste sind tatsächlich, äh, siehst du, Armbrüste sind ganz oft bei Zwergen, in allen möglichen Medien tatsächlich. Ja, das kann ja, das kann ja ganz gut sein, aber. Es ist sehr viel eher als zum Beispiel Pfeil und Bogen. Ja gut, aber es wurde ja trotzdem nie etabliert, dass sie über sowas verfügen, sondern in erster Linie immer nur mit Äxten. Das ist aber, wie gesagt, das, das geht alles ein bisschen weiter als bisher irgendwie da in der Serien- und Film-Lore irgendwie halt. Du siehst ganz oft Zwerge wirklich, äh, Zwergenfernkämpfer mit, mit Armbrust bebildert und auch in irgendeiner Form mit der technischen Kinkerlitzin und so weiter. Also, das hat für mich, das musste man nicht extra etablieren, ich fand das eigentlich ganz gut, dass das jetzt so hier übrigens, oh, und hier, sie haben diese Armbrüste. Cool. Ja, aber es wird sehr schnell, es wird sehr schnell weg inszeniert. Ja, letztendlich kommen sie ja einfach, im Prinzip nehmen die Zwerge hier dann jetzt die Stellung der Adler ein, kurz. Wenigstens wurden sie ein bisschen besser vorbereitet. Wenn nichts mehr geht, dann kommen die Adler. Ja, es ist viel weniger, als ich mir gewünscht hätte letztendlich für diese Folge, wo sie sowieso so viel beenden müssen, ist es jetzt einfach so, wir brauchen jetzt das hier schnell, damit sie da irgendwie wieder rauskommen. Aber ja, dann, ich hätte mir sehr viel eher dann so was richtig, so einen richtig triumphalen Moment wirklich gewünscht. Ja, und den kriegen sie nicht, das wird, also ich meine. Aber von den Problemen, die die Folge hatte, war das hier wirklich das Geringere. Ja, aber du musst überlegen, du hattest ja, ich meine, das hast ja selbst du als Epic-Cockblock. Also letzten Endes ist es eigentlich genau dasselbe, was sie in der vorherigen Folge mit den Elben gemacht haben. Sie täuschen erst irgendwas an, das findet dann nicht statt. Und statt einen, äh, eventuell sogar besseren Ersatz bekommst du was ziemlich maues oder einfach gar nichts. Ja. Das ist wirklich, wirklich enttäuschend. Und ich fand es auch, also ist jetzt nichts gegen Charlotte Brandstrom, aber ich fand sie ehrlich gesagt auch fast ein bisschen lahm inszeniert irgendwie. Und das, das wurde, das wurde so weg inszeniert einfach. Da merkst du wieder, die nehmen sich keine Zeit für die Action und da ist wieder, also auch, dass du die nur so von Weitem siehst, auch schon in der ersten, äh, in der, in der siebten Folge dieses Zwergenherren, dieser langen, weiten, totale, wirklich, ich glaube, dass die, äh, also bis hier auf Navis Rüstung und vielleicht zwei, drei, ich glaube, dass die keine einzige wirklich, äh, hergestellt haben, abseits davon. Ja, ich meine halt, das ist tatsächlich die Rüstung, die wir auch schon vorher gesehen haben, öfter mal vertreten in Kasadum. Ja. Aber dann sind wir da auch schon wieder weg und wir sind oben bei Galadien und es kommt zu dem Moment, wo ich richtig Angst hatte tatsächlich, aber aus einem bestimmten Grund. Mhm. Nämlich, äh, Sauron fordert den Ring von ihr, also ihren Ring. Ja, und er sagt es nicht nur einfach, sondern er spricht in ihrem Kopf zu ihr. Genau, ja, das stimmt, das ist auch wichtig. Und dann, äh, kann sie warum auch immer, äh, aufstehen? Da, da habe ich mir halt die Frage gestellt, weil ganz ehrlich, äh, die müsste doch jetzt eigentlich schon sowas von tot sein. Wie gesagt, halt, Elben sind, äh, ein bisschen widerstandsfähiger und gerade halt, ich meine, sie ja auch. Ja, aber diese Morgoth-Krone ist ja auch, ich meine, überleg mal, die hat Sauron in, äh, seiner Gestalt auch damals getötet. Jedenfalls geschwächt auch, ja. Ja, oder erheblich, erheblich geschwächt. Ja, aber ganz ehrlich, Sauron ist ein, äh, übermenschliches Wesen und Galadriel ist, ja gut, eine Elbe. Aber, weißt du, dann musst du dich auch fragen, ähm, weil du jetzt wieder meinst, Elben sind so widerstandsfähig. Warum sind dann eigentlich so schrecklich viele gestorben in der letzten Folge? Dann haben, also die haben ja gefühlt nichts drauf gehabt. Wie gesagt, das ist halt immer alles. Ähm, äh, du meintest, äh, du hattest Angst hier. Äh, äh, worum genau? Also, äh, ich hab mich, äh, unabhängig jetzt von ihrer Verletzung, hab ich mich halt schon gefragt, äh, steht sie hier eigentlich auf, weil das sein Wille ist? Das ist ja, das ist ja so ein bisschen wie, wie Frodo immer gezwungen wird, vom Hexenkönig den, den Ring aufzustreifen. Und hier ist es dann das Gegenteil, sie streift den ab. Das ist, das ist, das könnte eine Möglichkeit sein. Ja, aber sie nimmt den Ring ab und es sieht so aus, als würde sie ihn ihn geben. Und hier hatte ich super doll Angst, dass sich hier einen ganz schlimmen Lore-Fauxpas begehen. Mhm. Es ist begründet, dass Saurons Hand die drei Elbenringe nie berührt oder besudelt hat. Ja. Und bisher sind sie dem treu geblieben. Und ich dachte, oh bitte, nein, er darfst nicht anfassen, nicht anfassen. Das wäre so ein großer Fehler. Aber zum Glück kommt es nicht so. Ich schätze, die wussten ganz genau, dass es da für, für bestimmte Teugehnenfels, oh Gott, was machen sie? Aber nein. Mhm. Äh, sie sagt nämlich zu ihm, ihr wollt Mittel-Erde heilen und dann nimmt sie den Ring im letzten Moment wieder weg, bevor sie ihn ergeben kann und sagt dann, heilt euch selbst und stürzt sich rücklinks, äh, von der Klippe hinunter mit dem Ring in ihrer Faust. Und Sauron will sie quasi auch noch festhalten, aber schafft es nicht. Und sie fällt hinunter und die Elbenanführer sehen es von, äh, weitem, dass sie dort hinunterfällt, dass dieses, äh, als dieser weiße Punkt vor der Klippe. Ja. Und Sauron steht oben und schaut hinunter. Äh, da muss ich jetzt übrigens sagen, den Moment, wo sie da, äh, den Ring ihm fast in die Hand fallen lässt und er dann schon so ein Lächeln im Gesicht hat, also, da, das fand ich schon gut, wie sie da halt so die Hand so langsam umkehrt und dann im letzten Moment doch noch eine Faust um den Ring ballt. Das, das fand ich gar nicht schlecht. Aber hiermit von wegen, heilt euch selbst. Also, da hab ich halt auch wieder gemerkt, irgendwie wiederholt sich nochmal, äh, dieser Badass-Moment von vorhin. Das ist einfach sehr, sehr ähnlich. No, es ist anders genug. Also, der hat bei mir nicht hier so gezündet und, äh, wie sie dann da runterfällt und das dann überlebt, obwohl sie eigentlich schon längst tot sein müsste, ey, das ist so, ach, das ist schon viel Plot-Convenience, die man da schlucken muss, finde ich. Ja, aber man muss ja sagen, sie hat ja auch den Ring bei sich durchaus, also, in gewisse Sinne hilft er ihr bestimmt, aber, ey, das ist ein bisschen vage. Ja, aber womit denn genau? Das ist, das ist der Ring des Wassers, was soll der denn ausrichten? Weil, irgendwie schützt er dann halt auch den Träger und, äh, ja, aber womit denn? Ja, mit Magie. Ja, aber, ja, und wo sehen wir die? Na, dadurch, dass sie nicht stirbt. Ja, äh, okay, und, äh, was war in den ganzen, äh, Szenen in der ersten Staffel, wo sie eigentlich hätte tot sein müssen? Also, äh, hat sie den Vulkanausbruch auch über Magie erlebt von einem Ring, den sie da noch nicht hatte, oder? Nö, ich glaube, da waren die weit genug weg, dass, ich meine, da haben ja auch andere überlebt, als dann so dieser Aschewolke kam. Äh, sie war nicht weit genug weg, sie war genau im Zentrum. Ja, aber ich meine, sie war ja nicht, sie stand nicht direkt neben dem Vulkan, meine ich, der war ja ganz weit weg. Nein, sie stand nicht direkt neben dem Vulkan, aber die Aschewolke kam auf sie zu und sie hätte sowas von tot sein müssen. Aber, äh, egal, äh, da haben wir uns vor zwei Jahren schon, äh, drum gekappelt, äh, ja, Sauron bleibt zurück. Also, äh, Aron, Dirgil, Galat sehen sie fallen und, ach ja, Galadriel, wir jetzt, die das überlebt haben, schalten sie auch nächste Woche wieder ein. Same bad time, same bad channel. Genau, genau, da sind wir, äh, noch nicht. Äh, nein, Sauron bleibt oben, äh, stehen und, äh, Orks kommen zu ihm, beziehungsweise Gluk, der, äh, ankündigt, ja, hier, die Zwerge sind aufgetaucht und die, also der Feind ist uns mit einem Mal überlegen, die, die Zwerge, die sichern den Rückzug der Elben. Und sollen wir nicht lieber das hier, das hier abblasen oder was auch immer und Sauron lässt ihn dann gar nicht, also, er hält sich gar nicht erst groß mit Erklärung auf, sondern sticht ihm mitten im Satz, glaube ich, in den Hals. Ja, und sehr gut gespielt, fand ich auch, weil es war vollkommen emotionslos, ähm, auf, äh, Saurons Seite und, ja, er fällt, äh, zur Seite, was eine, andere Orks natürlich auch entsprechend, äh, überrascht und verängstigt, aber Sauron ist es scheißegal. Er schaut wieder zurück, dann sehen wir, ich mochte sehr diesen Linseneffekt und das ist nicht das einzige Mal, dass sie den machen, dieser, wir sehen diese Vogelperspektive so langsam auf Galadriel, wie sie zwischen den Bäumen liegt und es ist so dieser verschwommene Effekt, der sich so langsam dann löst und es ist so dieser, dieser kreisrunde Filter im Prinzip. Das mochte ich auch, äh, vor allem ist es dann ja hier nochmal, als sie dann da, äh, äh, gleich erwacht an dem anderen Ort, äh, das ist eindeutig auch inszenatorisch eine Referenz auf irgendwie Frodo, der in seinem Bett da aufwacht in, äh, in, äh, Bruchtal, ne? Also, aber wir haben jetzt erstmal hier Galadriel am Boden, äh, Arondir und Gil-Galat, äh, sind zur Stelle, haben es anscheinend sehr, sehr schnell dorthin geschafft, sehen dann ihre Wunde und merken dann aber, also Gil-Galat merkt, äh, die hat wohl nicht nur körperliche Wunden, sondern ihr Geist wird ins Schattenreich gezogen und das kennen wir natürlich auch irgendwoher. Ja, also, äh, nur nochmal fürs Protokoll, die ist diesen ganzen Abhang darunter gestürzt und das Einzige, was sie hat, sind die Wunden von der Morgoth-Krone, äh, die jetzt seit neuestem exakt so funktioniert wie eine Morgul-Klinge in, in der Ring-Trilogie. Ich hab kein Problem damit, dass es diesen Effekt hat auf sie, das ergibt schon irgendwie Sinn für mich, es ist halt nur, dass... Dass sie diesen verdammten Sturz überlebt hat und eigentlich völlig vermapscht ist. Das auch nicht unbedingt, das ist halt, äh, damit hatte ich nicht wirklich Probleme und darüber haben wir uns ja auch schon ausgelassen, aber auf jeden Fall schafft Gil-Galat es nicht wirklich alleine, ähm, obwohl er versucht, sie mit, äh, seiner Magie zu heilen. Ja, er macht so eine Art Elben-Exorzismus mit seinem Ring. Und wir sehen, dass die Wunde Widerstand leistet und, äh, Elrond findet, äh, den Ring, äh, in der Nähe liegen, ist ja dann wohl aus der Hand gefallen, als sie, äh, aufgeschlagen ist. Und... Also, das heißt, äh, kann sie mit dessen Magie eigentlich auch nicht überlebt haben, oder? Wie, ich schätze mal, der hat sie dann halt erst verlassen, als sie dann wirklich aufgeschlagen ist, wer weiß. Wie, aber ich meine halt, sie steht ja auch irgendwie... Ach, 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 der Ring hat sie noch verlassen, okay. Äh, äh, das ist aber nicht der eine Ring, der vom Finger schlüpft. Nein, nicht verlassen, sie ist halt einfach, er ist dann halt einfach aus ihrer Hand gesprungen, weil, hey, so ein Aufprall wirkt dann halt auch irgendwie. Ach, ach, dann wirkt der plötzlich, aber ich dachte, der wurde abgefedert durch den Ring. Nein, anscheinend... Und durch die Magie! Ja, egal, wir, wir beißen uns da jetzt nicht fest. Ich find's, ich find's absolut hanebüchen, dass sie das überlebt. Gil-Galat meint dann erst, er kann sie nicht mehr retten, aber doch. Elrond kann es mit dem Ring, beziehungsweise sie können es gemeinsam und er steckt sich dann den Ring an. Warum er jetzt plötzlich Vertrauen in den Ring hat, keine Ahnung, er, er hat ja selber eigentlich nichts mitgetan. Er hat ihn eigentlich nur aufbewahrt und vor allem war er auch noch so dumm, den mit in die Schlacht zu nehmen. Ja, aber letztendlich hat er dann ja gesehen, was der Ring tut mit den Heilkräften und so. Und dann sagt er dann auch so, und jetzt ist Schluss mit meinem Misstrauen, ich merk jetzt, was der Ring, ich weiß jetzt, was der Ring Gutes tun kann und so weiter. Und jetzt muss ich ihn, um meine Freundin zu retten, ist das jetzt wichtiger. Was wir dann leider, also sie reden dann irgendwie davon, dass sie es gemeinsam machen, sehen tun wir es nicht. Muss ich auch nicht unbedingt halt. Ich brauch jetzt da nicht keine endlose Rito-Szene in irgendeiner Form. Das Wichtige ist, dass sie geheilt wird. Aber davon sehen wir erstmal nichts, sondern wir schalten zurück nach Hun. Was ein bisschen seltsam war, die Szene hier, die wurde wirklich mit Schwarzbild ausgeblendet. Da dachte ich mir, okay, schon Schluss, aber nö, natürlich nicht. Wir landen in Hun bei Nori, die irgendwie zwischen den Trümmern von diesem Dorfbaum, sag ich jetzt mal, sitzt. Ja, genau. Und da ist mir direkt aufgefallen, und ich hab aber nicht mehr, ich hab immer nicht mehr extra zurückgespult, um das zu konfirmieren. Mir ist sofort aufgefallen, weil sie da von einem Stab irgendwie etwas ablöst. Und direkt bei der Form dieses Stabs, sag ich, Moment mal. Ja. Aber wir bleiben bei der Einstellung nicht lange, weil sie letztendlich da ein paar Sachen zusammenpackt, gemeinsam mit den anderen Haarflüssen. Und hier hatte ich ein Problem, dass jetzt anscheinend, dass sie irgendwie zwischen den Zeilen, ich meine, ja, ich verstehe, ihre Heimat ist zerstört und so. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Confirmation, dass sie jetzt willens sind, zu sagen, so und jetzt ziehen wir. Ja. So richtig. Also, dass es dann auch wirklich die Anführerin sagt. Und jetzt irgendwie ist jetzt aber ... Also, nicht von wegen, wir bauen alles wieder auf, ne? Vor allem vorher erzählen die einem groß, ach ja, wir sind hier so tief verwurzelt, wir gehen hier niemals weg. Und dann, weiß ich nicht, gab's mal irgendwie einen Steinschlag, den es theoretisch auch ohne Syro Maybe hätte geben können. Und ach ja, nee, wir machen uns jetzt hier vom Acker. Also, das ist so, ja. Das hat halt alles keine wirkliche Tiefe. Und dann sagt noch Poppy halt, mir wurde gesagt, dass meine Eltern halt starben, meine Familie. Oh! Einige Dinge sind für immer verloren und dann schneiden wir nach Khazad-Dum. Oder wir sehen eine Montage, es ist wieder eine Montage. In Khazad-Dum trauern sie um den König, der Thron ist schwarz verhangen. Wir sehen, wie die Elben ihr Region verlassen. Halt, wir sehen dort Elrond halt laufen, gemeinsam mit anderen Flüchtlingen. Wir sehen in Númenor, wie die, ähm, Númenorischen Soldaten da quasi so ein bisschen schalten und walten. Und Theo steht da so ein bisschen hilflos und sehr widerwillig auch dazwischen. In Pelagia, nicht in Númenor. In Pelagia, Entschuldigung. Und wir sehen, wie, ähm, das Schiff wegfährt und, äh, noch wie Hagen nach, äh, Estrid's Hand greift und die nicht wirklich zurückgreift, sondern sie schaut trauernd dem Schiff hinterher, wo Isildur alleine steht. Ey, was ist das wirklich, ey? Das ist so eine, so eine Bitch eigentlich, ne? Wirklich. Also, dann sehen wir Müriel in, äh, Ketten vor dem, äh, im Thronsaal von Númenor. Vor Pharrason. Und, äh, wir sehen, äh, dann auch die Erfüllung der Prophezeiung visuell, nämlich wie dann Elendil von Númenor wegreitet durch die Wälder. Ja, von, von, von Amenelos, von der Hauptstadt. Genau, ja, richtig, Entschuldigung. Und, ähm, Sauron steht oben auf dem, äh, eben noch beim Steinkreis, hat, äh, Fianos Hammer in den Händen. Wo auch immer er den jetzt her hat? Ja, ich weiß auch nicht genau. Es könnte gut sein, dass er ihm irgendeinen, vielleicht irgendeinen Ork zur Verwahrung gegeben hat. Oder ich meine, der kann den auch irgendwie hergezaubert haben, wer weiß. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hat der ihn auch... Ja, ja, aber gut, äh, Celebrimbo hat den ja aus dem, aus dem Fenster geworfen und dann war der nicht mehr gesehen. Ja, stimmt. Ja, ich weiß nicht genau. Vielleicht hat er ihn irgendwie... Ja, ja, und, und, aber irgendwie, irgendwie war das auch eine komische Szene, dass er irgendwie, äh, Sauron hat den jetzt irgendwie so als Memorabilia an, an Celebrimbo, weil er dem jetzt irgendwie doch hinterher trauert? Oder was sollte das? Ähm, ich glaube, das soll mit darauf vorbereiten, dass, letztendlich wird ja noch ein Ring geschmiedet. Und... Ach so, ja, mit Fianos Hammer. Ich schätze, ich schätze mal, das soll die Referenz darauf sein, dass halt im Prinzip so Sauron denkt, ich bin noch nicht ganz fertig. Wollen wir, wollen wir wetten übrigens, das habe ich auch schon im Staffel-Recap gesagt, wollen wir wetten, dass Staffel 3 mit dem Schmied des Einen Rings beginnen wird? Beginnt? Ja. Ah, ich weiß nicht, ob ich die Wette annehmen kann. Ich meine, es würde mich nicht wundern, wenn du recht hast. Aber ich denke aber auch, ich glaube, es wird zu früh. Mhm, das hatte man auch schon bei den Neuen gedacht und, äh, jetzt hat man hier, die hier durchgehudelt. Ich, ich, ich sagte, der wird, ich prophezeie es jetzt mal, Staffel 3 wird beginnen, Sauron schmiedet den einen Ring, dann wird er einmal mit den Fingern schnippen und dann irgendwie den, den, den Ring, also den, den Arm so hochziehen, am besten noch in einer, äh, Hitler-Gruß-Pose. Und dann wird im Hintergrund Barad-Dur, äh, von jetzt auf gleich entstehen. Okay, weißt du was? Ich halte einfach spaßeshalber dagegen und wir wetten um 5 Euro und dann schauen wir. Um was? Um was wetten wir? Äh, um 5 Euro, wie wär's? Äh, äh, 5 Euro, hm. Was schlag du denn in den Betrag? Ja, oder irgendwas, was du gucken musst, was du hast. Äh, gut, können wir auch machen. Hm, okay, äh, wenn ich verliere, dann werde ich ja wohl Staffel 3 auch in Recaps besprechen müssen, ne? Ja, könnte man, aber wer weiß, wie sich deine Meinung dann in zwei Jahren ändert. Vielleicht bist du dann doch irgendwie wieder ... Und wenn, und wenn du verlierst, wenn du verlierst, hm, was, was wär denn mal schön? Audiokommentar zu Suckerpunch vielleicht? Das wär echt ne Herausforderung. Naja, äh, egal, äh, wir vertagen das vielleicht nochmal, aber ... Okay, gut. Ihr habt, was ihr da draußen habt, was gehört, ihr seid, ihr seid alle unsere Zeugen, ihr da draußen. Wenn ihr überhaupt noch da seid, ja. Ich wette spaßeshalber dagegen und, ähm, mal gucken, ob Daumen recht hat. Ich bin gespannt. Aber diese, äh, diese ganze Montage endet dann jetzt hiermit auch und, äh, ja, sie wird ja unterlegt von, äh, dem, was, äh, Poppy da erzählt, halt, was, äh, Sardok ihr gesagt hat, als ihre Familie eben, äh, hops gegangen ist. Und, ja, ich hab ehrlich gesagt nur noch drauf gewartet. Oder, äh, schließen wir einfach diese, diese, ähm, Rekapitulation der Szene einfach damit ab. Das sind echt die Geschichten, die einem nicht im Gedächtnis bleiben, oder? Das Ding ist halt, ich hab's schon, ich glaub, ich hab's ja schon in Folge 7 erwähnt, dass, das Blöde an diesem Plot hier ist, dass er sich so separat anfühlt von allem anderen. Ja, total. Äh, mehr noch als verschiedene Sachen in Numenor oder sonst wie, weil das halt wenigstens thematisch hier und da noch mit reingreift. Weil nämlich letztendlich hab ich nicht wirklich was gegen diesen Plot, weil ich halt diese Charaktere auch sehr gerne mag. Mein Problem ist eben, dass das hier wirklich Zeit wegnimmt von sehr viel wichtigeren Sachen, wo ich mir halt wirklich denke, ihr hättet das vielleicht für eine Staffel aussetzen sollen. Ja. Und dann weitermachen in Staffel 3, durchaus. Es ist halt wirklich unterm Strich, äh, äh, schneid mal alle Haarfußsequenzen hier zusammen in der Staffel. Ich glaub, du kommst nicht mal auf eine Stunde. Nee, ich glaub, eine Stunde garantiert nicht. Ähm, etwas über eine halbe könnte durchaus sein. Ja, und das gestreckt über, äh, sechs, sieben Wochen, also. Gerade mit den, mit der kurzen, mit der kleinen Liebesgeschichte hier und mit den Storzen, alles, das ist leider so unterentwickelt, wo ich mir denke, im Kern ist das alles so schön. Aber dann ist einfach so, und auch das alles mit dem, mit dem Stranger selbst und mit, äh, Tom Bombardier, etc. Aber letztendlich ist es einfach viel zu wenig und viel zu kurz, dass du, ja, dich nicht richtig drauf einlassen kannst. Und dann wird hier am Schluss einfach so viel dann gerafft, wo du da denkst, so, und jetzt gehen wir. Wohin genau wissen wir jetzt auch nicht mehr. Ja, äh, ich schätze mal, jetzt machen sie sich auf die Suche nach dem gehaltenen Land. Und, äh, auf jeden Fall, Poppy umarmt ihnen und sagt, sei kein Fremder mehr. Also, weil da ist ja, Scam Dive steht ja noch. Und sie gehen weg, ziehen, ziehen los mit dem Wenigen, was sie noch haben. Und ein paar der Stors verabschieden sich mit halt, äh, Goodbye Grand Elf. Also, da kommen sie wieder auf den Begriff zurück. Da müssen sie auch wieder in Erinnerung rufen. Aber, äh, ich hab, äh, bevor wir jetzt hier vorfahren lassen, ich hab das perfekte Bild für diesen Plot. Butter auf zu viel Brot verstrichen. Ja, das, ja, das trippt's eigentlich ganz gut. Mhm. Aber, äh, ja, Lirumlarum, sie verabschieden sich von, äh, Scam Dive. Also, Nori, äh, erklärt ihm dann irgendwie, ja, die Stachen wandern jetzt erstmals. Und die haben ja irgendwie keine Ahnung wirklich, was sie jetzt mitnehmen sollen. Äh, anscheinend geht sie jetzt mit denen. Für das sie vorher noch so, so unerwünscht war, aber okay. Ja, sie, sie kennt sich ja jetzt auch letztendlich aus mit dieser Art von Leben. Also, jetzt ist sie im Prinzip so die designierte Mitanführerin und in allem. Und sagt dann auch, jetzt ist, wird höchste Zeit, dass ich meinen Weg gehe und du deinen. Und ich wünsche halt wirklich, dieser Abschied wäre ein bisschen herzlicher. Weil letztendlich stehen sie einfach nur voneinander und sind ein bisschen bewegt. Sind nicht super doll unglücklich, aber es wirkt irgendwie so ein bisschen, als wäre da so ein Keil zwischen die beiden getrieben. Wo ich mir denke, warum nicht wenigstens noch eine letzte, eine letzte herzliche Umarmung. Letztendlich haben die doch sehr viel miteinander geteilt. Und das fand ich irgendwie schade. Letztendlich, dieser, dieser Abschied ist nicht würdig der Freundschaft der beiden. Also, ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum Lori nicht einfach mit ihm einfach weitergeht. Ich schätze mal, wer jetzt wieder so in Aussicht ist, wir suchen gemeinsam nach einem Platz zum Bleiben. Weil sie letztendlich jetzt wieder auch kennengelernt hat, wie schön es ist mit dieser Gemeinschaft und so weiter. Und ich gehöre doch letztendlich irgendwie zu meinem Volk. Ja gut, aber das hätte sie dann, vor allem die wollte doch eigentlich immer raus ins Abenteuer. Und jetzt will sie doch wieder ins langweilige Haarfußleben zurück. Na, aber letztendlich ist das ja auch, ist das ja auch durchaus abenteuerlich. Es wären halt nur andere Abenteuer. Ja, aber. Ja, letztendlich war dieser Abschied irgendwie zu abrupt zwischen den beiden. Und leider nicht herzlich genug. Ja, aber das zeigt halt auch, dass Nori irgendwie, also, äh, klar, die werden den Plot hier wahrscheinlich nicht fallen lassen. Aber, äh, man könnte hier durchaus das Gefühl kriegen, dass Nori raus ist aus der Serie. Könnte man, ich bin mir hundertprozentig sicher. Ist sie nicht. Also, so wie die Serie bisher auch verlaufen ist. Also, ich meine halt, in irgendeiner Form wird sie nochmal zu Wort kommen. Ich denke mir aber, was auf jeden Fall passiert ist, dass wir definitiv sehen, wie sie halt irgendwann ankommen und dann anfangen, das Auenland aufzubauen. Ja, ja, leider. Also, ich meine, ich habe ja auch schon gesagt, dass mir das zuwider ist, dass sie das irgendwie so als das geheilte Land aufbauschen, wo es halt letztendlich halt einfach ein Ort ist, wo, ja, sie zogen irgendwann dahin, fanden, oh ja, hier ist gut. Und dann haben sie dort halt gewohnt. Dass sie das so aufbauschen ist, äh. Okay, vor allem, weil es irgendwie auch so gut passt, weil jetzt in ein paar Monaten erwartet uns die Ankunft eines neuen Videospiels, wo wir als, äh, ein Hobbit spielen und, äh, unser eigenes, unser eigener Hobbit-Tülle. Ich habe Previews gesehen, das Game sieht wahnsinnig niedlich aus. Okay. Und, ähm, das könnte echt was Hübsches werden. Und vor allem, da ist auch Vita Workshop mit dran beteiligt und alles. Also, das, die ersten Sachen, die ich gesehen habe, fand ich, sahen sehr, sehr niedlich aus und ich bin gespannt drauf. Aber ja, das passt irgendwie. Aber jetzt, jetzt unabhängig davon, also, ich meine, ich bin ja jetzt, ich weiß nicht, Nori ist jetzt für mich, die, die war halt da. Ich hab die jetzt nicht irgendwie gehasst oder so. Aber ich find's tatsächlich auch echt ziemlich undankbar, sowohl gegenüber der Figur als auch der Schauspielerin. Die hatte in der Staffel gefühlt eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und jetzt wird sie eigentlich so ziemlich unwürdig, ja, einfach so beiseite geschoben. Jetzt ist viel zu wenig Screen-Time. Und letztendlich so ein richtiger, guter Abschied, da sei es noch ein bisschen aufgewertet. Ja, 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 vor allem, ich trau's denen zu, die werden wahrscheinlich in Staffel 3, werden die auf die Fallpeute treffen, warum auch immer. Die machen sie dann wahrscheinlich zu denjenigen, die auf Booten rummachen, obwohl die eigentlich überhaupt nicht schwimmen können. In Staffel 4 entdecken sie dann das Pfeifenkraut für sich und in Staffel 5 das Auenland. Und das ist ja, ist ja schön und gut, wen das interessiert, soll sich's bitte ansehen. Aber ganz ehrlich, das braucht keiner. Ich mein, diese ganze Scam-Duff-Handlung, die ist auch total isoliert und werden wir dann jetzt in Zukunft, ich mein, die hatten die jetzt über die ganze Staffel getrennt, dann gibt es nicht mal ein richtiges Wiedersehen zwischen denen, sondern direkten Abschied, der auch merkwürdig verhalten daherkommt. Und verhalten, wenn ich mal an den Slow-Mo Return of the King Gedächtnisabschied in der ersten Staffel zurückdenke mit Poppy, die dann eine Folge später einfach wieder aufgepoppt ist, wortwörtlich, dagegen ist das dann hier echt wahnsinnig seltsam als Entscheidung. Ja, es ist leider so irgendwie distanziert und so schnell durchgehudelt und das ist echt schade. Und wie gesagt, ich komm ja mit der Filmparallele bald um die Ecke, oi oi oi. Mal schauen, ob du genau so gedacht hast. Aber letztendlich geht sie dann weg. Kriegt jetzt anscheinend ihren eigenen Handlungsstrang, also, boah, nee, bitte nicht, ey. Lass die jetzt einfach wirklich, also ich find's ja auch schade gegenüber dieser Markella Kavanaugh, dass sie jetzt, die hat nichts zu tun bekommen und weiß nicht, kriegt die dann jetzt noch ihren eigenen Plot oder, ach Gott, ey, stampft das einfach ein, wirklich. Ich hoffe halt, wir sehen sie nochmal wieder, weil sie gehört halt zu meinen Lieblingsfiguren tatsächlich in der Serie. Naja, aber letztendlich leider hier ist zu wenig gekommen, wo ich mir dachte, das, was am Ende von Staffel 1 so versprochen wurde, wirkte halbwegs verheißungsvoll. Und dann wurde hier leider nicht wirklich was draus. Ja, da haben sie ja auch nichts draus wirklich gemacht. Das meine ich ja. Aus gemeinsamen Abenteuern. Sie laufen eine Folge im Kreis rum und in der nächsten werden sie dann getrennt. Also, sehr viel mehr war da nicht. Aber egal, Scandalf bleibt zurück, wirkt auch ziemlich vereinsamt. Und dann, haha, er findet auf einmal seinen Stab. Ja, der sieht auch also nahezu deckungsgleich so aus wie der von Ian McKellen, ne? Ja, ungefähr. Das ist so eine Mischung aus dem von, aus den Helder Ringe und den Hobbit-Filmen. Also, so wie man sich Gandalfs Stab vorstellt. Hier allerdings noch aus sehr viel hellerem Holz. So fast weich sieht er aus, was ja auch so ein gewisser Hint schon sein kann. Aber er ist jedenfalls sehr zufrieden mit seinem Pfund, hat jetzt den Stab an seiner Seite und geht damit durch die Wildnis. Und zurück zu Tomomadil, den wir jetzt hier noch einmal sehen, der da gerade irgendwie Tee eingießt. Ich finde übrigens, seine Teekanne ist großartig. Ja, ja, in Form von so einem Igel oder sowas, ne? Das war cool. Ja, genau. Und die hat man auch schon in Folge 4 gesehen, aber hier ist sie wirklich so richtig in die Klasse ab. Ganz wundervolles Design. Nein, dann kommt eben Gandalf zu ihm und sagt, das war doch eine Prüfung im Prinzip. Was für mich die Szene aus Folge 6 ein bisschen wieder aufgewertet hat tatsächlich. Weil ich mir dachte, das passt so nicht ganz mit dem ganzen Zeug. Und das ist irgendwie zu nihilistisch von Tomomadil. Aber so wie das jetzt wieder in diesen Kontext gerückt wird von wegen, ich wusste, du gehst dahin und dann findest du den Stab wie auch immer. Ich fand, das war in Ordnung. Ja, also ich frage mich immer noch, warum Tomomadil nicht einfach ein Die mit ihm geschlossen hat und zusammen mit ihm die Haarfüße befreit hat. Also das ging mir immer noch nicht. Und dass ausgerechnet Tomomadil da irgendwie ankommt mit, ach, die Welt geht kapfeister und der legt zu Hause die Füße hoch und lässt sich von Goldbeere die Mauten kraulen. Also, aber naja, das war ja dann die Prüfung. Es hat mich, ehrlich gesagt, es hat mich ein bisschen, weil ich ja schon in Folge 6 von Harten Yoda-Vibe hatte. Eigentlich ist das hier so ein bisschen die nette Version dessen, wo Luke da in diesem verfluchten Baum da auf Dagobah geht, ne? Das meine ich ja, das habe ich ja auch schon gesagt. Ach nee, ich war ja nicht bei Episode 6 dabei. Aber ich glaube, das hatte ich den Privaten erzählt, weil mich das erinnert halt daran, wie er in den Sumpf geht und so. Ja, im Prinzip ist es das. Letzten Endes hat ScamDive dann jetzt, also die Prüfung bestanden, also dass er halt den Hobbits helfen, also er sollte Freundschaft statt Macht wählen, wobei ich mich dann gefragt habe, weil Macht hat er ja eigentlich nicht gewählt, sondern eigentlich ja seine Bestimmung, der er folgen sollte. Und die Macht kam ja dann später, die Machtbesitzer ja eigentlich jetzt schon, aber egal, er sollte den Hobbits helfen und dadurch dann natürlich auch seinen Stab finden. Ja, und dann macht Tom Bombadil hier auf Mr. Ollivander aus Harry Potter und sagt, ja, Zauberer finden keinen Stab, sondern der Stab sucht sich den Zauberer Mr. Potter. Genau wie der Name. Mhm, genau wie der Name. Und jetzt kommen wir zum, wirklich, dieser Twistlasse, wirklich. Seit ich den Screener gesehen habe vor rund einem Monat, lässt mich das nicht los, habt mir schlaflose Nächte beschert. Und wie genial ist bitte diese Auflösung? Ich habe damit nicht gerechnet. Das hat die ganze Folge für mich wirklich auf ein Level gehoben, jenseits von Eden. Ja, also du hast nicht mitgerechnet. Nee, absolut nicht. Denn er sagt dann letztendlich seinen Namen, den er gefunden hat. Und sein Name ist ... Machen wir es kurz, ScamDive gleich Gendarm. Ach so, ich wollte sagen John Cena. Nein, er spricht auch noch seinen Namen aus, von wegen hier, sie werden ihn Gandalf nennen, also ScamDive gleich Gandalf. Ich sage es nochmal, die Abertausend Hints, die die Macher gestreut haben, vor allem in dieser Staffel. Oh mein Gott, wirklich, also mich hat das nur noch genervt. Und ich hoffe auch, dass Ben McCurry jetzt nicht mal irgendwie eine andere Variante dieses Stranger-Themas einfallen lässt, weil der umhüllt ihn da mit einem Mysterium, was der eigentlich seit, boah, bestimmt zehn Folgen nicht mehr hat oder sogar noch mehr. Mal sehen, was er noch draußen macht. Müssen wir da mal schauen. Er hatte hier und da schon ein paar Variationen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, warum haben sie das nicht schon viel eher gemacht? Ja, wie gesagt, das ist halt dieses ... Ich schätze mal, es war tatsächlich irgendwie von Anfang an geplant, dass erst dann irgendwie dann diese Enthüllung kam. Ich glaube halt ... Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie dachten, oh, wir sind zu subtil damit irgendwie, weil sie sind wirklich gerade am Ende von der ersten Staffel. Ist es eigentlich schon confirmed, bis auf den Namen. Ja. Aber letztendlich dachten sie sich, vielleicht können wir es noch ein bisschen melken, weil wir noch einen anderen Zauberer haben und diese und das. Ich weiß, ich weiß nicht, was ... Vor allem, ja, aber das passt da nicht, das passt da nicht dazu, dass sie ja groß irgendwie beschworen haben. Ach, also da sollte ja überhaupt nicht so ein Hickhack drum gemacht werden. Aber wir ziehen es dann jetzt trotzdem noch bis ... Mit die letzte Szene der Staffel, ey, das ist so eine wirklich ... Ich meine, ganz ehrlich, die müssen doch selber wissen, dass das kein Twist ist wirklich, was sie da verkaufen. Das ist ... Eigentlich ist das sogar noch schlechter als der Halbrand-Twist, ganz ehrlich. Ist es irgendwie, ja. Weil bei Halbrand kann man sich noch ein bisschen mit ... Ja, es ist nicht mega offensichtlich. Aber halt, hier ist es halt so ... Ich hab ja schon relativ früher tatsächlich vermutet, in Staffel 1, wer sein könnte, aufgrund von seiner Garderobe. Ja, ab Folge 2. Ja, ja. Ab Folge 2. Musst du mir überlegen, wie lange das er ist. Oh Gott, das will ... Wie jung und unschuldig wir damals noch waren. Ich meine gut, ich muss hier Farbe bekennen. Ich hab's vor zwei Jahren auch nicht so gesehen. Ich glaub, ich war der Erste, der Gandalf in den Raum geworfen hat, tatsächlich, im Zusammenhang mit ihm. Weil ich mir halt erst so dachte, ey, komm, die werden doch nicht so einfallslos sein. Weil ich mir halt auch dachte, weil sie gerade am Ende von Episode 8, von der ersten Staffel, halt so on the nose wirklich, im wahrsten Sinne. Wo ich halt dachte, ist das auch eine Falle? Letztendlich ist es keine Falle. Ist auch okay. Also, letztendlich, dass er Gandalf ist, stört mich nicht. Aber die Art und Weise, wie du es auch vorher angekündigt hast, ohne zu spoilern, wie sie es halt bis zum allerletzten rauszögern, ist ein bisschen eh. Ja, das ist halt, ja. Jedenfalls, Tom Bombadil ist dann zufrieden, fängt dann irgendwie an, Liedchen zu singen und sie singen dann gemeinsam dieses Bombadil-Lied. Ja, da muss ich sagen, instrumental, also auch schon als Bombadil hier in der Szene eingeführt wird. Ja, das ist schon ganz nett von Mercury. Und die Kamera, die hier rausfährt, so aus der Hütte und dann in den Nachthimmel hinaus, das ist auch gut gemacht, das muss ich zugeben. Ich fand, das war ein sehr schöner Abschluss, es war sehr, sehr, sehr rührend bewegend, irgendwie so entspannend. Und hier muss ich einen Nachtrag einreichen für Episode 4, weil ich halt dachte, kriegen wir vielleicht nochmal so einen stimmlichen Goldbeere-Cameo? Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, nämlich, und ich hatte das nämlich in die Credits übersehen. Hattest du gesehen, wer kreditiert war als Goldbeere? Nee. Eine gewisse Lady namens Raya Yarbrow. Und kommt dir dieser Name eventuell bekannt vor? Nö. Ähm, sie ist schon seit Battlestar Galactica an Bear McCrary Soundtracks als Solistin beteiligt. Mhm. Macht auch unglaublich viele andere Solisten-Parts in den Rings of Power Soundtracks, in ganz vielen anderen. Und außerdem ist sie mit Bear McCrary verheiratet. Ach so, ach, das stimmt, das hattest du. Die singt doch auch den Song am Ende von Staffel 1, ne? Nee, nee, das war jemand anderes. Ach so, okay. Okay, ja gut, dann hab ich mich da vertan. Äh, ja, okay, gut zu wissen. Wir enden hier mit dem Sternenbild vom Hut des Einsiedlers, wie man erst denken könnte. Ich muss sagen, das wäre eigentlich auch die bessere Schlussszene für die ganze Staffel gewesen, wie ich finde. Ja. Aber, äh, nein, äh, wir kriegen noch einen kurzen Blick auf den Dark Wizard, der da eigentlich nur bedeutungsschwanger rumsteht und, äh, dann seiner Wege geht. Ja, mussten anscheinend nochmal dran erinnert werden, ach ja, der ist auch noch da. Wir haben ihn schon wieder vergessen, er ist so vergessenswert. Ich weiß nicht, ich finde, die hätten die Staffel mit dem, und dann hätten sie, also das Bombardy-Lied, das hätte hier in den Abspann eigentlich gehört. Das wäre echt geil gewesen, oder? Das wäre ein richtig guter, das wäre ein richtig überraschender Abschluss eigentlich auch gewesen, ja. Das wäre, äh, durchaus auch friedlich, aber nein, äh, wir müssen noch weiter gehen, denn wir kommen nochmal nach Moria, wo, äh, Navi, äh, mit, äh, Durin und Disa, glaube ich, da steht, ne? Genau. Und ihnen verklickert, dass Eregion gefallen ist und dass die Überlebenden sich in ein Tal im Norden zurückgezogen haben, beziehungsweise dorthin geflohen sind. Und, äh, als Durin dann nach dem Verbleib von Elrond fragt, äh, da muss ich übrigens auch nochmal was revidieren, ich hatte wirklich aus dem Screener im Kopf, dass zumindest Durin und Elrond mal in der Schlacht da am Ende aufeinander getroffen wären, also, dass, dass Durin da in der Rüstung steckt, aber das war Navi. Also, das heißt, in der ganzen Staffel haben Durin und Elrond exakt eine Szene. Mhm. Das ist sehr ernüchternd. Ja. Also, dass man da auch nicht nochmal irgendwie eine Szene, weiß ich nicht, dass Elrond vielleicht jetzt bei denen nochmal irgendwie vorbeikommt und nach dem Rechten sucht, ja gut, er hat jetzt was anderes zu tun, denn er hat, äh, die Elben, äh, dorthin geführt, also, ne? Er ist der Anführer und, äh, Durin, äh, meint dann ja, dank dem erstmal und teilt ihm mit, äh, dass Moria wieder bereit ist, hier seinen, seinen Teil beizuleisten. Aber, ja, das gestaltet sich dann doch nicht so einfach, denn Disa macht ihn darauf aufmerksam, äh, Herzchen, wir haben unsere eigenen Probleme, äh, die jetzt durch den Tod des Königs verursacht wurden. Genau, nämlich Navi kommt jetzt plötzlich um die Ecke mit einige, man sagt, ihr wart nicht der bevorzugte Erbe, einige andere Zwergenfürsten begehren auf. Also zum einen das und zum anderen, dass diverse Zwergenfürsten aus den blauen Bergen, die, die wurden ja vom Vater praktisch abgezockt, ne? Mit, mit ihren Mieneinkünften und der Hälfte ihrer Mieneinkünfte, das wollen die zurückhaben. Mhm. Und dann, äh, wie gesagt noch, äh, dass es Gerüchte gibt, dass Durin anscheinend gar nicht der, der bevorzugte Erbe war und dass nicht nur andere Zwergenfürste einen Anspruch jetzt erheben, sondern auch sein Bruder, der immer mehr, äh, Fürsprecher um sich schaut. Und jetzt mal ehrlich, wo war eigentlich jemals die Rede von einem Bruder? Niemals. Ich glaube tatsächlich niemals. Das ist das erste Mal, dass wir von ihm hören. Ja, und das muss ich sagen, also das fühlt sich auch, das fühlt sich aus dem Arsch gezogen an. Also... Das ist jetzt halt wirklich einfach wie, so, wir brauchen jetzt was Interessantes für Staffel 3. Und das könnte interessant sein, ist es bestimmt. Und, aber, dass das nie in irgendeiner Form mal, okay, haben wir jetzt einen neuen, äh, Keleborn im Prinzip? Das ist, das ist sehr, wo ich dachte, wat? Ja, es ist, es ist schwach. Also, ich meine in Staffel 1, dass man das da nicht erwähnt, aber, äh, gut, bei House of the Dragon haben sie es auch so ähnlich gemacht tatsächlich. Da wird, äh, aus heiterem Himmel plötzlich klar, dass, äh, äh, Spoiler für House of the Dragon, Alison Hightower noch einen dritten Sohn hat. Wo man eigentlich erst dachte, der wäre, also von der Vorlage her wäre der aus der Serie gestrichen worden. Aber da wird der dann zumindest im Verlauf der Staffel ein paar Mal erwähnt. Und hier ist das in der allerletzten Szene, die wir mit denen sehen. Und, äh, weißt du, die ganze Zeit, also, da, da fragt man sich, was sollte eigentlich dieses Hickhack da drum, dass, äh, äh, Durin unbedingt wieder die Gunst seines Vaters und auch den, den Platz als Erbe wiederhaben will, auch mit dieser, mit dieser Brustplatte und allem, wenn das eigentlich alles nur Blendwerk gewesen ist, offenbar. Es ist sehr merkwürdig. Lausig geschrieben. Ja, so konfus, also, so kenn ich, eigentlich kenn ich das auch besser sonst. Und man hätte doch, das, das ist halt wieder wie in Staffel 1, das sind halt alles so Löcher, die man mit wenigen Zeilen Dialog problemlos stopfen könnte. Und sie machen es einfach nicht. Naja, es ist, es ist schwierig. Und das ist jetzt das Letzte, was wir von den Zwergen sehen. Nämlich dann gehen wir zurück zu Galadriel, die erwacht. Vor allem sehen wir noch, dass sie ja auch immer noch über die Zwergenringe verfügen, ne? Die liegen da immer noch aufgereiht. Und, das stimmt, die kriegen auch noch mal ein paar bedeutungsvolle Einstellungen. Und Galadriel wird wach auf einem Lager. Und das fand ich ein sehr schöner Einstieg. Weil nämlich Gilgalad sitzt neben mir und sagt halt, weil sie jetzt aufgewachsen ist, ein Jammer, noch nie wart ihr so friedfertige Gesellschaft. Ich hatte mich schon dran gefühlt. Ja, das war tatsächlich mal, wow. Da hatte das tatsächlich mal sowas wie Charakter. Und die Bäume über sich, Galadriel, das erinnert, also es erinnerte mich, also entweder erinnerte es mich wirklich an Frodo in Bruchtal. Aber ich glaube sogar eher, gab es nicht mal im siebten Harry Potter, wo die irgendwie so mit einem Potschlüssel aus dem Ministerium gefloren sind. Und dann sind so über denen so die Bäume, weil sie dann jetzt in der Wildnis sind. Also davon hatte das ein bisschen was. Ja, ich glaube, da machen sie was Ähnliches. Ja, auf jeden Fall ist nicht nur Gilgalad da, sondern auch Elrond. Genau, erstmal halt, wir sehen halt, wo sie liegt. Irgendwie obendrauf auf so einer Klippe. Gilgalad sagt, das ist eine Zuflucht. Ich weiß, was das ist. Ja, das letzte heimelige Haus westlich der See. Noch nicht, jedenfalls. Noch nicht, das wird hier entstehen. Ich habe damit sicher eigentlich gar kein Problem. Dass man dann im Prinzip so eine Art von Origin von Bruchtal hat, wo ich mir denke, ja, ich meine, irgendwann muss es Elrond gründen. Also klar, warum nicht, warum nicht so? Aber wie sie hier auch wieder das so, und ich meine, jetzt ist es noch viel zu früh, um das so richtig zu beschließen. Aber das ist jetzt auch wieder so ein bisschen wie so halt, oh, 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 Teaser ohne Namen. Ja, ja gut, es wurde ja schon erwähnt, dass es ein Tal ist. Elrond versichert ihr dann ja, also nicht nur, dass wir hier sicher sind, sondern das wird hier geschützt von den Elbenringen, von der Macht der Elbenringe. Wobei es eigentlich nur ein Elbenring dann ist, den Elrond dann immer von Gil-Galat bekommen wird. Ja, und wer es auch hierhin geschafft hat, warum auch immer, ist Aron dir? Ja, ich meine, warum auch immer, weil es ihm halt super gut wieder toll, ganz doll, super schnell doll besser geht. Ja, weil es ihm vorher auch schon wieder super schnell doll besser geht und er von den Orks so gar nichts abgekriegt hat. Das hat eine bessere Wirkung gehabt, wenn er auch jetzt schwer verletzt war noch irgendwie in der Mitte der Folge und er wäre jetzt halt auch geheilt durch den Ring. Ja, zum Beispiel. Aber anscheinend war das nicht nötig. Nö. Und neuerdings ist er als Waldelb offenbar irgendwie der Laufbursche von Gil-Galat geworden und meint dann ja hier, andere haben sich hier verdammelt und warten auf den Beschluss des Hohen Königs. Mhm. Und Gil-Galat gibt dann so ein kleines Update. Ja, Saurons Heere durchstreifen mittlerweile freimütig Eriador und damit sind sie jetzt endgültig in Mittelerde eingefallen und so nah wie nie vor allem auch sehr nah an Lindon. Und deshalb stehen sie jetzt hier an einem Scheideweg. Sie müssen sich jetzt entscheiden, ob sie angreifen und sich denen wirklich im offenen Kampf stellen oder aber ob sie sich zurückziehen, um ihre Verteidigung. Ja, vorzubereiten, mehr oder weniger. Und da muss ich sagen, da findet Galadriel sogar ein ganz nettes Bild im Dialog, wo sie sagt, wir müssen jetzt hier die Entscheidung treffen zwischen Schwert oder Schild. Ja, das ist doch gut. Und sie reden darüber, dass viele in die Region ja gefallen sind, viele der Besten und im Prinzip ist der Geist von den Überlebenden gebrochen. Was sollen wir jetzt tun? Und alle wirken so ein bisschen halt, ja, was sollen wir jetzt tun? Alle wirken durchaus so ein bisschen. Gradlos. Genau, was ist nun? Kann ich auch verstehen. Das ist absolut begründet. Dann sagt sie, wir sollten dem Rat Celebrimbrus folgen. Wir sollten uns daran erinnern, dass es nicht Stärke ist, die die Dunkelheit überwindet, sondern das Licht. Während wir da eben noch die Elben sehen, die sich da so ein bisschen zurückgezogen haben. Die sitzen an Wasserfällen und unter Bäumen und so weiter. Alles super schön. Ich frage mich, wo sie das gedreht haben. Sehr schön aus dort. Ist teilweise wahrscheinlich auch CGI, denke ich mal. Wer weiß, hier und dort halt. Aber es wirkt halt alles sehr elbisch-zauberhaft. Und ihr wird aufgeholfen von den anderen. Und die Sonne strahlt hell. Also hier diese Botschaft von Celebrimbrus. Ja, dass sie dann jetzt nochmal diesen Kitsch-Dialog da paraphrasiert. Aber zumindest weiß man ja, wo sie das jetzt her hat. Also es wird jetzt nicht einfach behauptet, ach, sie ist jetzt von jetzt auf gleich wieder weise geworden. Ja, genau. Sie hat sich schon, sie orientiert sich am Vorbild Celebrimbrus und sie steigen hoch. Das wird alles ein bisschen natürlich in Länge gezogen. Sie steigen da hoch auf die Klippe. Die Elben schauen zu ihnen hoch. Gilgala zieht sein Schwert und hebt es. Die anderen jubeln zuversichtlich triumphierend. Und wir sehen nochmal eine große Totale von der ganzen Landschaft dort, wo der Fluss durchgeht und so. Und das sieht halt schon alles durchaus sehr bruchtalmäßig aus. Hatte was von König der Löwen klein wenig, ne? Alles, was das Licht berührt. Und ja, sie stehen dort oben zu viert. Unten sind die Elben und jubeln. Und so endet dann mit bombastischer Musik die Staffel. Genau. Wo man dann noch sagen kann, das hat unser werter Gast vor der Aufnahme auch gemeint, dass er das total albern findet, dass ausgerechnet Gilgala hier ein Schwert zieht. Weil der ist nämlich einer der ganz wenigen Elben, der eigentlich immer nur einen Speer hat. Ne? Diesen Speer Eklos. Und dass er dann hier ausgerechnet ein Schwert hat. Und was natürlich auch, ich weiß nicht, hast du erst mal gehört, was Gilgala wirklich heißt? Ne. Ja, das ist nicht direkt sein Titel, aber er heißt eigentlich anders. Und er wird dann später so genannt, weil er eine silberne Rüstung hat und damit von Weitem auch zu sehen ist. Ah. Also Gilgala heißt so viel wie Silberner Stern, soweit ich weiß. Ja, und das funktioniert halt in der Serie ganz und gar nicht, weil sie ihn warum auch immer in Gold gewandet haben. So nach dem Motto, oh ja, er ist ein König, er muss Gold tragen. Jedenfalls hier, könnte ja gut sein, dass er später noch in der Serie eine silberne Rüstung trägt. Ja, aber dann wäre die Frage, warum er jetzt schon Gilgala genannt wird. Ja, ich weiß. Wie gesagt, das ist, ja, ein gewisses Problem. Naja, wir sind tatsächlich am Ende. Ich kann es nicht glauben, nicht nur am Ende dieser Besprechung, sondern auch am Ende der zweiten Staffel. Ja. Äh, ja, diese Folge, hm. Mach du mal den Anfang, ich sammle mich noch ein wenig. Ich, ich, ich fand, das war wirklich für mich, ja, eine der schwächeren Folgen der Staffel und der Serie. Hat einige gute Highlights. Jetzt, ich mag alles mit Sauron und Celebrimbor, das Duell finde ich gut, die letzte Szene mit Tom Bombadil etc. Und, und hier und dort so ein paar Momente, aber letztendlich sind hier so viele, ich weiß nicht, alles halt irgendwie so, wir müssen das noch zu Ende bringen und das noch zu Ende bringen. Und letztendlich ist es aber auch nicht ein wirkliches Ende, sondern einfach nur so, und jetzt ist die Station abgehakt und jetzt kommt das nächste bisschen. Ja. Und jetzt kommt meine große Filmparallele. Okay. Denn an welchen Film mich diese Episode insbesondere ganz extrem erinnert hat, ganz egal, wie man den Film letztendlich findet. Aber ich habe sehr viele Parallelen gesehen zu The Last Jedi. Okay. Auch schon die Szene mit Galadriel und, und, äh, von wegen schließt er, schließt er sich ihm jetzt an oder nicht, ne? Das einmal. Dass die Vergangenheit sterben. Ja. Das einmal. Wir haben die beiden, wir haben die beiden, äh, sexy Leads, die dann auch im gewissen Sinne so gegeneinander kämpfen, so ein gewisses Duell führen. Mhm. Ähm. Ähm, wo man zwischendurch so denkt, sind sie vielleicht sogar fast so, kämpfen sie für dasselbe oder wie auch immer. Wir haben eine, eine magische Figur, die, äh, Felsen schweben lässt. Wir haben eine Mentorenfigur, die drauf geht und zur Legende wird. Genau, wir haben eine weitere Mentorenfigur, die so ein bisschen halt, äh, so ein bisschen Quatsch macht im Prinzip. Mhm. Äh, das war dort, äh, Yoda und hier haben wir dann ein paar Tomomadil, wie er dann singt und so weiter und so fort. Und letztendlich haben wir dann halt diese Situation, wo dann halt so, wir sind hier die wenigen, die noch übrig sind, aber machen so das Beste draus. Daran hat mich halt vor allem der letzte Shot erinnert, wie halt einer der letzten Shots von Last Jedi. Eben auch halt das Problem, wo du denkst, hier sind, hier sind eben diese, diese tollen Details drin. Mhm. Aber eben auch diese, diese Aspekte, wo man jetzt nicht, es ist nicht besonders befriedigend erzählt, leider. Und, äh, das kann man durchaus stellvertretend für einen Teil der Serie dann halt sagen, aber halt ganz besonders halt in der Folge hatte ich das Problem. Mhm. Und das sind meine, ja, das sind meine Last Jedi Parallelen. Okay. Ja, nachvollziehbar. Interessanter Gedanke. Danke. Äh, vor allem, weil man hier auch schon öfters, äh, sich an Star Wars, äh, bedient zu haben scheint, ne, aber. Ja, naja. Durchaus. Ja, für mich, also ich sag's, ich sag's schon mal, ich war jetzt nicht ganz so angefressen wie bei der siebten Folge. Und sie ist auch besser als die, ich fand auch so manche inszenatorische Feinheit. Und ja, äh, das mit Celebrimbor und Sauron, das war auch durchaus gut. So ein paar, äh, Dialogzeilen haben mir auch ganz gut gefallen. Äh, ja, erzählerisch fand ich es halt teilweise echt wieder sehr plump, äh, Hölzern mitunter. Und irgendwie auch, ja, auch wieder viele Brüche mit der, mit der eigenen Logik so ein bisschen, äh, vor allem manches erstaunlich unbefriedigend, äh, emotional zu Ende geführt. Mhm. Also, wenn selbst du das schon sagst, ich meine, die Haarfüße sind mir relativ Latte, aber, äh, selbst da hab ich mich gewundert, warum die das so, ja, so verhalten, abachsen eigentlich fast schon diesen Plot. Genau. Oder, oder, oder in, in Zweihauen eher, das trifft es, äh, besser. Ja, ist ein laues Finale für mich irgendwie. Also, ich fand, ich fand diesen, dieser, dieser Galadriel, äh, Sauladriel-Kampf, der hat sich für mich irgendwie auch nur gezogen. Und, gefühlt ist da wirklich zweimal das Gleiche passiert. Hintereinander auch noch. Und ansonsten, also, ich find auch, die, die Folge, die hat auch echt ein Problem mit, ja, auch wieder mit Rhythmus. Wobei, ich muss zugeben, dieses Schlussbild da in Bruchtal, das hat durchaus was, was Hoffnungsvolles. Das hat mich lustigerweise, also, jetzt, jetzt hast du Star Wars bei mir getriggert. Das hat mich an Star Wars Episode 9 erinnert, wo Rey am Ende mit diesem gelben Lichtschwert da steht. Ah, ja. Ja, äh, also, es hatte auch so was, so was Hoffnungsvolles. Ja, durchaus, aber halt eben, aber eben, ich hab halt eher die Last Jedi Parallel gesehen, weil es eben eine Gruppe von Leuten ist, die, äh, besiegt, quasi besiegt wurden. Wie zum Teufel sollen wir mit diesem Ring dieses Tal aufbauen? Ja. Äh, insgesamt, ja, es ist schon wirklich auch viel Plot-Convenience, die man runterschlucken muss. Auch das mit den Zwergen fand ich sehr unbefriedigend, nachdem es vorher schon unbefriedigend war. Also, äh, kam der Cockblock Full Circle an der Stelle. Alles in allem ist es eine okaye Folge einer, äh, ja, für mich doch insgesamt ziemlich unterwältigenden zweiten Staffel. Also, es gab hier wirklich keine Folge, die ich so wirklich richtig, richtig gut fand. Und manche teilweise, also, die, die siebte bleibt für mich eine absolute Katastrophe, äh, bis auf, äh, vereinzelte Szenen. Und, äh, ja, der Rest ist alles so auf so einem Mäh- bis, ist mir relativ egal-Level gewesen in dieser Staffel, wenn man jetzt mal von der allerersten Episode absieht. Hm. Aber ja, äh, dazu hab ich dann auch schon, glaub ich, genug im Staffel-Recap gesagt. Äh, was man noch anmerken kann in Richtung Staffel 3, das hab ich im Staffel-Recap vergessen, deshalb, äh, reiche ich jetzt, reiche ich es jetzt hier nach, beziehungsweise vor. Äh, Staffel 3, ich weiß nicht, du meintest ja schon zu mir, die haben, stellen den Writers' Room zusammen für die Serie, äh, für die Staffel. Und da sind, also, es fällt auf, die tauschen nahezu alle aus gegen einige Leute, die an der Netflix-Serie The Crown gearbeitet haben, wie ich das mitbekommen habe. Genau, The Crown sind ein paar Namen dabei. Ja, mal schauen. Aber das heißt dann, dass hier wirklich dann alle weg sind, außer den Showrunnern? Also, auch Jennifer Hutchinson, das fänd ich ein bisschen schade. Weiß ich gar nicht genau. Also, vielleicht wird's ja irgendwie so eine Mischung dann, ne? Ja, weil, ich meine, sie hatten ja hier auch schon einige Neuzugänge und trotzdem, ja, hat sich nicht so viel geändert im Writers' Room. Was wahrscheinlich eher, ja, an den Showrunnern liegt, die in meinen Augen eigentlich schon längst, äh, an die Luft gesetzt gehören. Aber das wird nicht passieren. Ja, ob ich mir Staffel 3 ansehen werde, steht in den Sternen, es sei denn, ich verliere diese Wette hier. Ähm, aber, äh, weiteres dazu hört man im Staffel-Recap mit, äh, Sven, äh, unserem hochgeschätzten Gast. Und, äh, mir. Aber lasse, äh, ja, für dich ist es jetzt die Abschiedsrunde. Ja. Ich muss sagen, die Besprechung heute fand ich jetzt deutlich angenehmer als letzte Woche. Aber die ist auch schon, die hat schon auf eine gewisse Art Tele-Stammtisch-Geschichte geschrieben. Sagen wir es mal so. Ja, durchaus. Ich meine, du bist da echt einfach eine, 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 der dominante Dom gewesen. Und, äh, ich war dann letztendlich der, 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 der klare Fluss, der so ein bisschen da, äh, gegengesteuert hat. Aber halt auch nicht so sehr, weil letztendlich, ich akzeptiere ja deine Meinung, es ist ja deine Meinung. Ich hab einfach nur meine Meinung gesagt und ich bin insgesamt da nicht so sehr aus, äh, ausgerufert mit meinen Emotionen. Letztendlich gibt es etwas, was ich insgesamt zu dieser Serie sagen kann. Jetzt, wo wir zwei Staffeln hinter uns haben. Ähm, und diesen, und diesen Gedanken hatte ich vor einer ganzen Weile und wollte ihn mir gerne aufheben für den Schluss. Und inwiefern ich diese Serie so ein bisschen als zweischneidiges Schwert empfinde. Weil ich bin einer, der kein Geheimnis drum gemacht hat, dass er die erste Staffel sehr mochte. Und ich mach auch kein Geheimnis raus, dass ich die zweite Staffel auch sehr mag. Ähm, mit allen Ecken und Kanten. Und davon gibt es viele. Und, äh, jetzt kommt eben das große Aber. Mhm. Die Tatsache, dass wir eben diese eine Herr-der-Ringe-Serie haben, eine Mittelerde-Serie, äh, finde ich einerseits super. Weil ich hätte halt nicht damit gerechnet, als, äh, der Abspann von dem dritten Hobbit-Film über die Leinwände flimmerte, dass wir irgendwie nochmal Content in dieser Art und Weise kriegen. Mhm. Halt Videospiele, klar, aber das wird eine Serie mit dieser Art von Produktionswerten und mit so einer Besetzung und dieser Art von Story und so weiter. Ich hätte nicht damit gerechnet zu dem Zeitpunkt. Und einerseits finde ich halt super cool, dass wir das kriegen. Und ich halt so als Mittelerde-Fan bin da einfach so im, so ein bisschen im siebten Himmel, dass wir da einfach neue Storys mit teilweise neuen Figuren und teilweise bekannten Figuren kriegen und so. Das finde ich eigentlich alles richtig schön. Die andere Schneide von dem Schwert ist, dass, und das ist ganz seltsam, Ich hab so das Gefühl, dass allein die Existenz dieser Serie Mittelerde allein so ein klein bisschen trivialisiert. Ja. Und nicht so insgesamt einfach als das, und nicht unbedingt in der Art und Weise, wie die Serie das handhabt, sondern allein die Existenz davon. Weil im Prinzip, jetzt haben wir Mittelerde als Fernsehformat. Mhm. Und wir sind eigentlich weit über den Punkt hinaus, wo wir Fernsehen als etwas betrachten, was irgendwie zweitrangig ist. Denn wir, wie gesagt, wir leben wirklich in der Golden Hour auf Television. Ja. Und die hat schon vor einer ganzen Weile angefangen und wir sind immer noch darin. Also es reißt immer noch nicht ab, wir kriegen immer noch hochwertiges Fernsehen aus allen möglichen Bereichen. Und in allen möglichen Medienformen, sei es jetzt auch animiert oder wie auch immer. Aber trotzdem, die Art und Weise, wie zum Beispiel auch am Anfang von jeder Folge nochmal halt so, dass es diese kleinen Plot-Recaps gibt, es wirkt so ein bisschen, ja, es wirkt so ein bisschen unfreiwillig komisch fast schon, weil es letztendlich, so und jetzt ist Mittelerde, hat eine weitere von dieser Art von Serie im Prinzip. Letztendlich finde ich, es ist alles, es ist toll, es ist hochwertig produziert, ich mag die Schauspieler sehr gerne. Ich finde die neuen Ideen, die sie haben, interessant und einiges anderes ist dann wiederum ein bisschen zu schwierig. Aber eben die Tatsache, dass es eben diese Serie gibt, ist so ein bisschen einerseits toll und andererseits halt eben, oh ja, gut, aber jetzt ist es halt einfach, wir haben eine Serie und wer weiß, was für viele Staffeln. Und eben die Tatsache alleine, dass jetzt das so, und jetzt ist diese Staffel schon wieder vorbei, weißt du? Und irgendwie mit so richtig, mit vergleichsweise wenig Fanfare, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, weil es letztendlich, habe ich gemerkt, es wurden da wieder allgemein so die positiven Stimmen laut, als die Serie anfing. Und das riss auch nicht wirklich ab und ich habe da jetzt viel mehr Leute gesehen, die sehr viel positiver dem einen eingestellt waren. Insgesamt, glaube ich, hat die Serie ja auch wirklich besser abgestimmt bei der Kritik in der zweiten Staffel. Ich habe auch wirklich das Gefühl, weil teilweise haben sie wirklich einen Schritt nach vorne gemacht und teilweise einen Schritt zurück. Weil man hat sehr viel eher jetzt das Gefühl, dass die Leute hinter der Serie wissen, wo sie hinwollen. So, in der ersten Staffel haben sie so alle Figuren an Ort und Stelle gestellt und jetzt geht es darum, sie wirklich zu den bedeutungsvollen Orten zu verschieben. Und teilweise gelingt ihnen das, aber teilweise hast du eben, du hast wirklich das Problem, dass du gerade hier bei dieser Folge das Gefühl hast, jede zweite Szene fehlt. Zwischendurch in der Serie hattest du auch schon das Problem, aber ganz besonders eben hier. Ja. Weil Dinge passieren irgendwie offscreen und du musst dir dann teilweise Dinge dazu denken, die dann irgendwie damit irgendetwas Sinn ergibt teilweise. Das war dein Mantra bei Folge sieben. Ich weise gerne darauf hin. Ja, du hast das Teleport-Problem, was sich durch die ganze Serie zieht bisher. Oh mein Gott, ja. Du hast eben das Problem, dass einerseits, und wieder das zweischneidige steht, einerseits mag ich die Charaktere rund um Nori, andererseits denke ich mir, aber es wäre besser gewesen, die wirklich für diese Staffel auszusetzen, damit sie sich eher auf das konzentriert hätten, was wirklich wichtig ist. Und dann eben auch halt, finde ich es toll, dass ich mal irgendwie die Version von Tom Bombardier sehe, ja, aber hier kriegt er letztendlich viel zu wenig zu tun, wo ich mir denke, dann spart ihn halt noch auf. Genauso mit dem Bayrock. Wie gesagt, es ist immer dieses Schwierige, weil einerseits freut es mich, die Dinge zu sehen, andererseits hätte ich sie gern aber ein bisschen anders gesehen. Allerdings möchte ich dann, und das wird jetzt mein Abschluss, wenn ich mir eine Welt aussuchen müsste, wo es einerseits, wo es jetzt diese Serie gäbe und eine, wo sie nicht gibt, ich wähle absolut die Welt, wo es diese Serie gibt, weil ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir diese Art von auf mehreren Ebenen hochwertigen Content kriegen, der diese Geschichten erzählt. Und gerade halt, was das Musikalische angeht, bin ich halt wirklich absolut im siebten Himmel, was diese Serie angeht. Und ich bin sehr gespannt, inwiefern sie diese Serie vielleicht noch berücksichtigen bei den Emmys diesmal. Vielleicht kommt ja irgendjemand nochmal im Schauspielerfach dran. Ich war von vielen Dingen sehr begeistert, die sie in der zweiten Staffel tun. Von anderen Sachen weniger angetan und welche das sind, da muss man einfach die Folgen entsprechend hören. Sondern mein Interesse ist nach wie vor da, sehr groß sogar, und ich hoffe inständig, dass noch mehr kommt, weil ich sehr, sehr gerne hätte, dass sie auf diese Weise die Geschichte irgendwie fertig erzählen und so weiß, was da eben noch alles passieren kann. Und ja, ich schwimme da vielleicht ein bisschen gegen den Strom von anderen. Ich weiß aber auch von vielen Leuten, die die Serie ganz doll lieben, noch sehr viel mehr als ich. Und ich schließe jetzt absolut mit den Worten, die ich glaube ich auch schon bei Staffel 1 benutzt habe, die insgesamt meine Gefühle für diese Serie umschreiben. Und zwar, ich liebe die Serie nicht, aber ich bin verliebt. Ach Gott, ja gut, dann wird Staffel 3 endgültig die Honeymoon-Phase. Aber weiß, vielleicht verschiebt die sich auch noch weiter. Aber also wenn das die Honeymoon-Phase werden sollte bei dir, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr zugegen sein. Ja, mal gucken, ob ich... Es sind jetzt halt erstmal zwei Jahre Pause. Ich habe auch nicht vor, das Ganze nochmal zu rewatchen. Also rewatchen tut der Serie bei mir überhaupt nicht gut, auch schon in der ersten Staffel. Und ich werde das jetzt erstmal alles ein bisschen vergessen. Vor allem dürfte es die, das habe ich im Staffel-Recap gar nicht gesagt, deshalb erwähne ich es jetzt hier auch nochmal. Die Serie dürfte es in zwei Jahren auch noch schwerer haben, weil A, die Konkurrenz schläft nicht. Ob es jetzt HBO ist oder auch andere Produktionen, die da so auf uns zurollen. Allen voran, äh, Mittelerde kommt auch wieder ins Kino. Und das auch mit den bekannten, hochgeschätzten Fan-Lieblingen. Also Ian McKellen ist ja bereits bestätigt. Viggo Mortensen soll angeblich auch noch zusagen. Andy Serkis ist auch am Start. Orlando Bloom soll irgendwie auch als Legolas zurückkehren, dank die Aging. Und die Serie könnte es dann noch schwieriger haben, ne, wenn dann halt wirklich der, der Peter Jackson Herr der Ringe zurück ist. Ob das so gut wird, bleibt abzuwarten. Hand vor Gollum bin ich sehr skeptisch und zugleich sehr neugierig. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie sich gegenseitig befeuern. Wenn du, äh, die, das eine im Kino hast und das andere als Serie, wo dann halt einfach mittel eher das so wieder allgegenwärtig. Und dann hast du die Möglichkeit und die Möglichkeit. Ich glaube eher, dass die sich gegenseitig so... Befruchten werden. Ja, ja, bevor... Ich denke eher, das wird der Fall sein. Ich weiß nicht. Wo ich eben die Angst habe und das ist noch nicht eingetreten, weil sobald Disney Star Wars hatte, kam es sehr, sehr schnell zu Over-Exaggeration. Ja. Wo du quasi jede Woche irgendwas Neues von Star Wars hattest. Ja. Und, ähm, das wurde nach einer Weile echt so ein Problem. Und zwischendurch hattest du wirklich interessante originelle Ansätze. Ich war halt einer, der ja auch der ersten Staffel von Mandalorian sehr zugetan war, weil das wirklich sich mal ein bisschen nach etwas anderem anfühlte auch. Und es war auch... Es war einfach gut gemacht. Und, ähm, dann hattest du auch sowas wie Star Wars Visions, was nochmal kurz mein Interesse gepiekt hat. Inzwischen bin ich einfach komplett aus Star Wars raus. Ich hatte es nochmal kurz versucht hier und dort. Aber dann letztendlich, wo ich nicht unbedingt sage, oh, das ist scheiße. Ich hatte einfach kein Interesse mehr, war das Problem. Und ich glaube nicht, dass mir das mit Mittelerde passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit anderen eventuell irgendwann passiert. Und du bist ja anscheinend schon ziemlich nah dran, leider. Äh, ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt auch erstmal Pause. Und die werde ich auch in vollen Zügen genießen. Und bevor das hier kommt, äh, ich meine, überleg mal, wenn das hier kommt, dann, äh, äh, hat HBO wahrscheinlich schon die Harry-Potter-Serie. Ich hab schon den, äh, Heckenritter, also Hedge Knight nächstes Jahr bekommen. Das zweite Game of Thrones-Spin-Off. Und natürlich auch noch die dritte Staffel House of the Dragon. Äh, wie gesagt, die Serie wird es nicht leichter haben. Und so auch quotenmäßig wird es schwierig wahrscheinlich mittlerweile für Amazon. Aber ... Ja, wir werden, wir werden sehen. Weil ich meine, wir hatten ja auch den Fall, wo halt der erste Harry Potter und der erste Herr der Ringe im selben Jahr rauskamen. Und der erste Harry Potter knapp vorher. Und das hat tatsächlich auch nicht geschadet. Du hattest diese zwei verschiedenen Fantasy-Sachen, wo dann Leute auch drauf angesprochen werden. Ja, aber die sind schon sehr verschieden gewesen, am Anfang vor allem. Ja, absolut. Also Harry Potter war wirklich, war wirklich eine andere Zielgruppe als Herr der Ringe. Aber lasse, wir werden es sehen. Äh, ich würd sagen, wir machen jetzt hier den Cut. Das wurde natürlich wenig überraschend hier wahrscheinlich die längste Besprechung zu, äh, Rings of Power überhaupt. Eine Sache muss man noch erwähnen, äh, zum Thema Mittelerde-Medien, weil dieses Jahr kriegen wir auch noch was. Und zwar den Rohir im Anime-Film. Oh, ja, da freu ich mich drauf. Ja, und das wird, das wird auch, das wird eben auch etwas, wo man denkt, egal wie es wird, es wird auf jeden Fall ein bisschen anders. Das, äh, ist schon, das macht schon neugierig. Also das heißt, ja, wir haben noch weiteren Mittelerde-Content, wie wir es jetzt mal so nennen wollen, der auf uns wartet, der sogar noch dieses Jahr. Mhm. Und mal schauen, mal schauen, was, was, äh, was, was das dann uns noch bringen wird. Aber ja, letztendlich, diese Staffel ist vorbei. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich mich jetzt nicht mehr jede Woche auf was freuen kann. Mhm. Andererseits auch halbwegs, oh gut, das ist jetzt hinter mir. Und immerhin, äh, steht in ein paar Wochen dann auch meine Soundtrack-Review an. Ja. An die ich mich schon rangesetzt habe. Und es wird noch eine kleine Weile dauern, bis ich wirklich alles niedergeschrieben habe. Aber ich gebe mir Mühe, dass das so zeitnah wie möglich auf jeden Fall noch im Oktober dann rauskommt. Und, äh, ja, da werde ich da, da entsprechend dann natürlich gerne darauf verlinken, dass, äh, du da vielleicht auch mal dann einen Blick drauf wirfst. Ja, ja, da sorgst du schon für. Ähm, aber Raw, War of the Reheerim, äh, kann ich sagen, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ich fände es, äh, also ich werde, äh, schauen, dass ich in die Pressevorführung komme. Mhm. Ja, vielleicht, äh, wäre ganz cool, wenn, wenn sonst, weiß ich nicht, vielleicht bist du ja auch dabei. Weiß nicht, ob du es in die PV schaffst. Schon nice. Aber, äh, wäre cool, wenn wir das machen könnten. Aber, äh, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, äh, für, äh, deine Mitwirkung hier. Ihr da draußen natürlich auch herzlichen Dank, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Über diese ganzen Stunden, über diese ganzen Wochen hinweg. Natürlich gibt es noch das Staffel-Recap, aber, oh Mann, es ist so merkwürdig, dass wir das vorproduziert haben und nicht jetzt das hier. Aber, äh, so ist es nun mal. Da kann man, äh, natürlich sehr gerne reinhören. Da sprechen wir auch noch mal recht ausführlich über die Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken der Serie und so weiter und so fort. Auch ein bisschen im Hinblick auf Staffel 3 und was uns da so erwarten könnte. Äh, ihr dürft uns aber natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ob nun beim YouTube-Upload, auf teleminostammtisch.de. Ich glaub, bei Spotify geht's mittlerweile auch. Lasst uns gerne wissen, wie euch die Staffel insgesamt gefallen hat. Ob ihr die Serie noch weiterschaut, was ihr für die dritte Staffel erwartet, wie euch diese Staffelfinale hier gefallen hat. So, und jetzt hab ich, glaub ich, auch alles durch und bevor das hier wirklich Return of the King Ausmaße erreicht, wie schon vor zwei Jahren, würde ich sagen, wir schließen dieses Kapitel hier ab. Ob es dann in zwei Jahren weitergeht, wird die Zeit zeigen. Ich werd's wahrscheinlich eh gucken, allein schon irgendwie aus innerem Selbsthass oder, oder perverser Neugierde oder beides zusammen. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören und Namarie, der Lasse hat das letzte Wort. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch ganz doll bei deiner Zeit und all deiner Mühe. Du hattest sehr viel mehr Arbeit als ich mit dieser Serie, da du ja auch geschnitten hast und so und ja auch an mehr Folgen beteiligt warst als ich. Danke dir. Es war wirklich eine große Freude mit dir, diese wahren Nerd-Diskussionen zu führen. Und ich hatte sehr, sehr großen Spaß dabei und es war langwierig und es war kompliziert, aber wir haben wirklich alles unter Dach und Fach gebracht, was wir sagen wollten. Und ich denke mal, mit einer Serie dieser Art fallen mir die absolut perfekten Schlussworte ein. Nun unser Lied beginnt, lasst uns alle singen, von Regen, Sonne, Mond und Stern, Tau auf Vogel schwingen. Wind über freiem Land, trübe Nebelwetter, Glockenheide, Licht im Grün, zarter, junger Blätter. Oh Tom Bombadil, lustiger Gevatter, blau seine Jacke ist, gelbe Stiefel hat er. Schilfrohr am dunklen Teich, Lilien auf dem Weiher, singt vom Kind der Wasserfrau und Tom dem treuen Freier. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.